Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freizeitstrategen da draußen zu einem weiteren Livestream bzw. einer Aufzeichnung davon. Eine Vorschau für Total War Warhammer 3. Heute sprechen wir im Grunde gleich über drei Themen und das eine ist Kislev. Ich darf euch ab heute Kislev zeigen und das werden wir auch tun. Da gibt es eine große Überraschung, die der eine oder andere vielleicht schon mitbekommen hat. Ich darf euch aber auch schon theoretisch den Prolog zeigen und über ihn sprechen. Was ist der Prolog? Gute Frage. Der Prolog ist im Grunde ein Tutorial. Etwas was wir uns seit Ewigkeiten schon für die Vorgänger und andere Total War Teile gewünscht haben. Wo wir von der Peke auf in kleinen Schritten beigebracht bekommen, als Anfänger, die das Spiel funktioniert. Eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um als kompletter Neuling in die Serie einzusteigen. In diesem Spiel bekommst du beigebracht, wie die Grundlagen funktionieren. Das Tutorial behandelt nicht alles, nicht jedes Feature, das zum Beispiel jetzt auch neu in Warhammer 3 ist, aber wie man Armeen befehligt, wie man mit seiner Wirtschaft und seinen Provinzen umgeht. Und das Allerwichtigste ist, es ist auch etwas für uns alte Hasen. Denn es behandelt die Hintergrundgeschichte, wie es zu diesem Konflikt in Warhammer 3 um den kislevidischen Gott Ursun überhaupt kommen konnte. Und das ist richtig cool in Szene gesetzt und ich will niemanden spoilern zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Ich sag nur, es gab am Ende für mich ein Boah-Moment. Und den will ich euch nicht nehmen. Deswegen mach ich das Ding heute noch nicht. Ich bin der Meinung, da gebe ich euch noch Zeit. Vielleicht spielen wir es am Sonntag, aber dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das sehen wollt. Heute will ich euch Kislev zeigen und heute Abend. Das wird eine andere Aufnahme sein, für die, die es auf YouTube sehen. Wenn ich zusammen mit Günter Schädow die erste Mehrspieler-Kampagne spiele. Wir werden zu zweit hier reingehen und mal eine Runde daddeln. Und euch mal zeigen, wie das Ganze so läuft. Aber wir, wir gehen jetzt in eine neue Kampagne und spielen... Lass mal laufen, ne? In dem Intro. Ich bin jetzt auch schon, aber egal. This world has been thundered by a tide of arcane energy. The winds of magic turned into a museum. The tome of fate drew me north to find out why. It guided me to a distant fortress steeped in blood. A battle was fought there, though long over, the spirits still lingered. In the shadow of a broken portal, the trail ended. In the shadow of a broken portal, the trail ended. In the shadow of a broken portal. Yet he strayed from the path and was corrupted by chaos. Savior became... ...executioner. A single shot bound in faith forsaken. A single shot bound in faith forsaken pierced Urson's heart. And so the bear god roared. The tide that broke the world. Spirits. Where lies Urson now? Is he here in the north? Beyond the maestro in the realm of chaos and the forge of souls. Is he alive? Wounded. Wounded. And dying. In prison. In shadow. What shadow? The demons? A master of the dark. I knew who shackled the bear. Belakor. Only a fool would challenge Belakor. And yet, the power of a dying god, there is no greater prize. A mere drop of Urson's blood would break my curse, ending my servitude to this accursed book. Free to profit from its secrets. But Urson is locked in the forge of souls, deep in the realm of chaos. And I cannot enter this nightmarish domain. All routes have been sealed by the maelstrom. There must be a way. The tome unveils a spell to summon a portal. One to bypass the maelstrom and create a door into chaos. Knowledge to bargain. For I need an ally. One who is tempted by the power of the god bear. And can withstand the horrors within. Yeah. Die schrecken. So. Damit kann ich euch jetzt auch zum ersten Mal jetzt einfach so das hier zeigen. Weil Kislev ist immer so dieser erste Auswahlbereich. Und den durfte ich euch bis jetzt nie so direkt nach dem Video zeigen. Weswegen ich dieses Video bis jetzt erst einmal davor gezeigt habe und mir dabei Scheren abgebrochen habe. Weil das wäre bis jetzt illegal gewesen, wenn das jetzt von alleine kommt. Ne. Um zum Beispiel zur Kartei zu kommen oder sowas in der Art und Weise. Äh. Ja. Ihr seht schon, ne. Das sind Probleme organisatorischer Natur. Also. Kislev. Wir können Kislev heute spielen. Das Mutterland. Sammelt Hingabe um die Götter Kislevs anzurufen. Sammelt damit eure Befürworter und sichert eure Macht. Atamane weist einer Provinz einen Ataman zu und erhaltet einzigartige Vorteile. Das ist ein sehr, sehr spannendes System. Ähm. Kann ich erst zeigen, wenn wir den ersten bekommen. Der Eishof. Bildet Eisjungfern und Eishexen aus, damit sie mächtige Eigenschaften bekommen, bevor ihr sie rekrutiert. Das ist auch ein spannendes System. Ist zwar immer noch so ein bisschen glücksabhängig, weil man keine freie Auswahl hat, was die Trades angeht. Das Spiel schlägt einem auch immer so zwei verschiedene vor. Also du hast immer so eine Ente oder oder Wahl, wenn du die ausbildest. Aber du kannst natürlich trotzdem sehr, sehr geschickt bestimmte Spezialistinnen ins Feld führen und kreieren. So. Dann würde ich auch mal sagen. Ähm. Wir. Drei. Und da seht ihr es auch schon. Drei. Aber. Wenn ihr das Spiel bekommt, ist hier ein Fragezeichen. Ihr könnt Boris Ursus, wenn ihr das Spiel neu habt, nicht sofort spielen. Ihr müsst ihn freischalten. Wie das geht, hab ich verraten. Aber zuerst. Reden wir mal über die beiden Standardmäßigen. Wir haben einmal hier Sarina Katharina vom Eishof. Und dann haben wir den Kostatin von der großen Orthodoxie. Und die beiden könnten auch Gameplay-technisch nicht unterschiedlicher sein. Also die beiden sind sicher nicht grün. Er hält sie für eine Ketzerin. Sie hält ihn für, weiß der Geier was, für einen ungepflegten, äh, was weiß ich. Auf jeden Fall, ähm, die beiden haben miteinander ordentlich Stress und kämpfen mehr oder weniger um die Vorherrschaft in Kislev. Also wer am Ende das Sagen hat. Und dabei kommt, äh, die Sache mit den Unterstützern am Hofe eine ganz, ganz wichtige Sache bei. Also wir haben da eine eigene, äh, Konföderationsmechanik, wo es einfach darum geht, den, also das gesamte Volk hinter sich zu sammeln, auf friedliche Art. Und dann eine friedliche Konföderation den jeweiligen anderen zu schlucken. Das werden wir heute erleben. Man kann auch kriegerisch vorgehen. Ich glaube, es ist aber nicht empfehlenswert, weil das irgendwie nicht gut kommt. Das ist destabilisiert, glaube ich. Habe es noch nicht probiert, aber probieren wir es einfach mal friedlich. So, also, Sarina Katharina. Generiert Hingabe durch eine erfolgreiche Heldenaktion von Eisjungfern. 10 Hingabe. Das ist echt nicht wenig, im Vergleich zu dem, was man sonst so bekommt. Aber 10 ist trotzdem nicht viel. Echt nicht. Kontrolle. Plus 6. Überall. Das heißt, die Länder neigen weniger zur Rebellion. Rang des Helden bei der Rekrutierung für Eisjungfern. Plus 3. Ausbildungsdauer am Eishof. Minus 2 Runden. Das heißt, die sind schneller da. Die sind deswegen auch nicht schlechter ausgebildet. Denn man hat nicht jeden Turn eine Entscheidung. Also die reduzierte Zeit sorgt einfach nur dafür, dass sie halt einfach schneller da sind und genauso gut sind und damit sogar Plus 3 Level da sind. Ihre eigenen Kommandanteneffekte. reduziert die Korruption, wo sie sich befindet, um 6 Punkte. Die zahlt und das ist der absolute Oberhammer. Das macht sie so stark. Unterhalt minus 50% für Eiswachen in ihrer Armee. Eiswachen. Wie soll ich das am besten beschreiben? Stellt euch einfach mal vor, ihr habt die Schwestern von Avalon auf Crack. Nicht unbedingt auf Crack. Aber es sind im de facto Schwestern von Avalon. Können also verdammt gut Nahkampf, verdammt gut Fernkampf und es gibt sogar noch eine Gläfen Variante. Also mit Anti Large. Und dann zahlst du 50% weniger Unterhalt. Genau. Also das ist einfach heftig. Das ist einfach brutal. Ab einem gewissen Punkt gibt es nichts mehr, was die aufhalten kann. Ich habe da so einen Speicherstand. Grundschorte auf Kontrollverlust minus 50%. Das heißt, ihr platzt seltener der Kopf, wenn sie overcastet. Wir werden auch heute Sarina Katharina spielen. Das ist mein Ziel. Warum will ich Sarina Katharina spielen? Erstens, weil sie, glaube ich, die beliebtere ist und weil sie sich auch angenehmer spielt. Denn, da habe ich schon mal ein bisschen was verraten. Und Kossaltin spielt sich schwierig. Ähm, Kossaltin ist eher so der, der für das einfache Volk mit den Kossards, Kossidische, Dervische, Bogenschützenreiter und so weiter und so fort hier Boni bringt. Plus 5 Nahkampfangriff und so weiter. Ich lese es einfach mal einzeln vor. Er mag, wie gesagt, den Eishof nicht. Also der Eishof hat eigentlich keinen großen Stress mit ihm. Aber er mag halt den Eishof nicht. Minus 40 auf die diplomatische Beziehung mit Katharina. Er generiert Hingabe durch erfolgreiche Heldenaktion von Patriarchen. 10 Punkte. Also quasi dasselbe in Patriarchisch statt Eishexerisch. Dann haben wir Rettungszauber. 20% für hinzugefügte Patriarchen. Das ist ziemlich nice, denn seine gesamte Armee baut weniger auf Magie, sondern deutlich mehr auf dieses einfache Fußvolk und die sehr enorm starken Buffs, die Patriarchen mitbringen. Das funktioniert, aber ist in meinen Augen trotzdem schwierig zu spielen. Denn Nahkampfangriff plus 5 für Corsars und kosovitische Dervisch und Bogenschützenreiter klingt erstmal nett. Aber das sind die billigsten und schwächsten Einheiten, die Kislev hat. Wirklich. Und das große Problem ist, und da habe ich auch schon die Rückmeldung an CL geschrieben, dass ich das nicht so günstig finde. Dieser Bonus gilt wirklich nur für Corsars, nicht einmal für die gepanzerten Tier 2 Corsars, also nur für die Billow Corsars. Und das fand ich ein bisschen wenig. Und ich hoffe, sie ändern das noch, weil ich das eigentlich nicht wirklich verstehe, warum es die gepanzerte Variante von den Corsars diesen Bonus nicht bekommt. Ist aber momentan Stand der Dinge. Und das macht die Sache halt zu einer richtigen Papier-Aktion. Also du hast hier nichts, was einstecken kann. Du musst jede Schlacht im Grunde selber schlagen, sonst hast du horrende Verluste. Und ja, ich würde also seinen Start halt grundsätzlich als eher herausfordernd bezeichnen, auch wenn es jetzt hier nicht drin ist. Er hat es deutlich schwerer. Er ist eher eine Herausforderung. Selbst auf normal, was wir spielen werden, ist ja eine Herausforderung. Führerschaft plus 5, genau das gleiche wie hier. Gilt auch nur für die normalen Corsars, kosovitische Dervische und Bogenschützenreiter. Seine eigenen Kommandanteneffekte. Ja, seine gesamte Armee bekommt Raserei, also noch mehr Offensiv-Power, mehr Schaden, mehr Angriffsbonus, mehr Nahkampfangriff. Das ist an und für sich eine coole Sache, aber trotzdem bleibt die gesamte Armee eher so eine Paper-Armee. Also Glaskanon. Er selber hat eine verringerte Bund-Heilzeit. Das ist fast so, als ob er darauf ausgelegt wäre. Er hat auch überall reduzierte Kosten für Rekrutierung. Ich habe fast das Gefühl, die Leute sollen sterben und es sollen neu hineinrekrutiert werden. Das ist sicherlich Geschmackssache. Mein Fall ist es nicht so. Aber es funktioniert. Also auch mit ihm war ich erfolgreich bei meinem Playtest. Es ist halt nur deutlich anstrengender als mit ihr. Ja, und dann kommen wir jetzt natürlich noch zu Zar Boris Ursus, dem Vater von Katharina. Und der hat folgende Boni. Kann ich euch jetzt auch schon zeigen. Ich durfte ihn auch jetzt schon spielen. Ich werde ihn aber nicht jetzt spielen, sondern ich werde ihn heute Abend mit Gönner zusammenspielen. Haben wir schon abgesprochen. Bei ihm ist es so. Diplomatische Beziehungen plus 30 mit der Fraktion der Eishof ist seine Tochter. Baukosten minus 50 Prozent für Garnisonen und Religionsgebäude. Denn er ist ja schließlich auch der oberste Priester, glaube ich, des Ursul. Bauzeit minus 1 für Gebäude von Provinzhauptstädten und Siedlungen. Das ist ziemlich nice. Es geht schneller. Rang bei der Rekrutierung plus 2 für die Kriegsbärenreiter. Und für seine eigene Armee minus 50 Prozent Unterhalt für die Kriegsbärenreiter. Das heißt also, die sind so stark. Die Kriegsbärenreiter sind eine geniale, monströse Kavallerie. Führerschaft plus 7 beim Kampf gegen Chaoskrieger, Chaosdämonen, Norska. Also gegen alles, was mit Chaos zu tun hat. Mehr Führerschaft und mehr Nahkampfangriff plus 9. Auch gegen alles, was mit Chaos zu tun hat. Das heißt, er ist so der richtige Chaosjäger und geht dabei halt auch echt ab wie Schmitzkatze. Um es mal so zu sagen. Oder wie Schmitz-Eisbär, wenn ihr so wollt. Und an der Stelle sage ich nochmal Dankeschön hier an Kallemann für den Switchprimes. Dankeschön. So, aber mehr zu ihm nachher. Wir starten nun eine Kampagne mit Sarina Katharina. Und ich sage euch, die Frau macht mir Angst. Die ist nämlich Badass as fuck. Der widersprichst du auch nicht. Die ist so heftig. Aber das kommt jetzt gleich im Intro-Video raus. Also mit der machst du keine Witze. Oder über sie schon gar nicht. So. Dann geht's los. Das Herz des Spiel. Das Herz des Spiel. Die ist so heftig. I know all theang. Das Primary- acknowledge. Das ist aber wichtig. Sie müssen sich geisch cooks. Mikeн W Andrea sind v slipping voncriptions und voran. Hollow luch pros zur Erssenabild HIV. Das ist kein L – egal. Sie machen als вход mit der Er Due-in. You and the bear are one. See past your grief. Search your heart. Our person is alive. He speaks the truth. He speaks the truth. Silence! We have lost what is most precious. Many say I am at fault. That I no longer have the right to sit on this throne. So I stand. I stand with my people. All of you. And if it comes to it, I shall die with my people. We have been blinded by grief. Ursun lives. And while he fights to draw breath, we fight for him! For Ursun! For Kislev! 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 For Ursun! Ich habe so Gänsehaut und ich sehe es schon zum zweiten Mal. Unser Ziel ist es, Orsun, den Bärengott von Kislev, aus Belakors Fängen zu retten. Nach angespannten Verhandlungen steht mein Preis fest. Und ich werde alles tun, um die Kisleviten zu ihrem verlorenen Gott zu führen. So, dann gehen wir rein. Also, ihr habt es gesehen, die Frau ist eine starke Anführerin. Die ist knallhart. Die war auch kurz davor, den Typen halt einfach wirklich bis in alle Ewigkeit Schock zu frosten. Komm dann, bevor ich meine Meinung verändere und dich ins Eis schiebe. Verwärts mir. Oh, halt. In der Nähe sammeln sich Feinde, die euren Thron bedrohen. Wenn wir Orsun retten wollen, müssen sie beseitigt werden. Der Mahlstrom hat die Nordmänner, welche die dunklen Mächte anbeten, in Kislevs Lande getrieben. Sie haben Gerslev erobert. Tötet sie dafür. Diese Übergriffe und der endlose Winter haben unter euren Untertanen Zweifel an eurer Regentschaft gesät. Anhängern der großen Orthodoxie missfällt eure Herrschaft. Beschwichtigt diese Störenfriede in Gesprächen oder im Kampf. Kostaltin, der oberste Patriarch von Orsuns Kult, steckt hinter diesen Unruhen. Ihr müsst euch um ihn kümmern. Denn sonst bewirkt er eine Spaltung, von der sich Kislev niemals erholen wird. Glücklicherweise haben wir Verbündete im Westen und im Süden. Schließt Bündnisse mit dem Imperium und jenen kislevitischen Stämmen, die eurer Blutlinie seit jeher treu sind. Hoheit! Es gibt viel zu tun, wenn ihr das Mutterland schützen und euren Gott retten wollt. Fangen wir an. Technologie und so weiter und so fort diese Hingabe generieren. Was machen wir mit dieser Hingabe? Zum Beispiel hier sie ausgeben für einen Segen, eine Anrufung von einem der vier Götter von Kislev, von Saliak. Da seht ihr zum Beispiel, bekommen wir Wachstum, Verlustverstärkungsrate und wir generieren sogenannte Befürworter. Das ist das hier unten, dazu kommen wir gleich noch, für unser Voranschreiten. Ach, wisst ihr was? Ich sag's gleich. Was sind Befürworter? Befürworter bedeutet eigentlich nur, dass immer mehr Leute in diesem Parlament, das wir gerade eben gesehen haben, diese Adelsversammlung, sich auf unsere Seite schlagen, also auf die Seite des Eishofs oder auf die Seite der großen Orthodoxie. Gibt's auch viele verschiedene Möglichkeiten. Einmal halt zum Beispiel jetzt durch diese Möglichkeit über göttliche Intervention. Zum Beispiel, wir bekommen jedes Mal einen Befürworter, wenn einer unserer Charaktere einen Rangaufstieg macht, dann bekommen wir hier einen Punkt. Wir brauchen aber insgesamt 600 Punkte, um hier dieses Wettrennen mit Kostaltin zu gewinnen. Und falls wir ins Hintertreffen geraten, haben wir immer noch die Möglichkeit, hier ihn ein bisschen auszubremsen, indem wir einfach ordentlich beten. Hier also Hingabe verwenden und dann verliert er hier ordentlich Support. Wir gewinnen zwar keinen, aber er verliert ordentlich und fällt wieder zurück. Oder wir können 5000 Münzen ausgeben, fällt er auch zurück. Das kann man unabhängig voneinander tun, also beides ist klickbar, dann gibt's aber eine ordentliche Abklingzeit von 20 Runden. Das heißt also, wenn aus irgendeinem Grund der seine Hausaufgaben gemacht hat und einfach viel mehr Befürworter sammelt pro Runde als wir, dann ist das nur eine zeitweilige Möglichkeit, ihn auszubremsen. Wie gesagt, das ist eine Möglichkeit über die Götter. Saljak, also wie gesagt, bringt Wachstum und Verlustverstärkungsrate. Aber, das was wir jetzt hier sehen, das ist noch nicht die finale Version dieser Anrufung. Denn wir können über Technologie, das spoilere ich jetzt gleich schon mal voraus, diese Anrufungen verbessern. Jede einzeln. Und dann gibt es noch weitere, bessere Boni. Das bringt uns Handelseinkommen und Einkommen aus allen Gebäuden. Außerdem bekommen wir jedes Mal einen Befürworter, wenn wir ein Gebäude errichten. Dann gibt es Ursun, eine der kriegerischen Möglichkeiten. Generiert jedes Mal, wenn wir eine Siedlung besetzen, fünf Befürworter. Verursacht Verschleiß bei feindlichen Armeen, die sich in unserem Land befinden. Und wir haben die Armeefähigkeit, die Bitterkeit des Winters, was dreimal in der Schlacht eingesetzt werden kann. Also, ihr seht auch, diese Dinger laufen immer zehn Runden. Also, für zehn Runden lang haben wir dann quasi diese Fähigkeit mit Reduzierung der Führerschaft für einen kleinen Bereich, wie ihr sehen könnt, von Vereinheiten, die dann auch langsamer sind und auch Ausdauer verlieren im Kampf. Und dadurch nicht mehr ganz so fit sind. Dann gibt es noch Thor. Der generiert jedes Mal, wenn wir eine Schlacht austragen. Scheint also wirklich das Austragen zu reichen und nicht unbedingt der Sieg notwendig zu sein. Zwei Befürworter. Dann Armeefähigkeit Zorn des Bären. Das ist, so wie ihr seht, eine globale Reichweite. Also, die gesamte Karte. Unsere Truppen machen 50% mehr Waffenschaden. Und unsere Armeen bekommen 5% mehr Nahkampfangriff. Also, treffen besser. Das ist eine ziemlich nette Sache. Man kann diese Dinger... Also, man muss auch nicht warten, bis die zehn Turns wechseln. Dann kann man quasi den nächsten schon zwischenrein machen. Du brauchst einfach nur letzten Endes hier die Hingabe, um das zu aktivieren. Also, am Anfang wählen wir... Das ist ziemlich schwierig, weil wir werden ohnehin jetzt am Anfang Schlachten schlagen. Wir werden am Anfang Siedlungen einnehmen. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, am Anfang Salljagd zu nehmen. Wegen dem Wachstum und der Verlustverstärkungsrate. Deswegen nehme ich jetzt am Anfang Salljagd. Obwohl die anderen auch alle ihre Vorteile haben. Das kann jeder Hand haben, wie er will. Ich bin ein Fan von Wachstum und dass die Siedlungen ganz schnell powern. Deswegen bestöre ich jetzt diese. Und was ich noch nicht gezeigt habe, ist, es gibt hier so Zwischenstufen. Diese Zwischenstufen haben eigentlich nur eine Bewandtnis. Und zwar, man sieht erstens natürlich, wo der jeweilige von uns beiden steht. Und das andere ist, wir bekommen je nach Stufe hier solche globalen Boni. Auf Führerschaft, Geschwindigkeit und Kontrolle von unseren Armeen. Und die gipfeln dann natürlich hier am Ende in der Konföderation mit dem Widersacher. Und dann sind wir halt hier richtig stark unterwegs. Das ist richtig, richtig episch. Ansonsten haben wir natürlich noch den Eishof. Da kann ich jetzt momentan noch nicht viel dazu sagen. Außer, wir haben hier bis zu zwei Slots. Die sind momentan noch gesperrt für Eisjungferheldinnen. Also diese normalen Magierinnen, die sich anschließen können. Diese müssen wir erst freischalten. Wir haben die noch nicht. Und dasselbe gilt für die Eishexenkommandantinnen. Da haben wir auch bis zu zwei Slots. Können wir erforschen. Und dann diese hier ausbilden, Geld ausgeben, sie spezialisieren und so weiter. Das weiß ich nicht, Onauga. Was ist los, wenn eine der jeweiligen Fraktionen vernichtet wird? Das habe ich mich auch gefragt. Ich konnte diese Frage noch nicht beantworten. Bis jetzt ist es noch nicht passiert. Ich hoffe, es passiert auch nicht so schnell. Dann kommen wir hier zur Technologie. Die Technologie ist ein bisschen special. Denn die bezieht sich tatsächlich auf die besondere Provinzverteilung, die Kislev betrifft. Denn Kislev, da sollten wir vielleicht als allererstes drauf gucken, ist eine Nation, die sehr stark zwischen großen Städten und kleinen ländlichen Gebieten unterscheidet. Das hatten wir auch schon beim Stream mit Kairos. Wo wir festgestellt haben, hey, diese Ogre, die haben ja gar keine Hauptprovinzstadt. Warum? Ja, das liegt an der Kislev-Mechanik. Denn es gibt überall, immer wieder mal verteilt, Gebiete, wo man nur Nebensiedlungen hat. Die gesamte Provinz besteht nur aus Nebensiedlungen, wie zum Beispiel beim östlichen Oblast. Das ist überall hier in Kislev so. Und dann gibt es große zentrale Städte, wie Kislev, die eine eigene Provinz stellen. Und da kann man auch einen eigenen Provinzerlass aufstellen. Und das mache ich jetzt an der Stelle auch gleich schon mal. Und abhängig von diesen Städten, also dem Besitz, dass man sie selber hält, sind die forschbaren Technologien. Wir können zum Beispiel jetzt schon ohne Probleme das Land forschen. Das können wir zum Glück immer. Und wir können auch jetzt schon alles von Kislev forschen, weil wir halten Kislev. Wir können aber Prag und Ehrengrad nur die erste Stufe, die Grundtechnologie, erforschen. Für die weiterführenden Technologien müssen wir erstens fünf jeweils immer hier erforscht haben. Und dann auch noch jeweils die Stadt Ehrengrad oder die Stadt Prag unser eigen nennen. Sonst können wir diese Technologien gar nicht erforschen. Die sind dann einfach blockt. Geht nicht, wie ihr seht. Nötiges Gebäude, Ehrengrad, Dorf ist halt momentan der Zustand, also der Mindestzustand. Und das sorgt halt dafür, dass du halt irgendwo schon sehr stark eingeschränkt bist, weil gewisse Technologien schon sehr cool sein können. Wo du einfach sagst quasi, hey, ich will aber hier, keine Ahnung, die Verlustverstärkungsrate von plus zwölf für meine Elementarbehren, weil die Spieler gerne mit Elementarbehren oder, wo haben wir es denn gerade? Eben hier zum Beispiel, das ist eine mega krasse Technologie, Bärenköderung. Raserei für die Kriegsbärenreiter. Kannst du halt als Kostal-Tin nicht machen, wenn du nicht Kislev von Anfang an hast. Kannst du halt nicht erforschen als Boris, weil deine Tochter hält halt Kislev. Solange du Kislev nicht hast, ist diese Technologie für dich geblockt. Und das sorgt für einige Herausforderungen, die jetzt allerdings für Sarina Katharina nicht allzu groß sind. Denn sie hat es, wie ich finde, ein bisschen leichter. Alleine wegen ihrer Startposition und ihrem Boni. Ja, wir können uns am Anfang jetzt überlegen, was wollen wir erforschen? Hier wäre zum Beispiel jetzt schon mal die Möglichkeit, hier den ersten Slot für Eishexen-Kommandantinnen zu erforschen. Das geht hier über Kislev. Und hier haben wir zum Beispiel einen solchen Helden-Slot. Hier haben wir einen solchen Helden-Slot. Das sind diese beiden Helden-Slots. Also über Ehrengrad oder über das Land können wir normale Eis-Jungfer-Heldinnen hier rekrutieren. Hier ist die erste Eishexe und das hier ist die zweite Eishexe. Also ihr seht, diese Slots kann man sehr schnell bekommen. Die sind auch nicht blockiert hinter irgendwelchen anderen Sachen. So, wir haben jetzt hier als allererstes einen Bonus auf die Nahkampf-Abwehr für die standardmäßigen Corsars. Das ist auch ganz nützlich, denn die hat man am Anfang. Mehr Wachstum, Geschossresistenz von 5%. Für die leichte Kavallerie. Und hier natürlich die Eisheldinnen. Dann gibt es hier Verlustverstärkungsrate und ein bisschen mehr Waffenstärke für die Schneeleoparden. Ich bin momentan noch ein bisschen unsicher, was ich jetzt hier am besten nehmen möchte. Ich glaube, wir gehen... Ja, komm, wir gehen gleich am Anfang mal... Ne, ich gehe am Anfang gerne auf Wachstum. Ganz im Ernst, es sind zwar nur 5 Punkte, aber die machen einen Unterschied. Die anderen Technologien schauen wir uns im Laufe des ganzen Spiels an, weil das würde den Rahmen sprengen, jetzt hier alle durchzugehen. Das sind auch teilweise wild durchmischt. Also, hier gibt es mal einen Bonus für gepanzerte Corsars und da hinten gibt es dann wiederum einen anderen Schützenbonus. Also, die sind nicht logisch quasi nach Einheiten, sondern mehr so nach Hintergrund. Ob es besser zu diesem Land oder zu dieser Stadt passt, eingeordnet. Was auch stimmig ist. So, wir... Und jetzt kommt etwas, was manche wahrscheinlich von euch mit offenem Mund da sitzen lässt. Die Städte haben unfassbar viele besondere Gebäude. Islev hat vier... Vier... Wahrzeichen. Und wir können sie alle bauen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Ab Stufe 3 können wir den Bokka-Palast bauen. Der ermöglicht es uns, Zarenwache, eine unfassbar taffe Nahkampfinfanterie zu errichten. Oder zu bauen. Generiert Hingabe. Reduziert den Unterhalt für Eiswachen, was für uns total toll ist. Und erhöht die Führerschaft unter Belagerung. Lokale Armeen, also auch die Stadt selber. Stellt auch als Garnison zwei Zarenwachen für die Stadt bereit. Die sind stark. Ich sag's euch nicht. In der zweiten Stufe ermöglicht es uns hier das, was wir haben wollen. Die Eiswache-Schwerter. Ihr seht, die haben hier Fernkampf mit Eisschaden. Das heißt, sie reduzieren die Geschwindigkeit der Gegner, wenn sie sie treffen. Machen magischen Schaden mit der Munition. Auch im Nahkampf machen sie magischen Schaden. Das ist eine richtig gute Anti-Infantrie-Einheit. Vor allem, weil sie den Gegner halt schon quasi in handgerechte Stückchen zerschießt. Bevor er überhaupt ankommt. Das zweite ist die Eiswache-Gläfe. Das ist quasi die Stangenwaffen-Version. In meinen Augen die bessere. Weil sie eigentlich mit allem klarkommt. Ist auch ein bisschen teurer. Ich mach meistens eine Mischung aus beidem. Weil manchmal ist es ganz gut, Anti-Infantrie-Boni zu haben. Ihr seht, das sind solche sogenannten Hybrid-Einheiten. Und Kislev strotzt nur so von solchen Hybrid-Einheiten. Das ist nicht die einzige. Also ich würde sogar fast behaupten, die meisten Einheiten von Kislev sind Hybrid-Einheiten. Also eine Kombination aus Nah- und Fernkampf. Und können beides irgendwie gut. Und diese hier können das fantastisch. Jetzt das zweite Wahrzeichen ist die große Zitadelle. Bringt auch Hingabe, Kontrolle und Einkommen aus allen Gebäuden. Wie ihr seht. Ist einfach nur ein schönes Unterstützungsgebäude. Hier zum Beispiel mit Kontrolle plus 1 fraktionsweit. Sorgt also dafür, einfach nur weil ihr das Ding hier gebaut habt, habt ihr fraktionsweit weniger Probleme. Es war nur weniger, wenig weniger Probleme, aber immerhin weniger Probleme mit irgendwelchen Aufständischen. Das hier ist der Tempel von Orsun. Stellt gleich schon bei der ersten Stufe hier einen Elementarwehr als Garnison bereit. Also das große, fette Monster. Den da. Dieses richtig barbarische Vieh. Das stellt es von Anfang an bereit. Als Garnison. Reduziert den Unterhalt für Elementarbeeren und Kriegsbeerenreiter. Mhm. Mehr Wachstum. Produziert auch Fälle. Wahrscheinlich Eisbärenfälle. Tempel von Orsun kann auf Stufe 2 aufgewertet und auf Stufe 3 aufgewertet werden. Ihr seht es mit noch mehr Boni. Also ihr seht, es verliert zwar Wachstum. Das ist übrigens ein bisschen lobiert. Hier ist es 50 und hier ist es 20. Ach nee, genau. Das ist ein lokaler Wachstumsbonus. Und dann gibt es global 20 aufs Wachstum. Man muss auf die Klammer achten. Ähm, noch mehr Bündelfälle für Handel und noch weniger Zahlen für irgendwelche Bähreneinheiten. Und das letzte ist, ähm, die imperiale Botschaft verbessert die diplomatischen Beziehungen mit dem Imperium und seinen Fraktionen. Und wir bekommen einfach mehr Verbundenheitspunkte mit imperialen Fraktionen. Das ist ganz nett. Und ich glaube, dass es für die zukünftige Mortal Empires Kampagne, die auch immer sie in Warhammer 3 heißen wird, das ist die neue Order-Tide, Leute. Das ist die neue Order-Tide. Ähm, dann können wir hier natürlich auch ein Jagdlager machen, wo wir noch mehr Fälle generieren. Rekrutierungskosten für Corsards und gleiche Cavalry sind günstiger und wir bekommen mehr Einkommen aus Höfen. Hier gibt es dann noch das standardmäßige Gebäude für Infanterie. Das baut man am besten nicht in eine große Stadt, sondern dann irgendwann mal quasi in eine Nebensiedlung. Da können wir die normalen Corsards mit Speeren rekrutieren. Das ist schon eine Hybrid-Einheit, die ist gut im Nah- und im Fernkampf. Ähm, ist aber nicht herausragend. Also die wird immer noch von Ork-Moshas verdroschen. Darüber muss man sich im Klaren sein, weil die haben keine Rüstung. Die haben auch wirklich keine guten Nahkampfwerte, aber sie sind besser als normale Bogenschützen. Und deswegen für den einen oder anderen Cavalry-Risten, der jetzt keine Elite ist, eine Herausforderung. Und jetzt geht's los. Wir betreten, nennen wir es jetzt mal Empire Total War Light. Die gepanzerten Corsards, sowohl mit Axt und Schild als auch mit Zweihandwaffen, haben Pistolen. Im Grunde Steinschlosspistolen. Beide Einheiten. Mit einer Reichweite von 90. Die zücken die Dinger in Reichweite und schießen. Die kannst du auch steuern wie Fernkampfeinheiten. Es fühlt sich an, als ob man Empire spielt, so ein bisschen. Wenn man mit denen in großer Zahl spielt. Und danach können die dann halt auch noch in den Nahkampf gehen. Also diese Armee wirkt auf mich wie so eine Armee aus dem, aus dieser Übergangszeit, 15. bis 16. Jahrhundert, wo man noch Rüstungen getragen hat, aber schon die ersten Schusswaffen da waren und man aber die Rüstung noch nicht ablegen wollte. Eine Zeit, eine Armee sozusagen aus der Zeit um Wallenstein. So fühlt sich diese Armee ein bisschen an. Vor allem, weil dann am Ende noch auf Stufe 3 die Strelzi dazukommen. Die treiben das Ganze dann noch auf die Spitze. Die haben quasi Axtmusketen. Also das sind Musketen. Und das ist eine Axt. Wenn sie sie umdrehen im Nahkampf. Keine Bayonette, eine Axt. Eine Zweihand-Axt. Deswegen machen die auch rüstungsdurchdringenden Waffen Schaden. Sowohl im Schießen als auch im Nahkampf. Und wenn man die spielt mit ihrer Reichweite von 140, fühlt sich das Spiel plötzlich wirklich an wie ein Empire Total War. Vor allem, wenn man sie mit größerer Zahl spielt. Dann haben wir aber natürlich noch hier die Möglichkeit, im Oblast, der Oblast senke hier die Korsifidischen Dervische, um die Bogenschützenreiter und am Ende noch die normalen Flügel-Ulanen freizuschalten, die wie ihr seht sogar Angst verursachen. Eine sehr, sehr nette Anfangseinheit, aber sie verblassen im Vergleich zu einer Greifen-Ulanen, die hier in einem anderen Komplex gebaut werden kann. Hier die königliche Kaserne ermöglicht es uns ebenfalls standardmäßig außerhalb von Kislev, Zarenwache auf Stufe 3 und auf Stufe 4 dann quasi die Greifen-Ulanen zu rekrutieren, die eine unfassbar starke Schock-Kavallerie ist. Ihr seht diesen anderes Bonus, der ist brutal. Und ich habe die auch schon ein paar Mal eingesetzt, die sind wirklich enorm gut. Aber sie sind nicht so gut wie die Kriegsbärenreiter. Als nächstes gibt es dann hier noch auf der vierten Stufe dann hier Eisübungsfelder. Da könnten wir dann überall woanders, wo wir das bauen könnten als in anderen großen Städten, Eiswache und auf Stufe 5 dann die Greifen-Variante hier produzieren. Ihr seht, da gibt es auch noch hier Rang bei der Rekrutierung plus 2 und lokale Armeen bekommen hier dann auch noch pro Runde, wo sie stationiert sind, Erfahrung. Tolle Sache. Außerdem auch noch eine weitere Kapazität für Eisheldinnen. Übrigens hier auch noch, wie ihr seht, hier gibt es dann auch noch einen Rang für die Rekrutierung von allem, was irgendwie eine normale Pferdekavallerie ist. Das habe ich noch ein bisschen unterschlagen in diesem Moment. Da gibt es ja ansonsten nichts. Aber diese Dinger hier lohnen sich, das irgendwie in Kombination zu bringen. Ja, dann gibt es hier die Möglichkeit beim Tierbau erst einmal den Schneeleoparden zu bauen. Wir haben von Anfang an einen Schneeleopard, der ist ganz, ganz nett. Er ist aber nichts, was ich ins Endgame empfehlen würde bis jetzt. Denn, ähm, ja, er ist halt eine Tier-3-Einheit. Von Anfang stark, für das Endgame ein bisschen zu schwach. Vor allem, wenn man dann sowas hier hat. Kriegsbärenreiter, ne? Das ist halt ein einzelner Schneeleopard gegen Duster. Eine ganze Einheit von 16 Bären, wo hartgesottene Kisleviten mit Lanzen draufstehen. Und diese hier können so krass gebufft werden. Ey, man hat zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch keine Vorstellung, wie krass diese Werte dieser Einheit werden können. Wenn man all die Boni durch Technologie und Fähigkeitsbauung zusammennimmt. Lasst euch überraschen. Dann gibt es noch den Elementarbären. Wie gesagt, das große Monster, unerschütterlich, hat eine Art von Eisatemattacke. Ist ein sehr, sehr netter Unterstützer. Aber ich finde die tatsächlich besser. Dann gibt es hier die Werkzeugmacher. Da können wir quasi schweres Kriegsgerät uns holen. Es fängt an mit leichtem Kriegsgerät, und zwar den Kriegsschlitten. Das ist im Grunde so ähnlich wie die Kriegswagen des Imperiums, nur halt als Schlitten. Ziemlich ähnlich. Mit Musketenschützen oben drauf. Und ihr seht, das Ding wird halt von Eisbären gezogen, macht auch guten Rums im Nahkampf, hat auch einen guten Angriffsbonus, kann als Streitwagen verwendet werden. Aber halt eher so sekundär. Ist halt auch so eine typische Briteinheit, wie ganz, ganz viele bei Kislapp unterwegs sind. Dann gibt es noch eine Variante davon mit den schweren Kriegsschlitten. Einfach noch mehr Badabumm und Rums. Und dann gibt es den kleinen Grom. Ich weiß nicht, ob es einen großen gibt, zumindest nicht in der Liste. Das ist de facto eine Art Mörser-Kanonen-Mischling. Also es ist weder Mörser noch Kanone so richtig. Es hat eine ganz, ganz komische Flugbahn, aber es ist nützlich. Muss man einfach sagen. Ihr seht, Geschossstärke 503, haut rein, rüstungsdurchdringend. Hat auch einen Nahkampf, interessanterweise einen Bonus gegen kleine Ziele, so wie es aussieht. Was faszinierend ist. Und Hallöchen Lästert, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Und natürlich auch an alle anderen, die reinschauen, Hallöchen Ranger und Co. Ich verstehe die gerade in deine Feststellung nicht, Agrabus. Kannst du das vielleicht nochmal ausformulieren? Hängt da gerade eben geistig so ein bisschen. Machen wir weiter. Wir haben zwei, in den großen Städten haben wir zwei verschiedene Arten von Verteidigungsgebäude. Einmal dieses hier, der Wachtturm. Das bringt uns einfach nur Truppen und Kontrolle. Ich finde das so gut, dass das jetzt endlich so ist, dass halt mehr Truppen auch mehr Kontrolle bedeutet. Und nicht das Gegenteil, wie es in einem anderen Spiel der Fall ist, wo ich mich immer gefragt habe, warum das so ist. Hier ist es so und das finde ich voll geil. Dann haben wir noch ein zweites Verteidigungsgebäude. Das bringt uns keine Truppen. Das verbessert die Truppen, die drin sind. Wie ihr seht, wir bekommen mehr Vorräte, erleiden unter Belagerung, weniger Verschleiß und haben mehr Munition während eines Belagerungsgefechts. Das ist absolut nützlich, wenn man angegriffen werden sollte. Natürlich ja auch noch die Hütte der Nachtwache. Kennen wir von den anderen Fraktionen. Weniger Verbreitung an der Seuche, weniger Korruption und die Chance quasi an den negativen Trade aus dem Bereich des Chaos zu verlieren, sowie Unterstädte entdecken. Und dann haben wir zum Schluss noch hier die Möglichkeit, also hier, wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, Wachstum zu generieren. Zumindest in den Kleinsiedlungen. Hier weiß ich es gerade eben nicht mehr. Einmal das Stammeslager reduziert die Rekrutierungskosten von Einheiten, bringt Wachstum. Und wie ihr seht, hier gibt es sogar noch ganz oben dann verringerte Rekrutierungskosten für alle Armeen. Nicht nur lokal. Das ist sehr, sehr nice. Dann gibt es hier die Gilde der Talghüter. Das bringt auch Wachstum. Genau hier sind es das zweite Gebäude mit Wachstum. Das hier bringt genauso viel Wachstum, reduziert allerdings jetzt hier die Baukosten für lokale Gebäude und am Ende sogar fraktionsweit die Baukosten für Gebäude. Und reduziert lokal auch noch am Ende irgendwann mal hier so ab drei die Bauzeit für alle Gebäude. Da weiß man gar nicht, was man zuerst bauen soll. Dann hat man hier den Stand. Das bringt uns einfach Geld, Handelseinkommen fraktionsweit und Handelsfraktion für alle Märkte. Ich glaube, das hier gilt als Markt. Steht jetzt halt nicht so richtig dran, weil das jetzt hier wieder Handelsbezirk heißt. Wieder mal wahrscheinlich so ein kleiner Übersetzungsfail. Aber ihr seht, das bringt tausend Gold am Ende. Das sind tausend Gold auf die Kralle plus all diese anderen Boni. Und das kann man noch verbessern durch Technologie und so weiter und so fort. Dann haben wir zum Schluss noch das Verlies der Orthodoxie. Genusskontrolle, reduziert die Korruption und generiert Hingabe und Befürworter. Das ist eine der Möglichkeiten, Befürworter zu bekommen, um dann am Ende das Wettrennen, um die Konföderation mit Kosthalt hin zu gewinnen. Und deswegen sollte man sowas auch relativ schnell bauen. So, wie ich baue deswegen jetzt hier mal, ähm, ich glaube, ne, ich baue das jetzt hier noch nicht. Was ich jetzt hier als erstes machen will, ist mich jetzt hier um das hier kümmern. Ich möchte so schnell wie möglich Wachstum machen. Ich baue beide Wachstumsgebäude so schnell wie es geht, denn Wachstum ist King. Oder doch, ja, ich baue das hier doch, ich baue das hier doch. So, und dann müssen wir uns jetzt in diese Richtung ausbreiten. Also wir müssen einfach jetzt hier den östlichen Oblast einnehmen, das ist unser Hauptziel. Ansonsten haben wir erstmal wenig Ausbreitungsmöglichkeiten. Denn, äh, hier oben sind neutrale Kisleviten. Das sind sozusagen die, äh, wie ihr seht, äh, von, wie heißen sie, die Durugina-Enklave. Hier oben ist Prag, ist eine eigene Fraktion. Also im Grunde, das Land ist zersplittert. So, wir haben von Anfang an hier in dieser Armee, und das ist eine verdammt starke Anfangsarmee, äh, gepanzerte Corsars mit zwei Handwaffen, zwei Stück. Einmal gepanzerte Corsars mit Bild. Zweimal Eiswache mit Schwertern, zwei. Eine Einheit Flügel-Ulanen und einen Schnee-Leoparden. Und jetzt gucken wir uns mal sie an. So, das ist Sarina Katharin. Wir fangen nun an, ein klassischer Marschierer mit Disziplin, reduzierte Rekrutierungskosten, reduziertem Verschleiß, weniger Korruption. Sie, äh, kann mehr, also erhöhte Ränge bei ihrer Armee haben, wenn sie neue Truppen rekrutiert und auch mehr lokale Rekrutierungskapazität. Blitzschlag mit allen drei Ausprägungen, die ich ja schon mehrfach erwähnt habe. Äh, Quartiermeister, reduzierte Kosten für die Einheiten, mehr Verlustverstärkungsrate bis zu 6%. Wachstum, wie ihr sehen könnt, ähm, nee, das ist irgendwie falsch. Das heißt, Wachstum aber bringt reduzierte Chance auf Hinterlaufen. Vielleicht haben wir einen Bug entdeckt. Ich schreibe das mal CA nachher. Also, auf jeden Fall, wie ihr seht, quasi können wir die, äh, können wir Armeen im unterirdischen Vormarsch besser abfangen und Hinterhalte eher vermeiden. Bekannt und gefürchtet, ihr seht's, ne, Unterhalt reduzieren, Bewegungsreichweite, Helden-Selbstverteidigung, Erfolgschance von feindlichen Helden reduzieren und noch mehr Rang für die Armee, wenn sie hinein... Wachsam, ach, das heißt wachsam, oh Gott, danke, ich bin ein Pfosten manchmal. Meine Augen wieder, Leute, meine Augen. Ja, danke, danke, danke für den massiven Hinweis. Wachsam, nicht Wachstum. Der Bug war in meinem Gehirn. Äh, Brain Bug sozusagen, aber leider nicht diese Art. So, dann haben wir hier die inspirierende Gegenwart, das übliche Einheitenerfahrung, Führerschaftseffekte auf die Charakteraura. Dann Schießübungen, hier werden alle Corsards, gepanzerten Corsards und Strelzi, also die Einheiten dieser Gebäudeliste hier verbessert. Ähm, also diese ganz normalen. Ja, Volkstümlichen Kisteliten, äh, bekommen Nahkampfabwehr und Nachladezeitreduktion. Ihr seht, die sind total darauf ausgelegt, defensiv zu stehen und zu schießen. Dann gibt's die Hofelite. Ihr könnt Nahkampfangriff, Abwehr und Geschossstärke, äh, verbessern. Also die Geschossstärke wird für die Eiswachen verbessert und der Nahkampfangriff für die Zarenwache. Die Eiswache und die Zarenwache bekommen jeweils auch Nahkampfabwehr. Ihr seht, das ist ein bisschen speziell. Am meisten, sag ich jetzt mal, bekommt die Eiswache hiervon, ähm, aber sie wird nicht in der Nahkampfoffensive verbessert, sondern halt, was ihre Geschosse angeht, steht aber auch sehr stabil. Entschlossene Angreifer, hier bekommen wir Boni für unsere gesamte Pferdekavallerie. Also, ihr seht, Geschwindigkeit, Angriffsbonus und Geschossstärke ist eine durchaus sinnvolle Kombination. Dann gibt's aber hier die Kreaturen des Landes, Kriegsbärenreiter, Schneeleoparden und Elementarbären bekommen Nahkampfangriff und Waffenstärke. And that's the way to go. Das sag ich euch jetzt schon. Zusammen mit der Hofelite. Also wir werden Hofelite und Kreaturen des Landes machen. Äh, fähige Handwerker bringt uns hier noch Rüstung und Munition für unsere Kriegsmaschinerie, wie zum Beispiel die Schlitten und den kleinen Grom. Sammeln, ja, kennen wir, plus 16 auf die Führerschaft im Umfeld. Dann die Plänkeltradition. Wir bekommen hier ab Stufe 7 für unsere Einheiten bei den Corsars, gepanzerten Corsars, Strelzi und Eiswachen. Da sind jetzt wiederum die Eiswachen drin. Äh, Boni auf den Nahkampfangriff, da bekommen auch die Eiswachen wieder welche. Munition und Geschossresistenz. Das heißt also, dass die Eiswachen irgendwann mal dastehen, die, ähm, ja, Pfeilschützen vor dem Herrn sind und selber noch 15% Geschossresistenz haben. Teams balanced. Äh, Pferdeherren. Geschwindigkeit, Angriffsbonus und Geschossresistenz für die kosovitischen Dervische, Bogenschützen, Reiter, Flügeludan und Greifungladen, also alles was Pferdekavallerie ist, auf Stufe 7. Dann von Ursulund gesegnet. Alles, was im Grunde irgendwie mit Bärchen oder Leoparden oder mit Zarenwache zu tun hat, also die andere Elite ohne Fernkampfoption, bekommt Rüstung, Nahkampfabwehr und Zauberresistenz. Und das spielt denen auch richtig krass in die Hände. Dann gibt es, äh, die, äh, Gefechtstechnikusse, Munition, Reduktion der Nachladezeit und Geschossresistenz für unsere Kriegsmaschinerie. Und last but not least, haltet die Stellung, kennen wir auch, Nahkampfabwehr und Führerschaft für eine gewisse Zeit, im Umfeld der Kommandantin. Dann haben wir hier die Lehre, äh, des Eises ist es, glaube ich. Ähm, es gibt nämlich Eis und Strom. Ich glaube, sie ist Eis. Das, das müsste hier irgendwo dran stehen. Ja, Eisschild. Es müsste Eis sein, genau. Ähm, Kuss der Eisjungfer ist ein Grundzauber, wie ihr sehen könnt. Das ist einfach ein Schadenszauber, der Kälteschaden verursacht und auch, äh, ich glaube, den Gegner verlangsamt. Aber das steht jetzt hier nicht dran. Okay, egal. Auf jeden Fall macht Schaden. Dann haben wir den Frostschild. Das bringt einfach kartenweit für unsere Einheiten mehr Rüstung und Chance auf Geschossabwehr in den nächsten elf Sekunden, nachdem ein Zauber gesprochen wurde. Der Eisschild ist ein schöner Debuff-Zauber. Der macht eigentlich überhaupt gar keinen Schaden. Aber er hat eine riesige Reichweite. Also man kann ihn bis zu 200 Meter casteln. Dann hat er noch einen riesigen Effektradius von 55 Meter, in dem die Gegner halt massiv verlangsamt werden. Also ihr seht es hier, 25% weniger Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit ist sehr, sehr nett. Länger drauf schießen. Äh, Frostklingen ist ein sehr, sehr guter Buff-Zauber, der allerdings immer nur auf eine einzelne Einheit geht. Magische Angriffe, Waffenschaden und mehr Nahkampfangriff. Der Todesfrost ist einfach mal ein Schadenszauber, der bis zu 300 Meter weit geht, äh, 20 Sekunden anhält und variiert Schaden macht. Also 34 bis 67 Schaden pro Sekunde wird wohl ausgewirbelt. Stark gegen Charaktere, fügt Kämpfern Schaden zu, ist also eher ein Einzelziel-Zauber. Wahrscheinlich sowas wie Lebensentzug oder sowas in der Art. Habe ich aber tatsächlich selber noch nicht angewendet, äh, weil die anderen Zauber einfach so gut sind. Ausweichen kennen wir. Kristallschutz ist ein interessanter Zauber, der eine Position sehr stark haltbar macht. Vor allem, wenn da eine Einheit drinsteht, die ohnehin schon wenig Schaden erleidet. Die Einheit kann sich nicht bewegen für die nächsten 35 Sekunden, hat aber auch eine Schadensresistenz von 60%. Ich habe noch nicht beobachtet, ob das auch bedeutet, dass sie selber nicht zuschlagen kann. Auf jeden Fall ist sie an Ordnungsstelle gebunden. Und man kann das auch, wie ihr seht, mit einem zusätzlichen Effektbereich zulegen, also dass mehrere Einheiten davon betroffen sind. Und wenn diese Einheiten halt einfach 60% Schadensresistenz haben, da kommt dann einfach fast kein Schaden mehr durch für 35 Sekunden. Das reicht aus, um eine Position zu halten und sich zu reorganisieren. Herz des Winters ist ein kleiner, kompliziert einsetzbarer Schadenszauber für eine Fläche, der mehrere Stufen hat. Ihr seht, er verlangsamt die Gegner im Zielgebiet. Aber er macht auch Schaden. Und zwar immer mehr. Mit immer mehr Zeit, die vergeht. Also immer nach 8 Sekunden geht er in die nächste Stufe und wird schlimmer. Erdung kennen wir, mehr magische Energiereserven und die Arkane-Kanalisierung, um mehr Energie zu generieren. Jetzt kommen wir zu den Special-Sachen. Eisherrin. Das reduziert einfach mal nur die Kosten und die Abkühlzeit für wichtige Kernzauber ihrer Lehre. Zum Beispiel Kristallschutz, Todesfrost, Herz des Winters und generell für alle Zauber. Und die Kosten reduzieren. Aber nochmal für diese drei Speziellen nochmal weitere Minus 1. Also für die ist das ein Netto Minus 2. Dann haben wir hier die Verkörperung. Also das kann man dann übrigens ab Stufe 12 starten. Dann ist sie die Verkörperung des Winters. Sie kann mehr Trefferpunkte bekommen, bekommt mehr Rüstung und Waffenstärke. Hä, warum bekommt eine Fernkämpfung, eine Magierinnstärke und Rüstung? Weil sie einen Kriegsbär reiten kann. Und dann zimmert die gut zu. Die hat nämlich auch ein gutes Profil. 50, 45. Das ist nicht das standardmäßige Magierinn-Profil. Das ist auch eine Hybrid-Einheit. Sie ist ein Nahkampf-Magier-Hybrid. Sie kann das. Und mit mehr Lebenspunkten erst recht und mit mehr Rüstung. Und mit dem Eisbär, wie ihr seht, hat sie dann 75. Und mit dem her hat sie dann eine Rüstung von 90. Kann man mal machen. Und das Ganze ohne irgendwelche Items, die das ja auch noch verbessern. Unbezwingbarer Geist. Ihre Eiswachen bekommen noch mehr Nahkampfabwehr und noch mehr Führerschaft, auf das sie noch viel länger stehen bleiben und Gegnern wehtun. Kälteaffinität. Sie wird einfach selber nochmal schneller. Das ist cool zusammen mit den Bären. Dann kommt sie nämlich auf über 80, was ihre Geschwindigkeit angeht. Sie ist die Kahn-Königin. Generiert Hingabe pro Runde. Mehr diplomatische Beziehungen mit allen Kislev-Fraktionen und mehr Kontrolle. Alle Provinzen. Und am Ende bekommt ihre gesamte Armee wegen dem Eisschild einen 8%igen Rettungswurf. Nicht viel, aber mega nützlich. Ja, wie gesagt, Schutz von Orson, mit Schutzresistenz. Und hier kann sie noch lernen, einen Schneeleoparden zu rufen. Der dann sogar noch mit jeder Stufe besser ist. Und zum Schluss gibt es auch noch mehr Geschwindigkeit für die Schneeleoparden. Und die Attribute Schleicher. Das heißt, wir können einen solchen heranbeschwören und dann um die feindliche Armee herumschleichen lassen, um dann zum Beispiel einen Überraschungsangriff zu schaffen. Ob das allerdings so nützlich ist, ist fraglich, weil diese herbeigeschworenen Einheiten degenerieren mit der Zeit. Allerdings gilt das auch für normale Schneeleoparden. Ich finde jetzt allerdings diese Schneeleoparden nicht so geil im Late Game, weil die Bären so viel besser sind. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er es spielen will. Dann gibt es natürlich noch zwei Aufgabenschlachten. Einmal für den Frostzahn und einmal für den Kristallmantel. Diese beiden Items kann sie sich verdienen. Und jetzt kommen wir zu diesem großen Mysterium. Das will ich jetzt eigentlich gleich schon mal lüften. Wie komme ich eigentlich in den Genuss mit Zar Boris Ursus zu spielen? Ihr müsst einfach nur entweder Kosthalt hin oder Zarina Katharin spielen. Nach Turn 75 kommt irgendwann, das triggert nicht sofort, ein Event und das spielt ihr. Wenn ihr das gewinnt, habt ihr ihn. Sogar in der laufenden Kampagne könnten wir wahrscheinlich heute Abend noch sehen, je nachdem wie weit wir kommen. Und dann könnt ihr ihn auch von einem neuen Start aus als Kommandanten auswählen. Das ist alles. Relativ simpel. Bin ich sehr viel besser als das so mega krass versteckt ist. Oh, ich muss den Hut noch ziehen für... Radegunde, grüß dich! Und Hallöchen-Morschen, schönen guten Tag. Ja, ihr seht, wenn ich hier in einem solchen Erklärfluss bin, das ist... Ja, da kriege ich das manchmal einfach nicht mit. Und Hallöchen-Prob-Creep, schönen guten Tag auch an dich. Und natürlich auch an alle anderen, die dazu gestoßen sind. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, jetzt erstmal genug gesülzt fürs Erste. Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Schlacht und gucken uns einfach mal jetzt hier mal die Situation an. Also, wir würden das easy gewinnen. Aber wir gehen rein. Und gucken uns durch die Einheiten gerade. Und Hallöchen, Markus. Willkommen. Grüß dich. Was ich jetzt schon langsam ein bisschen verschwitzt aussehe, das liegt daran, dass ich hier in diesem Zimmer sitze, ohne offenes Fenster. Weil ich könnte das Fenster kurz mal aufmachen. Weil, wie gesagt, bei mir sind Handwerker am Start und die arbeiten mit schweren Maschinen teilweise vor dem Haus und die sind gerade leise. Also kann ich tatsächlich Sauerstoff reinlassen. Genau, wir können bis zu 100 Turns ab jetzt spielen. So, das hier ist das, was ich gemeint habe, wenn ich sage, diese Einheiten fühlen sich an. Moment, ich mache jetzt erstmal das hier. Also, diese Cousars. Hier, ihr seht, die hatten solche Steinschlosspistolen am Start. Sowohl die zweihändigen als auch die mit Pistole und mit Achse und Schild. Wo sind die denn jetzt hier? Sind sie gerade eben nicht. Da sind die mit dem Schild. Also, ihr seht, die tragen standardmäßig die Pistole schon in der Hand. Und, wenn du mit denen spielst, in großer Zahl, fühlt sich das Spiel ein bisschen an wie Empire Total War. Ähm, und mit den Strelzi wird es noch krasser. Ähm, dann haben wir da hinten die Eiswache. Das ist also die ohne Gläfe. Wenn die eine Gläfe hätten, würde die dann hinten quasi auf ihrem Rücken hängen. Ihr seht, sie haben auch solche Eisschwerter. Richtig, richtig stark, Junid. Dann haben wir hier die Lügel-Ulanen. Das ist, wie gesagt, noch nicht die Greifen-Ulanen-Einheit. Die sehen dann noch epischer aus. Aber die sind auch schon ziemlich stark. Hier ist Sarina Katharin. Oder Katharina, wie sie auf Deutsch heißt. Noch ohne Eisbärchen. So, und da drüben ist der Schneeleopard. Wie gesagt, das ist ein einzelnes Monster. Ist, sieht fast eher aus wie ein Luchs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist durchaus am Anfang stark. Vor allem hat er einen schönen Bonus. Gegen Groß. Ich will gerade mal zeigen. Einen Bonus gegen Groß von 20. Das heißt, hat also quasi in Wahrheit einen Nahkampfangriff von 70 und 50 gegen große Einheiten. Und nochmal 20 Punkte mehr Schaden, die sich auf den Waffen Grundschaden und Rüstung zu kriegen, in demselben Verhältnis wie er dargestellt, verteilt. Aber das Treffen ist in der Regel meistens wichtiger. Ja, die hier haben auch einen Bonus auf Infanterieabwehr. Das heißt nicht, dass sie hier irgendwie mehr Schaden machen, sondern sie haben irgendeine Art von Bonus. Bonus, das kann auch die Masse sein. Nach wie vor ist Masse in diesem Spiel, Total War, ein Faktor, wird aber nirgendwo wirklich erklärt. Und die setzen sich halt einfach mehr durch. In Nahkämpfen können besser schieben, besser rausrennen. Ihr seht schon, ne? Das ist sozusagen das, was ihnen hier diesen Bonus bringt. Also es ist auch irgendwie kein Bonus auf die Nahkampfabwehr. Es wird die Masse sein. Und die Jungs hier haben natürlich auch rüstungsdurchdringenden Waffenschaden. Und wie ihr seht hier also quasi dieses interessante Moment, ich will das mal gerade so machen, dass es sich halt anfühlt wie, naja, wir spielen einfach. Wir spielen einfach. So, ich stelle die jetzt einfach mal hier so auf. Hier geht es dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. So, das hier ist jetzt schon mal der Verlangsamungszauber. Den kann ich jetzt schon mal hier hin klabastern, weil ihr seht, wie weit der geht. Ich kann die jetzt schon hier verlangsamen. Und jetzt sind sie 25% weniger schnell. Jetzt sind sie auf Zwergenniveau runter. Ja, dieser Stream wird auch auf YouTube hochgeladen, allerdings erst morgen. So, die können jetzt hier schon ballern. Das ist auch gut, wenn sie mal damit anfangen würden. So, ihr greift jetzt wieder an. Und wir haben jetzt hier noch einen schicken Schadenszauber, den ich jetzt hier kurz mal so durchheize. Und der macht auch nicht wenig Schaden, muss man ganz ehrlich sagen. So, das geht jetzt hier los. Ich will es euch gerade mal zeigen. So, jetzt legt mal an, Jungs. Oh, ihr lasst euch echt Zeit, wisst ihr das. Seht ihr, was ich meine mit Empire? Es fühlt sich halt echt so an. So, ihr rückt jetzt da noch vor. Die bekommen jetzt hier gerade echt ihr Fett weg. Die werden nur von der Einheit hier beschossen. Währenddessen die noch Stellung beziehen. Ah, ich habe keine Energie mehr, schade. Und nicht vergessen, ne, wir haben auch noch normale Bogenschützen-Einheiten. Also wir haben hier eigentlich schon von Anfang an eine richtig toughe Truppe mit Sarina. So, und jetzt schießen die den hier erstmal in den Rücken. Bewege euch schon mal davor, weil, wie gesagt, das können jetzt erstmal hier die ganzen Fernkämpfe ja eigentlich noch erledigen. Du hilfst da jetzt kurz mal mit, Mädel. Ich verlangsame jetzt hier auch noch, dass die Fliehenden hier auch noch in den vollen Genuss unserer Pistolen und Pfeile kommen. Übrigens, der Malus, die bekommen auch nochmal einen weiteren Malus auf die Geschwindigkeit, wenn die Eiswachen auf sie schießen. Die Eiswachen machen nämlich auch nochmal eine reduzierte Bewegungsgeschwindigkeit von 30% auf die getroffenen Ziele. So, du gehst jetzt auch noch dahinter. Ah, die haben sich gesammelt, die Schlabiner. So, dann gehen wir es daran. Ach, jetzt ist es vorbei. Ausgezeichnet. Er rennt jetzt weg. Sarina hat ihm eine Watschen verpasst und damit hat er die Nase voll. So, und ich möchte, dass er natürlich die Situation voll und ganz genießen kann. So. Und stell dir mal vor, du hast halt hier da von acht Einheiten und die erste Welle. Und dann kannst du dahinter noch Bogenschützen stellen, die schießen dann über die Musketen oder die Pistolenschützen drüber. Das ist so eine Feuerkraft. Ich habe ganze Dämoneneinheiten beim Ansturm zerfallen sehen, also beim ersten Ansturm. Die erste Einheit Dämon war weg, einfach nur, weil sie halt das Pech hatte, die erste zu sein. So, ich mache es jetzt hier gerade eben einfach nochmal nieder. Oh, der ist tatsächlich schon totgeschossen. So, und die Flügel-Ulanen sind natürlich enorm gute Niederreiter. Ihr seht, ne, der Leopard hat damit eher noch so seine Schwierigkeiten, weil er halt einfach nur ein Einzelmodell ist. Also deswegen, äh, ich bin kein großer Fan von dem Leoparden momentan. Aber erst am Anfang, wie gesagt, ganz gut. Die erste Ansturmreihe killst du damit sehr, sehr safe. Also, kommt natürlich auch darauf an, was es ist, denn die Pistolen sind leider nicht besonders rüstungsdurchdringend, wie man hier sieht. Die haben nur einen grundlegenden Geschossschaden von 18 und einen 7er Rüstungsdurchdringend, wobei 7 ist immer noch besser, als die meisten Bogenschützen haben. Doppelt so gut, als die meisten Bogenschützen haben. Ähm, aber hier geht es halt auch um die Feuerrate, ne, wie viel Schaden halt pro Sekunde eintrellert. Und, ähm, zusammen mit irgendwelchen Fernkämpfern, zum Beispiel in der zweiten Reihe, mit irgendwelchen Eiswachen oder mit irgendwelchen anderen Fernkämpfern, äh, gibt ja auch noch die Corsars als, äh, weitere Reihe dahinter. Ähm, und natürlich auch Technologien, die sie noch schneller nachladen lassen, das gibt es ja auch alles. Sind die schon ernst zu nehmen? Und die Strelzi noch mehr, weil die Strelzi haben halt eine Reichweite von 140. Und sind halt quasi, im Grunde kann man sagen, die Strelzi sind die imperialen Musketenschützen of Crack. So nach dem Motto, ja, ihr komischen Imperialen, warum tragt ihr keine Rüstungen? Ihr müsst dumm sein. So in der Art, keine Ahnung. So, wenn wir gewonnen haben, bekommen wir in der Regel Hingabe, außer wir kämpfen gegen unsere eigene Fraktion, also wenn wir gegen andere, äh, Kisleviten kämpfen, bekommen wir keine Hingabe. Wir bekommen Geld, wir bekommen natürlich auch Verhagung. Wir können hier Führerschaft generieren, wir können natürlich Verlustverstärkung holen, das werde ich auch gleich tun. Äh, Schatzkammer, wie ihr sehen könnt, aber unter dem Kosten für Verlustverstärkung. Oder wir können Hingabe bekommen, das bekommen wir hauptsächlich dann, wenn wir gegen irgendwelche chaotischen Fraktionen arbeiten. So, ich hole mir jetzt allerdings hier diese 14% Verlustverstärkung. So, also, wir können diese Runde noch nicht wirklich sinnvoll darüber. Wir haben unsere erste Mission jetzt hier, wir sollen, also, die, nee, haben wir geschafft, genau, die ist Wallaheimlinger besiegt. Äh, wir bekommen nochmal 1000 Gold Hingabe und wir bekommen eine Eisjumpfer mit dem anderen Zauber-System, dem Wirbelsturm. Die sollen wir jetzt unserer Armee anschließen, das werden wir auch zunächst tun. Obwohl ich der Meinung bin, dass wir, ja, die haben auch interessante Zauber. Lasst uns mal über die Zauber des Wirbelsturms sprechen. Ihr seht, was sie kann, Auskundschaften, Einkommen stärken, Technologie stehlen, Attentat, Einheiten angreifen, Spezialist, das ist eine richtig gute Heldeneinheit. Mit richtig nützlichen Fähigkeiten. Ähm, als Zauber hat sie Hagelsturm, das ist so ein kleiner Badensbereich, wo von oben halt Zeug runterfällt und wehtut. Einfrierende Winde reduziert einfach global die Bewegungsgeschwindigkeit für feindliche Einheiten. Das ist echt nicht schlecht. Jedes Mal, wenn man halt zaubert. Und jetzt kommt hier, äh, etwas wirklich krasses. Höhe des wahren Fluges. Das ist ein dreistufiger Zauber, der erhöht die Reichweite. Und das ist ein Zauber, der am Anfang nur auf eine Einheit gesprochen werden kann. Aber schon auf Stufe 2 ist es, glaube ich, dass er einen Bereich hat. Und er bufft alle Fernkämpfer in diesem Bereich mit einem Bereichweitenbonus von 30% und einer Genauigkeit von plus 30%. Jetzt wissen wir nicht genau, was Genauigkeit ist. Aber wir wissen, wir treffen besser. Das heißt also, quasi die Abweichung verringert sich. Und das heißt also, wir schießen nicht nur weiter, sondern es tut den Gegnern auch sehr viel mehr weh. Weil wir mehr treffen. Und das auf ganz, ganz viele dieser Einheiten sorgt dafür, dass Waldelfen und Hochelfen halt schon teilweise sagen, wow, wir können schießen. Also, das kann richtig reinhauen. Schnellschwinge. Das ist etwas, was ich selten benutze, weil es eher für die Kavallerie gut geeignet ist. Es ist schwierig, diese Magierinnen mit der Kavallerie zu kombinieren. Angriffsbonus und noch mehr Geschwindigkeit für ordentliche Charges. Das weißender Wind ist einfach mal ein Schadenszauber, wie ihr sehen könnt, der auf eine einzelne Einheit gesprochen wird. Also, Entschuldigung, wachsender sich nach vorne bewegender Wirkungsbereich. Das ist so wie ein umbrisches Pendel. Genau, so funktioniert dieser Zauber so ein bisschen. Also quasi so eine gerade Linie macht der Schaden. Ausweichen kennen wir Schneesturm. Macht wenig Schaden, aber der ist komplett rüstungsdurchdringend. Ist ein großer Explosionsbereich. Über 15 Sekunden lang macht das Ding pro Sekunde, so wie ich das jetzt hier sehe, drei Schaden. Also macht das dann insgesamt 45 Punkte Schaden an jedem Modell, das sich darin befindet. Das ist viel, weil die meisten haben, glaube ich, eher so 60 bis 80 Lebenspunkte. Das kann sie schon sehr, sehr schnell umhauen. Und Falken der Miskar ist ebenfalls ein Schadenszauber. Ein Schadenszauber, der keinen Schaden an unseren eigenen Truppen macht. Macht 6 Punkte Schaden, allerdings überhaupt nicht rüstungsdurchdringend. Kann am Ende aber noch mehr Schaden verursachen auf der höchsten Stufe. Und ihr seht, Kontakt entmutigt. Das heißt wohl, dass die Gegner Führerschaft auch noch verlieren, wenn sie im Nahkampfkontakt sind. Erdung und magische Reserven und Arkane Kanalisierung. Was kann eine solche Eisheldin noch? Adelauge bekommen. Ab Rang 20 bekommt sie bei Auskundschaften eine weitere Chance auf magische Gegenstände, mehr Kampagnen-Sichtfeld und verbesserte Abwehr von Hinterhalten für die begleitete Armee von 30%. Magistrat kann sie alternativ werden. Weniger Baukosten für lokale Gebäude und mehr Geldeinnahme, wenn man dieses Einkommensstärken irgendwie forcieren will. Gelehrte, bessere Chance Technologien zu stehlen und noch mehr Forschungsrate. Champion der Eiswache, ihr seht, auch die können nahkämpferisch werden, weil auch die können ein Eisbär haben. Hier kann alles ein Eisbär haben, die gibt es hier quasi im Dutzend billiger. Champion der Eiswache, also mehr Nahkampfangriff und Waffenstärke, dann kann man die tatsächlich sogar im Nahkampf einsetzen. Den ihr seht, hier 45 plus 7 ergibt schon 52 Nahkampfangriff, das passt. Zofe der Eiskönigin, Aktion 5% mehr Schaden bei Einheiten angreifen und Abkühlzeit für die Zauber. Ja, und wie gesagt, Unsterblichkeit, Schutz vor Osu und kann hier auch, wie ihr seht, Schneeleoparden rekrutieren. Alternativ kommt auch ein Schlachtrost hier nehmen. Und nochmal herzlich willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Ich grüße euch willkommen hier bei Kislev und bei Tsarina Katharina. So, wir haben die angeschlossen und bekommen deswegen jetzt hier nochmal einen kleinen Bonus und schauen uns jetzt hier unseren ersten Level-Up an. Der erste Level-Up hier ist eine knifflige Angelegenheit, denn eigentlich sind die Zauber geil, aber auch die Einheiten. Das Problem ist bloß, dass wir uns auf die Zarenwache konzentrieren werden und wir werden so schnell keine weitere Zarenwache haben. Deswegen gehe ich am Anfang gerne jetzt hier eher auf die Magie, aber trotzdem als erstes gehe ich in den Marschiero. Und danach werden wir uns hier mal die Magie ein bisschen ausklabastern, einfach weil das für uns der Weg ist, den wir jetzt hier gehen wollen. So, das hier sind jetzt die normalen Corsars, von denen haben wir noch gar keine. Das ist die Grundeinheit der Corsars, das ist auch schon eine hybride Einheit. Ich komme zum Redefluss schon gar nicht mehr raus. Es ist im Grunde eine normale Bogenschützeneinheit mit besseren Nahkampfwerten. Ihr seht es auch schon, 28, 26, da gucken die meisten Goblins und Orks neidisch, vor allem die, die Bögen in der Hand haben. Das heißt, die können sich auch im Nahkampf erwehren, wenn es sein muss. Haben eine Reichweite von 140, ist kein besonders starkes Geschoss, wie ihr sehen könnt, also 16, 3. Habt ihr ja vorhin schon gesagt, ne, also die Pistolen der gepanzerten Corsars sind schon doppelt so stark, was den rüstungsdurchdringenden Waffenschaden angeht. Aber ich bin einfach der Meinung, warum sollte man die normalen Corsars nehmen, wenn man die Corsars mit Speeren nehmen kann. Die haben dann zwar weniger Nahkampfangriff, aber mehr Nahkampfabwehr und vor allem einen Bonus gegen Groß. Das heißt, das, was sie eigentlich ständig angreifen will, also irgendwelche Kavallerieinheiten oder monströse Kavallerie, die die Fernkämpfe gern harresst, die hat einen harten Stand gegen diese Jungs. Weil die wehren sich halt mit ihren Speeren gegen die. Die sind nicht dumm. Und deswegen werden wir zwei Stück davon jetzt hier in unsere Armee mit hinein rekrutieren, um danach weiterzuziehen. So, und damit gucken wir mal in die Diplomatie. Schneller Handel. Und wir können direkt schon mit Stirland, wie ihr seht, hier ein kleines Abkommen hier veranstalten. So, das war der erste Streich. Und ihr seht, hier geht noch mehr. Handelsabkommen mit der Ostmark. Aber sicher. Dann Handelsabkommen mit der Bruderschaft des Bären, das ist eine andere kislevidische Fraktion. Aber sicher. Und bei der Gelegenheit machen wir auch gleich noch den militärischen Zugang. Die Dorojina-Enklave will auch mit uns handeln. Das ist übrigens bei Kostaltin nicht der Fall. Die mögen ihn alle nicht. Der ist einfach, dieser arme Typ, den keiner mag. Und hier, also Sarina Katharina hat es auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ leicht. Okay, hier geht momentan nichts. Okay, dann gucken wir mal, was der nächste Turn so bringt. Gehen wir rein, Aldo. Lowrider möchte Kriegspinguine. Gibt's bestimmt irgendwann ne Mod für. So, wir haben also auch diese Mission erfüllt. Zwei Einheiten rekrutiert. Schatzkammer und Hingabe erhalten. Als nächstes sollen wir, ja, Gerslev erobern. Und das ist auch tatsächlich unser nächstes Ziel. Da komme ich bloß leider jetzt in diesem ersten Zug nicht hin. Der Weg ist zu weit. Also entweder rekrutierst du in der ersten Runde oder du marschierst schon mal straight drauf. Ich entscheide mich jetzt erstmal dafür, dass ich jetzt hier in den Hinterhalt gehen möchte. So, achso, das hat mir noch gar nicht gezeigt. Also sie kann normal keine Stellung einnehmen, marschieren, 50% mehr Bewegungsreichweite, plündern, Lager, kanalisieren und natürlich Hinterhalt. Kennen wir alles. So, dann machen wir hier weiter. Ich will hier natürlich noch mehr Wachstum und noch weniger Rekrutierungskosten für die Einheiten bezahlen. Nächster Turn. Das geht eigentlich gerade eben jetzt hier bis Brezelbacken. Killer-Pinguine mit Tentakeln und einer großen Wummel. Jetzt bist du aber schon bei Warhammer 40.000. Ein Warhammer 40.000. Anime. So, und jetzt greifen wir hier an. Das Spiel sagt Plyros Sieg. Das könnte man jetzt berechnen. Wie ihr seht, wir würden keine Einheiten verlieren, aber ich weiß, ihr wollt es sehen. Also spielen wir das. Wie wir uns jetzt hier quasi um Gerslev hier schlagen. Und vor allem halt auch, wie sieht Gerslev aus, wenn es von den Wannerheim-Lingern gesetzt wird. So. Die Siedlungen von Kislev sind in meinen Augen unglaublich gut designt. Also ich meine auch vom Verteidigungsaspekt her. Die haben im Vergleich zu Katai in der Regel sehr, sehr logische Laufwege, die man auch sehr gut verteidigen kann. Vorausgesetzt man hat die Versorgungspunkte und die Truppen. Und das hat mich bis jetzt bei denen hier sehr abgeholt. So. Zeige ich das gerade eben mal. Wir kommen hier rein. Also ihr seht, wie das hier schon aussieht. Das sind so diese Ausläufer, hier so Holzhütten. Das ist quasi wie so eine, wie nennt sich das im Mittelalter, so eine Armensiedlung halt einfach vor der eigentlichen Stadt. Dann kommt die eigentliche, oder die Ansätze einer Stadtmauer, wie ihr sehen könnt, wo dann quasi ihr so die reicheren Leute leben. Und dann kommt irgendwann mal da hinten der Palast. Und das ist auch hier dieser Siegpunkt, den man einnehmen muss. Und dann wahrscheinlich dann irgendwie der Ataman oder was weiß ich, ein Boyard normalerweise residiert. Ihr seht quasi, wie das hier aufgebaut ist. Wir haben hier so einen Zugang, hier so einen Zugang, hier so einen Zugang. Und wir könnten auch, glaube ich, genau hier so reinkommen und uns hier so reinschlängeln. Das wäre de facto sogar der kürzeste Weg. Aber es sind sehr, sehr viele Engstellen. Man kann sich hier drauf einstellen, quasi dann hier diese erhöhte Position zu nutzen. Hier runterschießen, wenn jemand kommt. Es ist richtig gut gemacht. Auch hier hinten. Es ist nicht einfach so, dass diese, also wir sehen momentan diese Punkte noch nicht, diese Barrikadenpunkte. Aber die sind in der Regel auch sehr clever gemacht. Nicht so wie bei manchen Karteisiedlungen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich noch nicht so ganz zufrieden. Ja, aber. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt hier unsere Kräfte konzentrieren. Und attackieren. Und unseren großen Vorteil ausnutzen. Nämlich, dass wir hier eine ordentliche Gruppe an Fernkämpfern am Start haben. Hier ist zum Beispiel so eine Barrikade, wie ihr sehen könnt. Hier ist offen, aber hier ist so eine Barrikade. Ich weiß gerade eben sonst nicht, wo welche sind. Man sieht es halt als Angreifer nicht so gut. Ah, da kommt auch eine Barrikade hin. Aber das macht unseren Fernkämpfern ja gar nichts. Denn die werden ihnen jetzt, auf allem die Bogenschützen, ordentlich einschenken. Ich schicke schon mal hier den Leoparden vor. Ich glaube, der ist dafür ganz, ganz gut geeignet. So, ihr seht, die sind jetzt hier schon mal in voller Reichweite für unsere Gruppen hier. Das ist jetzt hier dieser Hagelsturm. Den machen wir doch mal. Fällt von da oben runter. Miau. Eiszapfen-Alarm. Oh, das werden die hier auch noch beschossen von unseren Bogenschützen, die einfach über die Köpfe der Corsars hinweg schießen, wie ihr seht. Und den hier schon mal einschenken. Oh. Jetzt können sogar die gleich schießen. Komm mal wieder zurück, kleiner Leo. Das muss nicht sein. Das lustige ist, man kann die hier so rausbaiten. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Attacke. Kaputt machen. Nom, 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 nom. Und wieder weg. Die Geschosse, die zufällig treffen, machen diese Barrikaden auch noch kaputt. Also, das muss ich auch noch CA schreiben. Ich finde bis jetzt die Barrikaden immer noch ein bisschen schwach. Ich hoffe, sie werden die noch mal ein bisschen stärker machen, weil die gehen einfach zu leicht kaputt. Langsame, die jetzt hier gerade eben noch mal. So, näher ran. Ich schicke jetzt die da hier hin. Ich gehe da hin. March for Kislev. Ich muss mir überlegen, was ich mit der Kapp jetzt mache. Bist du was? Ich gehe mit der Kapp jetzt einfach mal Base stehlen, wie man den Baseball so schon sagt. Also, die Base stehlen. Mit Alt, Die Hardly. Also, ich wähle die Einheit aus, schicke Alt und dann kann ich links klicken und dann kann ich sie so hin und her bewegen. Uch, das wollte ich nicht. Aber sie nicht rausgetappt. Und mit Shift-Rechts-Klick könnte dann solche Etappenbefehle geben. Also, geh dir erst da hin und dann erst da und so weiter. Jetzt sind sie auf einmal, wie ihr seht hier gerade im Ordentlichen, schon mal auf Alarm. Also, sie schlagen Alarm, weil sie sehen, oh, scheiße, der rennt ja durch. Was tut der Schuft nur? Ja, die Base klauen. Ihr seht, man kommt auch hier nicht hoch. Ich muss hier komplett durchlaufen, um da durchzukommen. Das ist gar nicht so einfach. Also, wenn jetzt hier eine Einheit stehen würde, müsste ich hier rumlaufen. Und wenn hier nochmal eine stehen würde, also, ihr könnt mir zwei Einheiten hier quasi dicht machen. Hat er jetzt halt nicht gemacht. Aber sie haben jetzt hier gut reagiert. Bin ich mal gespannt, ob unser Ansturm-Bonus von 60 ausreicht, um ihnen das Leben zur Hölle zu machen. Schauen wir mal. Im schlimmsten Falle muss ich sie zurückziehen. Hmm, das hat gezwiebelt. Ich wette es. Aber nee, jetzt muss ich hier raus, wie ihr seht. Aber es hat auf jeden Fall ein bisschen Zeit mehr gebracht. Hier rennt es wieder da raus. Da sind mich die Speerträger da, die haben Anti- Large-Bonus, das ist nicht gut. Hier kommt ihr wieder raus. Was machen wir denn jetzt? Die wieder verlangsamen. Aber ihr seht, ich habe es jetzt hier ordentlich durcheinander gebracht. Jetzt schicke ich Sarina wieder persönlich rein. Oh, nochmal Eis runterschmeißen. Hallöchen Kai. Guten Tag, willkommen. Der hat mehr reingehauen, als ich gedacht habe. So, währenddessen Sarina ihn jetzt hier bindet. So, Schiedungkommando. Das kann man richtig geil kombinieren. Okay, die galten schon als zerstört. Die wollen jetzt ja hinten rumtanzen. Muss ich ganz schnell das hier einnehmen. Kommt her zu Faber. Oh, den haben sie... Oh, was haben sie denn mit dem gemacht? Verlieren will ich ihn nicht unbedingt jetzt schon. Den habe ich sträflich vernachlässigt. Jetzt schießt, kommt. Der hat Pistolen, also benutzt sie. Ja, das muss zwiebeln. Und die können jetzt hier einfach die Position halten. Und hier nieder schießen. Jetzt haben wir sogar hier einen High-Ground-Bonus. Diese Chaos-Barbaren. Seht, wie schwach sie sind. Angesicht Kitzlevitischer Macht. So, die sind jetzt auch schon offiziell zerstört. Die sind offiziell zerstört. Wir gehen es da hoch. Das ist der nächste übrigens. Genau, er ist jetzt erstmal hier ein paar Mäuse jagen gegangen. Wir werden jetzt noch diese Position hier schnell einnehmen mit der Cavalry. Damit die diesen Turm nicht mehr haben, der uns die ganze Zeit beschießt. Und nochmal schönen guten Tag an alle, die zugeschaltet haben. Willkommen. Äh... Sehr gut. Und wie gesagt, das ist jetzt alles hier noch Early-Game-Kram, ne? Also, äh... Wir haben Level 2. Wir haben noch keine geilen Fähigkeiten. Ja, schade. Das geht nicht. Mach mal das da. Mal gucken, ob die reinlaufen. Oh, komm. Jetzt solltest du runterkommen. Oh, wunderbar. Timing. Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Guck mal, wie stark das Ding ist. Das hat den ein Drittel der Lebenspunkte rausgeknüppelt. Oh. Not so good. Wir gehen nochmal in Deckung da hinten. Aber immerhin hat es unseren Vorstoß jetzt hier erstmal möglich gemacht. Ja, hier kommen jetzt noch jede Menge weitere lustige Hängstellen. Manchmal ist es schwierig, die Einheiten richtig aufzubauen. Ich stoße jetzt einfach weiter stur jetzt hier an dieser Stelle vor. Vielleicht kann ich die jetzt hier nochmal anchargen. Und dann haben sie hoffentlich dann quasi genug vom Leben. Leider treffe ich dieses Mal nicht so viel. Aber ich will nur Position beziehen, dass meine Ferncampers hier gleich wieder ballern können. und ihnen ein bisschen Zeit damit er kaufen. Ich finde übrigens auch ihren Akzent richtig geil. Müssen sie eigentlich nur noch auf sich dazu entscheiden, weg zu rennen. Dann bin ich sehr zufrieden. Na also, macht mal weiter so. Es gibt auch immer wieder so schöne Highground-Punkte, die man halt super ausnutzen kann, ne? Für, äh, diese ganzen Highground-Boni, die es halt gibt. Also mehr Schaden, weniger Schaden bekommen. Ich glaube, 30% waren es. 30% ist gerade nicht mehr exakt auswendig. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nicht gegen die Sperrkämpfer. Nicht gut, nicht gut. So, jetzt schieße ich schon auf die hier. Dann haben die... Jawohl, wir haben gewonnen. Aber ihr seht, ne, die Kämpfe sind halt trotzdem knackig, alleine wegen den Türmen. Also, es wird einfach herausfordern, weil die Türme da sind. Die KI aber auch. Äh, sie wollen Ursus retten, Kai. Sie wollen ihn retten. Entschuldigung, Ursun. Oh, dann, äh, gute Besserung, flinkes Krümelchen. Und ja, es wird definitiv ein Let's Play von Günner und mir geben. Ähm, weiß bloß nicht, wann wir damit anfangen. Wir haben noch nicht damit angefangen. Das müssen wir jetzt demnächst mal besprechen. Aber Günner ist ja immer noch in seinem Umzug. Und, äh, deswegen ist das eh ein bisschen schwierig gerade. So, wir bekommen sechs Hingabe, Schatzkammergeld und natürlich Erfahrung für Katharina. Wenn wir eine Stadt bekommen, gibt es standardmäßige Optionen. Besetzen, Plündern und besetzen, Ausrauben oder Niederreißen. Ihr seht, was da die Konsequenz draus ist. Nichts Besonderes. Wir besetzen. So, damit haben wir jetzt das erste Ziel erreicht. Wir haben also den Fuß hier in diese Lande gesetzt. Die Wannerheimlinger sind vernichtet. Die sterben jetzt noch früher als in Warhammer 2. Ähm, Mission unterhalten, nehmt den Oblast ein. Also, wir brauchen jetzt quasi diesen, diese gesamte Provinz. Dann bekommen wir 5000 Gold und 50 Ingabe. Ähm, dann gucken wir uns das hier mal an. Stufe 1, Gerslev, gehe ich jetzt hier natürlich auf, äh, erstmal auf diese Gebäude. Denn wir haben hier andere. Hier lohnen sich natürlich diese Gebäude, wo wir dann quasi mehr oder bessere Einheiten rekrutieren können. Also, diese hier lohnen sich in der Regel nicht. Also, insbesondere die beiden. Wir haben hier die Möglichkeit, äh, ja, eine Palisade zu errichten. Das bringt noch keine Mauern, aber es bringt uns ein paar weitere Truppen, ein paar Kaisars, gepanzerte Kaisars und kurslobidische Dervische. Äh, defensive, äh, Vorräte pro Runde und so weiter. Ich habe festgestellt, insgesamt, dass es zumindest auf der Schwierigkeit normal, und das ist jetzt schon so ein kleiner Pro-Tipp, äh, manchmal sich gar nicht lohnt, Mauern in diesem Spiel zu errichten. Warum ist das so? Gut, dass du fragst. Äh, weil die KI bei Mauern eher zum Beendebelagern neigt und nicht dazu neigt, die Siedlung stürmen zu wollen. Das ist eine sehr, sehr komplexe Sache, aber in der Regel willst du, wenn du das hier gebaut hast, weil du genügend Truppen hast, dass der Gegner früh angreift, bevor du viel Verschleiß bekommen hast. Und, äh, wie gesagt, es gibt Ausnahmen, wenn die feindliche Armee zu groß ist, ist es egal. Aber häufig ist es so, dass die KI die Mauern als ein enormes Hindernis einstuft und lieber belagert und belagert und belagert. Du kannst aber selber keinen Ausfall machen, weil deine Truppen dafür zu schwach sind. Äh, und du die ganzen, ähm, Bauboni in der Schlacht nicht hast. Du willst eigentlich, dass die KI den Fehler macht und in deine Falle tappt. Die Stadt ist de facto die Falle. Äh, und deswegen habe ich festgestellt, dass es sich eigentlich am meisten lohnt, ne ganze Weile bei der Palisade zu bleiben. Weil dann greift sie an. Ihr habt dann diese Schlachten, zwar ohne Mauern, aber das, was wir gerade eben erlebt haben, aus der Sicht des Verteidigers. Das ist häufig so episch. So, wir können hier weitere, ähm, Infrastrukturgebäude errichten. Hier gibt es die sogenannten Höfe oder Gehöfte, äh, wo es diverseste Boni gibt in diesem Spiel, ähm, um noch mehr Geld aus ihm zu bekommen. Und da sage ich mal an Mr. Firetool, danke, vielen lieben Dank für fünf verschenkte Abos an die Community. Vielen lieben Dank, mein Lieber, sehr groß zu mir. Sehr groß zu mir. So. Äh, nee, habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe das Spiel, Lawrider. So, aber zurück hier. Ah, ihr seht, wir generieren hier Geld. Da haben wir schon einen Bonus von fünf Prozent. Wachstum und Rekrutierungskosten für die lokalen Armeen. Gibt es also hier auch für die ländliche Bevölkerung, diese Erzengebäude. Dann haben wir das heilige Gehölz, generiert hier Hingabe, in der höchsten Stufe sogar zwei, Verlustverstärkungsrate, Erfolgschancen für eigene Hinterhalte, plus zehn Prozent in diesen Ländereien. Reduziert die Korruption und Einkommen aus Gehöfen. Also das hier ist eine tolle Kombination. 50 Prozent mehr Geld macht aus 100, 150. Ähm, dann gibt es hier die Möglichkeit, ein weiteres Wachstumsgebäude zu bauen. Das ist das Rasthaus, wie ihr seht. Das bringt auch mehr Wachstum, bringt auch mehr Kontrolle ein. Und das ist auch das, was ich am Anfang bauen werde. Dann gibt es hier eine sehr, sehr wichtige Baukette für unseren Erfolg, wenn es darum geht, die Sache mit dem Mutterland und der Orthodoxie hier zu gewinnen. Denn nicht vergessen, wir brauchen hier ja Befürworter. Oh, und dann sage ich auch nochmal Dankeschön an Fjord und an Curly für die jeweiligen Twitch-Primesubs. Danke, ihr Lieben. So, also nochmal ganz, ganz kurz zurück zu diesem Gebäude. Hier diese Kirche oder der Schrein der Orthodoxie generiert also Hingabe und Befürworter, Kontrolle und reduziert auch die Korruption. Auf Stufe 2 bekommen wir auch noch die Freischaltung des Patriarchen. Also wir können dann quasi diesen, ähm, Unterstützungspriester, der wirklich enorm starke Boni hat, ähm, einfach mal in unsere Armee hinein rekrutieren. Er kann am Ende übrigens auch ein Eisbär reiten. Alles kann ein Eisbär reiten. Ich glaube sogar Eisbären können Eisbären reiten. Und der Matze haut auch 10 Satz raus. Vielen Dank, mein Lieber. So, viele lieben Dank. Ihr seid so großzügig. Dankeschön. Und Zauberer setzt nochmal 100 Bilis oben drauf. Vielen lieben Dank. Ja, der Hype Train auf Stufe 3 ist abgeschlossen. Mal gucken, wo er hingeht. Ah, ein Zauberer freut sich, dass er 1.000 Bild abzeichnet. Okay, aber weiter im Text. Danke, Leute. Ja, auf der höchsten Stufe ist es besonders interessant, denn wir generieren da nicht mehr einen Befürworter pro Runde, sondern zwei. Deswegen, diese Dinger brauchen wir ganz massiv viele. Darauf läuft es hinaus. Bring auch Kontrolle mit sich. Also ihr seht, diese Gebäude sind alle sehr viel mehr komplexer. Es ist sehr, sehr viel mehr Hybrid. Es ist nicht mehr irgendwie nur eine Sache, die diese Gebäude in Warhammer 3 häufig bringen, sondern sie bringen eine Kombination. Und du musst dir halt einfach nur überlegen, Ja, welche kommen? Welche? Dann sage ich auch nochmal Danke an Thevis, der verlängert sein Geschenk-Abo, dass er von Candy mal geschenkt bekommt. Danke dir mal. Ja, und der will nicht, will doch, will nicht, hat mir einen Prime-Sub reingedrückt. Danke dir. Vielen lieben Dank, weil lieber. Okay. Als letztes kommt noch was Interessantes, denn auch hier können wir natürlich ordentlich Kohle machen. Das ist das Einzige, was glaube ich eigentlich nur Geld bringt. Ja, ihr seht hier, einfach ein Handelsgebäude kann man auch auf Stufe 3 bringen. Das ist das, was in den großen Städten, komischerweise, ich habe keine Ahnung, warum das, warum das hier bis 300 nur geht. Aber egal, weil wir können diese beiden Stufen ja gar nicht bauen. Und in den Kislev kann man diese Gebäude gar nicht bauen. Aber ihr seht, hier gibt es nochmal eine weitere Möglichkeit, nur Geld zu verdienen. Sehr, sehr praktisch. Und der Warren haut auch nochmal raus. Weitere fünf Abos, vielen lieben Dank. Und der Sum Sumto haut auch noch ein Twitch-Primes ab aus. Ich danke euch, Leute. Ihr seid der Wahnsinn. Gebt's zu. Ihr wollt mich eigentlich nur ablenken. Ja, da ist der Stuputum Pipedrain durch. Mit 163%. Höher geht's nicht. Danke, die Sahne. Auch an dich für deinen Sub. Richtiges Sub. Mein Lieben. So. Ja, die Eisbären kommen alle noch. Also, das erste, was ich jetzt hier mache, ist in meinen Augen, weil, wie gesagt, mehr Wachstum. Und Wachstum ist King. Rasthaus. Geht auch ein bisschen Kontrolle mit. Dann können wir gucken, was wir für Truppen rekrutieren. Und das Gute ist, dass die Grundsiedlung schon mal diese Art von Einheit mitbringt. Die werde ich später austauschen. Aber mehr Kämpfer zu haben, ist immer gut. Deswegen. Ah, meine Frau ist fertig mit Arbeiten. Das heißt, die Tür ist offen. Ich kriege wieder Sauerstoff. Nein, nicht wieder zumachen. Ach so. Sie fächert mir jetzt Luft rein. Und danke auch in Afe Zockt für den Geschenken Sub. Ein Schwabenpower. Danke dir. Vielen lieben Dank. Und nochmal, hallo und alle, die zugeschaltet haben, herzlich willkommen. Heute spielen wir Kislev. Und zwar sehr, sehr lange. Auch heute Abend ab 20 Uhr mit dem Günder zusammen. Da gibt es erst die Multiplayer-Kampagne, die wir euch zeigen. So, ein weiterer Level ab. Ich gehe jetzt, glaube ich, ich weiche von meinem Plan ab. Ich gehe jetzt doch auf die inspirierende Gegenwart. Nicht, weil ich das hier machen will. Aber ich bin der Meinung, dass diese frühen Einheiten-Erfahrungspunkte, diese 75, sind viele. Und ich finde, sie lohnen sich. Die nehmen wir mit. So, dann gibt es hier auch einen Level ab. Hagelsturm verbessern wir. Wir haben gesehen, Hagelsturm ist ein sehr starker Zauber, um Infanterie-Horden platt zu machen. Und dann nochmal einen Blick zurück nach Kislev. Hier könnten wir nämlich jetzt hier schon die gepanzerten Korsars machen. Wir bauen aber jetzt hier natürlich noch mehr Wachstum hier rein. Ihr seht, die Gerbe-Gilde. Wir haben auch 11.000 auf der hohen Kante. Wir könnten jetzt hier einen Kommandanten rekrutieren. Ihr seht, standardmäßig können wir nur Bojaren, also nicht magische Kommandanten, Adlige, rekrutieren. Die Eis-Hexen, die müssen wir erst ausbilden. Das können wir noch nicht. Daran forschen wir gerade eben erst. Er hat hier zwischen den Trait, dass er Führerschaft im eigenen Territorium plus 5 hat. Es gibt übrigens auch einen geilen Trait, der ist jetzt hier nicht dabei. Der bedeutet, den verrate ich euch gleich schon mal, plus 5 Nahkampfabwehr für die eigene Armee im eigenen Territorium. Das ist verdammt viel. Aber auch 5 Führerschaft ist gut. Flinke Füße macht den Gelände erfahren und schneller und aggressiv, gibt ihm noch mehr Waffenstärke und Angriffsbonus. Ich glaube, in dem Fall nehme ich tatsächlich... Ne, ganz im Ernst, das ist sehr stark. Alle Einheiten in der Armee, das ist sehr stark, mehr Führerschaft. Wir nehmen das hier. So, der darf nämlich jetzt hier schon mal ein paar von den Jungs hier für uns rekrutieren. Ich nehme nochmal 1, 2. Ja komm, volle 4. Der liefert die uns nämlich. So, und damit gucken wir nochmal in die Diplomatie. Kann ich hier irgendetwas machen? Ich warte bis die Meinung der KI ist, ich zahle dir was dafür. So. Oh, es ist am Ende ein... Okay. Twitch hat einen Bug. Twitch sagt, Stufe 5 Hypetrain abgeschlossen, aber es steht nur dran, du hast ein Level 4 Hypetrain im Motor halten. Das... Hab ich jetzt schon alle 5er? Danke, Leute. Das ist interessant. Das ist interessant. Hab ich auch noch nicht gesehen. So, Mission erteilt. Gewinnt vor der Orthodoxy 50 Befürworter. Das klingt jetzt erstmal nach viel und am Anfang ist es auch viel, aber tatsächlich ist es, äh, nicht viel. Denn wir müssen am Ende 600 haben. Wir haben eine weitere Mission, wir müssen jetzt 20 Einheiten rekrutieren und dann bekommen wir das Banner von Prag. Ähm, das ist ein Banner, das kann nützlich sein. Ich finde es jetzt nicht oberhammerhart, aber immun gegen Psychologie sein, also nicht noch mehr Moral-Mali bekommen, nur weil jemand Angst verursacht oder entsetzen. Das kann schon was wert sein, dass die Einheit dann doch weiterkämpft. So, der hat jetzt hier diese vier Einheiten rekrutiert und wird sie uns jetzt hier rüberliefern, sodass wir dann nach einer weiteren Runde der Reconvaleszenz, ähm, hier weitergehen können und dann nach Igerow gehen können. Danach haben wir einen gesplitteten Weg. Wir müssen entweder nach Fort Jakova oder nach Volksgrad. Ich denke, dass Fort Jakova sinnvoller ist, weil, ähm, das ist ein relativ weiter Weg. Wie gesagt, ich hab das hier alles schon ein bisschen gespielt. Aber das kann natürlich auch situationsbedingt unterschiedlich sein. So, wir lassen das jetzt hier gerade eben. Du kannst auch noch mal zwei weitere Einheiten rekrutieren und dann gehen wir schon in den nächsten Turn. Auf nach Turn 5. Äh, das Profil des Kommandanten zeige ich gleich. Keine Sorge. Und Hallöchen noch mal an alle, die dazu gekommen sind. Willkommen. So, wir haben jetzt Wachstum plus fünf. Es ist nicht viel, aber es macht auch was aus. Mission erzahlt, rekrutiert einen Charakter, der vom Eishof ausgebildet wurde. Das müssen wir jetzt natürlich erst mal freischalten, denn wir haben immer noch keine Möglichkeit dazu. Ja, bis jetzt haben wir nur das geforscht. Jetzt können wir uns überlegen, wollen wir eine Heldin oder eine Kommandantin. Ich habe mich jetzt schon für einen nicht magischen Kommandanten entschieden, deswegen gehen wir es mal auf die Heldin. Ihr seht, ich forsche jetzt hier gerade eben hauptsächlich am Land. Dann schalte ich nämlich hier die zweite Stufe frei. Hier ist zum Beispiel schon mal eine dieser Technologien, die ich vorhin schon mal leicht angedeutet habe, dass ihr die Anrufungen an die Götter verbessern könnt. Hier könnten wir die Anrufung an Ursohnen verbessern. Also, dass diese Anrufung hier mehr Boni bringt als das, was jetzt dasteht. Das wird einfach besser. Vielleicht machen wir das, aber das ist teuer. Technologie freizuschalten kostet halt 200. Und man darf auch noch eine weitere Sache nicht vergessen. Manche Gebäude kosten nicht nur Geld. Manche Gebäude, wie zum Beispiel hier dieser Schrein, kostet auch, um sie bauen zu dürfen, Hingabel. Also ihr seht, dass dann quasi dieses Gebäude hier seinen eigenen Preis in Hingabe erst nach 30 Turns amortisiert. Das ist eine knifflige Angelegenheit. Und ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher, aber ich glaube, jede Stufe kostet 30 Hingabe. Also de facto dauert es dann lang, bis das sich amortisiert hat. Da musst du viele Schlachten geschlagen haben dafür. So, du lieferst jetzt hier uns die Truppen. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Dann kannst du auch wieder zurückgehen. Und dann schauen wir uns den Knilch mal an. Also, fangen wir dieses Mal oben an. Schlagdross, auch er kann einen Kriegsbär haben, denn wir haben dafür ja, so wie es aussieht, einen Lieferer. Schutz des Ursohn, Geschossresistenz, Pferdelunge, mehr Reichweite für die Charakteraura. Heroische Zähigkeit ist sehr nice. Wenn er unter 50% seiner Trefferpunkte fällt, aktiviert sich das, wenn man es geskillt hat. Und dann bekommt er einfach mal satte 14 Punkte Nahkampfabwehr und noch mehr Führerschaft dazu. Das heißt, jetzt erst recht oder so in der Art. Also eigentlich heißt es heroische Zähigkeit, aber er geht dann irgendwie in einen sehr, sehr mutigen Defensivkampf und wird überlebensfähiger. Das ist heftig. Unsterblichkeit ab Stufe 20. Ja, er kann hier schwer zu treffen sein, wie ihr seht. Mehr Nahkampfabwehr, Anstrombonus, Plattenrüstung, mehr Lebenspunkte, mehr Offensivkraft durch Nahkampfangriffsbonus. Feindes Jäger. Geschwindigkeit und Vitalitätsverlust reduzieren. Nette Sache. Wunschläger, er macht selber mehr Schaden, noch mehr Offensivnahkampf, noch mehr Führerschaft und endlich auch mal ein bisschen mehr Nahkampfabwehr. Das kombiniert sich dann hier super mit dem hier. Am Ende noch tödlicher Ansturm. Das Ganze ist aber deswegen so geil, dass er so offensiv ausgerichtet ist, weil diese Kriegsbären halt einfach so krasse Boni mit sich bringen und dann halt auch noch Anti-Large-Boni mit sich bringen beziehungsweise ich glaube, er hat sogar einen Anti-Infanterie-Bonus, oder? Ja, der ist sogar auf Anti-Infanterie spezialisiert. Also der ist sogar richtig gut Infanterie zu killen mit dem Bär natürlich noch mehr. Inspirierende Gegenwart kennen wir. Das hier ist genau das gleiche wie bei der Zarina. Mithaltet die Stellung am Ende und Marschierer. Naja, ihr seht, das ist auch das gleiche wie bei der Zarina. So viel dazu. Also hier nichts allzu Großes Besonderes dabei. So, dann gehen wir hier mal weiter. Genau, also mit dem Bär. Also wie gesagt, auf den Bären, die Bären sind, die Bärenreiter, egal welche Art, ob Held oder nicht Held, sind enorm stark. Die sind wirklich enorm stark. So, jetzt sind wir hier und warten darauf, dass wir die nächste Runde Igor für holen können. Hier gäbe es übrigens sogar Ogre zum Rekrutieren, als sollten, aber ich nehme sie nicht. Ich hole mir stattdessen nochmal ein paar Dinge. Und der Kandoles haut auch nochmal ein Sub raus. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Und schön, dass du dabei bist. Das kommt am 17. raus. Ja, das Spiel kommt am 17. raus. Gucken wir mal in die Diplomatie. Aber hier ist immer noch nichts freiwillig möglich und ich will mein Geld nicht ausgeben, um irgendwelche Abkommen zu erzwingen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt die Kohle auf der Runde habe, um dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen wie wir heute bauen. Denn das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, du kannst was bauen, aber du hast die Kohle nicht. Das ist der, das ist quasi die komplette Ausbremsung. So, wir nehmen jetzt Igarov. Und Igarov ist das erste, was wir, glaube ich, mal berechnen können. So, da bekommen wir die Knochenstandarte und besetzt. Das ermöglicht magische Angriffe und gibt Zauberresistenz. So, und jetzt sehen wir, was hier oben los ist. Hier oben befindet sich schon mal eine Chaos-Armee der Bäronslinger, aber auch eine Armee der, äh, äh, des Robsman-Clans. Also, Robsman, das klingt schon beinahe, als ob das irgendwelche Räuber wären. So, hier können wir schon auf die nächste Stufe gehen und ich werde Igarov ausbauen. Äh, einfach aus einem einzigen Grund. Es ist eine Schlüsselstadt. Hier kann der Gegner nicht angreifen. Hier unten haben wir einfach nur das Ostland oder die Ostmark. Die Ostmark, die sind friedlich. Die wollen das spielen. Das hier ist eine Stadt, die braucht dringend mehr Verteidigung. Deswegen baue ich das Ding hier auch. So. Und Fort Iacoba hätte ich eigentlich auch ganz, ganz gerne, aber das wird ein bisschen schwieriger werden. So, wir holen uns jetzt hier eine weitere Unit. Eins, zwei. Eins, zwei. Das ist eigentlich eine ganz, ganz nette Kombination, habe ich gemerkt. Also diese Korsaren mit Speeren mit den gepanzerten Korsaren kombinieren für so eine Half-Stack oder Viertel-Stack-Armee. Die können schon sehr viel leisten. Wenn man dann noch so eine leichte Kavallerie, sowas wie Dervische oder sowas dazu packt, die kommen mit überraschend starken Armeen. Klar, zumindest auf Schwierigkeit normal. So. Sie hat wieder ein Level ab. Dieses Mal sind es zwei an der Zahl. Wir gehen auf den Kuss der Eisjungfer und dann verbessern, genau, wir verbessern jetzt hier ein bisschen Eisschild verbessern. Ich denke tatsächlich, dass ich jetzt mal die Frostklinge nehme. Da kommen so viele Subs rein. Vielen lieben Dank nochmal an Chris, an VanPayne und an Noxatu. Vielen lieben Dank, ihr drei. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Kandolis war es, glaube ich, vorhin auch noch. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Sehr groß. Und schönen guten Tag. So, also, wir nehmen die Frostklingen, die ihr sehen könnt. Das bufft eine einzelne Einheit von uns. Macht, äh, also mehr Nahkampfschaden, Rüstung zu bringen und Nahkampfschaden und 24 Punkte mehr Nahkampfangriff. 24 ist sau viel. Also manche von den Einheiten haben nur ein bisschen mehr als 24, ne? Das ist quasi fast eine Verdopplung. Und da kommt noch mehr von solchen Möglichkeiten. Wenn wir mal einen Patriarch haben, der hat einen Buff, der bringt plus 40 Nahkampfangriff. Das ist wie ein War, wie so ein War mit den Grünhäuten, äh, den die da starten können in gewisser Weise. So, wir nehmen diesen Zauber hier, der ist nämlich, wie gesagt, sehr gut. Höhe des Warenfluges, Reichweite und Treffgenauigkeit für Fernkämpfer aller Art. Und damit gehen wir schon in Turn Nummer 7. Genau, Igarov hat schon eine Kirche. Deswegen lasse ich das auch gleich stehen. Das ist ganz praktisch. Spart uns 30 Hingabe. Denn ihr seht, ne, wir machen nicht so viel Hingabe. 30 ist aber Anfang wirklich eine große Nummer. Okay, die sind jetzt hier weg. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir den Weg nach Fort Jakova hier gehen. Du gehst jetzt noch in diese Richtung weiter. Oh. Hätte ich dich bloß vorher gesehen. Hätte ich dich bloß vorher gesehen. Okay, das ist jetzt hier natürlich eine knifflige Sache. Ich rekrutiere hier schnell nochmal zwei von denen noch hinein. Einfach, um dem hier vielleicht Herr zu werden. Aber ihr seht, es scheint keine besonders starke Armee zu sein. Ich hoffe, dass Kislev so schnell nicht fällt. Ich habe leider noch keine Verbündeten. Aber zufbar. Zufbar möchte jetzt mit uns handeln. Zahlt sogar ein Euro dafür. Okay, ansonsten geht dir nichts. Und da sind die, die gehen jetzt. Läuft Kislev, diese Müslinge. Jetzt bin ich gespannt, was sie tun. Ihr seht, wir haben schon von Anfang an als Kislev mit einer Menge Fraktionen Krieg. Was Neues bringst du zu den Eistronen, Freund. Der will jetzt einen militärischen Zugang und zahlt dafür Geld. Jetzt ein kleiner Pro-Tipp. Ihr könnt jetzt hier nicht Angebot ausgleichen machen. Es sei denn, ihr macht das hier raus. Und jetzt zahlt er mehr als 300. Viel Spaß mit dem Geld. Es sind nur kleine Beträge, aber die machen am Ende dann doch was aus. Okay, hier ist Toll. Chaos ist hier gerade eben entstanden. Eine Chaos-Armee. Super. Ja, das hält uns jetzt natürlich ein bisschen davon ab. Warum ist das passiert? Wir haben keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Kairos was gemacht. Auf jeden Fall sind da jetzt plötzlich welche. Ja, dann hauen wir sie halt. Hallöchen nochmal an alle, die wir zugestoßen sind. Willkommen. Ich zeige euch jetzt, glaube ich, einfach mal, einfach weil ich Bock dazu habe, wie jetzt eine größere Armee funktioniert. Ich habe ja vorhin gesagt, es fühlt sich ein bisschen an wie Empire Total War durch diese ganzen Pistolen-Schützen. Und jetzt bei dieser großen Zahl noch mehr. Nur, dass wir jetzt halt noch zusätzlich noch ein paar Bogenschützen in den hinteren rein haben. Oh, und Strategie-Ecke raidet hier gerade eben rein. Danke dir für den Raid, mein Lieber, und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream bei dir. Das wirst du auch noch dürfen, Strategie-Ecke. Und wir werden auch garantiert mal zusammen daddeln. Keine Sorge. Das wird auf jeden Fall passieren. Oh Gott, ich habe vier Winden. Komm, zieh mir den Rest noch ab. Ah nee, ich darf von vier auf vier steigern. Nee, auf fünf. Immerhin. So, wir machen jetzt hier raus erstmal unsere Frontlinie. Dann stelle ich jetzt da dahinter. Ich packe auf die Flanke die mit den mit den Speeren. Und dann kann ich nämlich jetzt die hier super als zweite Linie die Schießern über die Köpfe der anderen weg platzieren. Ach, jetzt habe ich den vergessen. Ja, dann halt noch mal nicht zur Strafe, sondern nur zur Übung und so. Ich packe dich dahin. Ich packe dich dahin. Ah, ich habe eine bessere Idee. Weißt du was, ich mache die kompakter. ihr werdet sehen, Das hat alles einen Grund, einen guten. So. Könnte eigentlich sogar da oben mich hinstellen. aber da oben sind wir zu viele Wälder. Okay, wir starten so. Ich finde echt den Akzent von denen mega gut, ey. Irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich höre Chekhov. so und jetzt machen wir mal diesen Zauber hier auf eine solche Einheit. Ihr seht, dann schießt sie gleich mal ein bisschen weiter. Feuer frei. Guck mal, die sind schon weg, die Chaos-Verbahn-Reiter hier. Seht ihr was jetzt hier schon von Schaden gefressen haben? Und obwohl die von hinten angegriffen worden sind, machen die verdammt guten Job die gepanzerten. Warum laufen? Denen ist glaube ich nicht klar, dass sie schießen können. Okay, sie tun es aber aus irgendeinem Brot nicht. Keine Ahnung warum. Aber ihr seht, die Linie hält einfach stand und hat fast keinen Schaden genommen. Da kommen sie in einer zweiten Werdeon. Da kommen sie in einer zweiten Werdeon. Da kommen wieder welche von hinten. Wir gehen da hin. Ja, das frage ich mich aus, Aurelion. Die rufen die ganze Zeit für die Orthodoxie. Aber weißt du, solange sie für mich kämpfen und keinen Quatsch machen. Ich meine, wir haben ja nicht wirklich was gegen die Orthodoxie. Es ist ja nicht so, dass wir einen Krieg haben. Es ist mehr so ein politischer Konflikt. Es ist ja kein heißer Krieg, der zwischen der Orthodoxie und dem Eishof direkt am Anfang ist. Und man sollte ja vermeiden, dass daraus ein heißer Krieg wird. Und so spiele ich das jetzt halt auch erstmal. Man kann natürlich einen Krieger klären, aber das werde ich jetzt erstmal natürlich noch nicht machen. So, das lassen wir einfach mal hier wieder fröhlich allen hier in den Rücken schießen. Der hat es auch hinter sich jetzt hier. Du kannst hier noch weitermachen. Ja, wie so ein kalter Krieg trifft es. Vor allem auch in der Wortwahl hier. Weil sie ein eisiges Diplomat, äh, ein eisiges politisches Klima. Schönen guten Tag, Lego. Willkommen. Grüß dich. So, machen wir jetzt erstmal hier alles schön fröhlich platt. Aber ihr habt gesehen, wie tough diese, diese Jungs sind. Also, ich bin gespannt, wie die anderen Fraktionen dann gebalanced werden, weil ich erachte momentan Kislev als so viel stärker als das Imperium. Zumindest im Warhammer 2 und 1 Vergleich, ne. Aber man kann das einfach momentan nicht vergleichen, weil wir darüber einfach noch überhaupt nichts wissen, wie die anderen sein werden. Und, Hallöchen auch an Eulenspiegel, Martin. Grüße dich. Die Maximalen sind, glaube ich, das ist schwer zu sagen. Das kommt total darauf an, was du geskillt hast. Also, ich glaube, maximal kannst du 100 haben, aber nicht von Anfang an. Das muss nachtickern. Ich glaube, 30 oder 40. Ja, irgendwie 30 oder 40, würde ich sagen. Reicht man aber in der Regel nicht so viel. So, wir haben die Standarte der Mordlos, bringt mir Angriffsbonus zum Anstürmen, Geld, Erfahrung, Hingabe. Ich nehme jetzt hier die Verlustversteigerung. Ihr seht, wir sind wieder voll. Der hier macht jetzt nicht mehr so viel. So, ich lasse ihn jetzt hier einfach mal rumirren, und ich möchte nächste Runde Fortyakova nehmen, wenn ich darf. Wir haben wieder Level-Ups. Ein Level-Up. Ich gönne mir jetzt einen den Todesfrost. Ganz im Ernst, ich habe den Todesfrost noch nie wirklich ausprobiert, weil die anderen Zauber mit der Verlangsamung sind. Ich finde das einfach so nützlich, die Feinde verlangsamen und dann schießen seine Leute drauf und dann können sie nicht wegrennen. Das ist toll. Das ist einfach schön zu sehen, dass der Gegner keine Chance hat. So eine ganz düstere Seite in einem zuhauen. Ich nehme jetzt hier mal den beißenden Wind. Ne, warte mal, ich nehme das da. Ich verbessere diesen Zauber, weil er bekommt jetzt hier einen Bereich. Dann bekommt nicht nur eine Einheit diese Boni, sondern eine ganze Gruppe. Dann macht es auch Sinn, dass er diese Bogenschützen so zusammenstellt. So, auch hier gehen wir jetzt auf die zweite Stufe. Und Kislev ist ja schon dabei. Er wird jetzt hier Kislev verteidigen mit seinen Truppen. Ihr seht, Kislev selber ist noch nicht so stark hier. Hat zwar schon zwei Zarenwachen. Guckt mal, diese Zarenwachen. Das ist ein richtig defensives Bollwerk. Also die halten richtig was aus. Besser finde ich aber tatsächlich die bessere Zarenwache. Die mit Zweihandwaffen. Die bekommen nämlich noch einen richtig fetten Anti-Infokonus. Richtig guten. Also, nur zehn. Aber, die räumen die halt echt weg. Also die sind richtig gefährlich dann. Ähm, so, nächste Turn. Der Multi-Stream-Link funktioniert erst so richtig, wenn Günner dann da ist. Ich hab den bloß schon mal eingerichtet. Günner ist noch nicht da. So, wir haben jetzt die Technologie erforscht, Eishauerei. Das heißt, wir können unsere erste Eisjungferheldin jetzt generieren. Und das machen wir jetzt auch. So, jetzt geht's zum allerersten Mal. Wir haben also jetzt hier die Wahl, entweder eine Eisjungfer mit der leere Wirbelsturm, das ist Team mit mehr Reichweite und Genauigkeit für Fernkämpfer. Oder das, was Katharina selber hat, Eisjungfer Eis. Wir klicken hier drauf, haben 1200 ausgegeben und jetzt können wir erstmal nichts machen. Wir müssen warten. Das Spiel wird uns jetzt alle paar Runden, ich glaube insgesamt drei oder vier, ne, viermal, viermal innerhalb der sechs Turns mit ein paar Fragenlöchern. Ja, was soll's denn bitte sein? Geschnitten oder am Stück? Und dementsprechend können wir sie dann letzten Endes uns designen. Immer mit so entweder oder fragen. Also sind immer zwei Optionen, die hier gegeben werden aus einem riesigen Pool an Optionen. Und dann ist die Frage, ja, welchen Bonus hätten sie denn gern? So. Nächste Technologie, wir haben jetzt hier dadurch, dass wir zwei Technologien hier über Land geforscht haben, die Möglichkeit, hier die nächste Stufe zu holen. Baukosten für heilige Gehölzgebäude reduzieren. Ich glaube, das bezieht sich nur auf die Geldkosten, wie ihr seht, und nicht auf die Hingabekosten, was mir ehrlich gesagt viel lieber wäre. Mehr Rüstung für Kriegsschlitten brauchen wir noch nicht, wir haben keinen Kriegsschlitten. Aber das hier ist ganz, ganz nett, ein Bewegungsreichfalt auf einer Kampagnenkarte und das ist das, was ich mir jetzt hole. Kannst auch 50 Gramm mehr sein, genau. Und dann sagt, sagt die Dame mit ihren Modelmaßen, nein, ich bin auf die Ad. So, Entschuldigung. So, ihr seht, das hier geht jetzt hier gegen natürlich Kistleviten. Ihr, na, warte mal, ich mach das so rum, ihr bekommt diesen Ansturmpokus, weil, wie gesagt, die haben ohnehin schon einen taffen 60er Wert und jetzt noch mehr, 25 mehr und noch mal 7% mehr und bekommst du hier diese, äh, ich kann überall rumlaufen, Boni. Äh, das können wir wieder berechnen. Äh, mit Doppel-T, MJ. Samen der Wiedergeburt. Oh, das Ding hab ich noch gar nie gesehen. Passive Fähigkeit, Samen der Wiedergeburt. Eine Einheit bekommt Regeneration. Okay, das ist krass. Dieses Item Sehe ich zum ersten Mal. So, wir besetzen das Ding auch einfach. Genau, eine schöne Lebercase. Okidoki, ähm, dann mache ich jetzt mal den Frostschild. Na, ihr seht, der Bonus ist auch sehr gut. Allein die Rüstung. So. Jetzt magst du hier die Böe des Warenfluges aus. Ganz herz, ich mag diesen Zaun. Der ist richtig gut mit Kislev. Der ist einfach gut. Also, ich bin auch wirklich eher ein Fan, dieses Wirbelsturm Zauber Schule. Die Eisschule ist zwar auch gut, aber es macht's einfach so stark. Vor allem, wenn du halt einfach mit Fernkämpfern spielst. So, Ford Jakova hat auch schon von Anfang an ein nützliches Gebäude. Das lassen wir dem dann doch einfach mal gleich. Jetzt kommt Igerow mit einer Verbesserung der Verteidigung und ich gebe jetzt hier tatsächlich die 30 Punkte aus, um hier schon auf die nächste Stufe zu kommen. Dann kann ich mich den Patriarchen rekrutieren. Was machst du denn hier? Niemand hat dich eingeladen. Egal, wir bleiben hier einfach stehen. Dadurch, wir bedrohen jetzt halt einfach quasi durch ihn diese Position. Der Gegner kann ja nicht durchlaufen. Er will aber auch nicht weg. also wir nehmen jetzt hier quasi gefühlt in die Zange was machst du hier? Du wirst aber gegen Gerslev keine Chance haben. Das verspreche ich dir jetzt schon. Nur nochmal in die Diplomatie. Hier ist nichts möglich. Okay, dann gehen wir schon in Turn 10. Verlassen Turn 9. in diesen Moment. Nee, der Patriarch ist kein Eisbär, aber auch er kann einen reiten. Ort der letzten Ruhe. Das Skelett eines riesigen Bären, der selbst der stärksten Kriegsbären in den Schatten stellen würde, wird an den Ufer des Urskoi angespült. Die Knochen sind makellos, vollkommen unbeschädigt und zeigen keinerlei Zeichen von Verwesung. Das kann nur ein Zeichen von Urgun sein. Wir müssen unsere Ehrfrucht zeigen. Also entweder mache ich ein friedliches Begräbnis und bekomme einfach mal 30 Hingabe oder ich bekomme einfach einen Patriarch geschenkt. Ich nehme den Patriarch. Und ich habe automatisch Frostzahn dadurch geschenkt bekommen. Okay, es gibt anscheinend keine Quest-Schlag dafür. Okay, wir haben in diesem Moment Frostzahn geschenkt bekommen. Wir zahlen jetzt in dieser Armee weniger als 5% weniger von dem Unterhalt. Einkommen aus Beute nach der Schlacht plus 10%, Rekrutierungskosten minus 10%, Mehr Nahkampfangriff für Katharina, magische Angriffe, Waffenstärke und die Fähigkeit Frostzahn. Ihr seht, das ist ein magischer Zauber. Magischer Zauber macht doppelt gemoppelt, aber egal. Der fast die Hälfte rüstungsdurchdringenden Schaden macht. Ist glaube ich auch so ein Ding gefallen vom Himmel Zauber. So, okay. Also nach wie vor scheinen noch nicht alle Quest-Schlachten, ich weiß nicht, ob es in meiner frühen Version liegt, da zu sein. Vielleicht werden die auch noch nachgereicht. Manche Fraktionen haben welche, haben wir schon gesehen. Manche haben keine oder noch keine. Ich weiß es momentan einfach noch nicht, wie sich das verhält, aber dadurch hat sie jetzt halt mit diesem Item halt jetzt hier noch mal deutlich mehr Nahkampfangriff, ne? Und sie wird halt irgendwann mal diesen Bär hier reiten. Da geht schon was. So, wir verbessern jetzt auch Port Jakoba auf Stufe 2 und rücken jetzt hier wieder zurück in diese Richtung. Wisst ihr was? Ich traue mich sogar zu marschieren, weil unsere Armee ist einfach so viel stärker. So, was hat er hier vor? Ärger machen. Das ist offensichtlich. Ich kann mit dieser Armee jetzt aber hier nichts machen. Und ich will keine weiteren Truppen rekrutieren, weil in Taui will ich eigentlich immer als Einkommen haben. Jetzt bekomme ich Probleme. So, hier unten übrigens, ihr seht's nicht, hinter mir gibt es ein kleines Ich versuche mal aus dem Weg zu gehen. Auch mit dem Stuhl. Da gibt's so ein kleines Zeichen. So ein Ausrufezeichen. Das zeigt euch, ihr sollt da eine Entscheidung treffen. Und jetzt ist die allererste Entscheidung. Ja, welche magische Klasse soll's denn sein? Wirbelsturm oder Eis? Ich entscheide mich für Wirbelsturm. Hab's vorhin schon erklärt. Marc. Das ist ein Bogenzauber. So, dann gehen wir mal zu ihm hier. Ganz im Ernst, ich werde ihn jetzt hier der Armee von Katharina zu schützen. Denn, äh, ich finde ihn nützlicher als zum Beispiel eine solche Zauberin für Katharina. Wobei, Wirbelsturm, wie gesagt, ist eine gute Ergänzung für Katharina. Hallöchen noch mal da, die zugeschaltet haben. Willkommen. Genau, äh, Van Payne, ich kann's euch auch jetzt schon sagen, es gibt drei verschiedene Kampagnen. Es gibt eine, die könnte bis zu dritt spielen, und zwei verschiedene, die könnte bis zu acht spielen. Einmal sogar die große Kampagne und einmal, äh, zu acht, äh, die bezieht sich auf das Gebiet von Kartei. Äh, und die kleine Kampagne, die Dreierkampagne, die bezieht sich auf das Gebiet von Kislev. Waffe ich jetzt endlich sagen? Hallöchen Max Lord, willkommen, ich grüße dich. Aber dazu heute Abend mehr. So, äh, es ist lebensmüde und will sterben. Ich gönne mir jetzt hier mal zwei Punkte Rechengabe. Juhu, zwei. Okidoki. Der Eglixius leeren Brut. Glückstein für physische Resistenz. Mission erteilt, verübt erfolgreich ein Attentat, dann bekomme ich den Schild des Ptollos. Eine diplomatische Beziehung mit der großen Orthodoxie. Hm. Das ist tatsächlich reizvoll. Leider hat der keinen Helden. Das belastet mich gerade sehr. Ok. Gucken wir mal. Erstmal nochmal ein Level ab. Wir verbessern jetzt hier den Eisschild, wie ihr sehen könnt, dann zahlen wir weniger dafür. Dann werden Carsten. Und jetzt möchte ich denen hier ganz, ganz gerne kurz mal die wunderbare Weltordnung näher bringen. Na, na, na. Ihr habt das Zauberwort nicht gesagt. Und auch bitte ist es auch nicht. So, ähm, wir könnten jetzt hierher gehen und uns überlegen, mehr fürs Wachstum zu tun. Oder wir bauen direkt die Verteidigungsanlagen. Aber ganz wir brauchen sie momentan noch nicht. Wir werden nicht wirklich angegriffen. Ich gehe auf das Gehöft. Das Gehöft wird übrigens auch noch gebufft durch das da, wie gesagt, nicht vergessen. Mehr Einkommen aus den Gehöften. Also ein schöner Synergie-Effekt, der hier zum Tragen kommt. Ich mache auch das hier noch für mehr Wachstum. Jetzt bin ich gespannt, was der Vogel jetzt hier vorhat. Was schmeiße ich jetzt hier raus? Ich schmeiße diese Einheit hier raus. Dann kann er nämlich jetzt hier die Truppen auffüllen. So, und jetzt schauen wir uns ihn mal an. Der Patriarch ist ein unglaublich nützlicher Buffbot. Also ohne Witz, der ist allround nützlich in einer Armee. Er kann Truppen auffüllen, wie ihr sehen könnt, bis zu 9% mehr Verlust Verstärkungsrate. Korruption reduzieren, Gebäude beschädigen, Verwunden, Verstärkung behindern, ist jetzt nicht so spannend, und Spezialist, falls man ihn quasi nicht in einer Armee einsetzt. Aber ich bin der Meinung, die setzt man in der Regel in Armeen ein. Denn er hat hier die Möglichkeit, schon von Anfang an auf Stufe 2, Ursuns Gebrüll zu lernen. Das ist jetzt erstmal ein Buff um ihn herum, der für 9 Sekunden einen kleinen Angriffsbonus und mehr Führerschaft verleiht. Ist also praktisch, wenn man ihn zusammen mit irgendwelchen anderen Kriegsbärenreitern oder Kavaleristen und manchmal auch mit Infanterie einsetzt, dass sie, wenn sie selber anstürmen, mehr Damage machen. Dann gibt es 3 Optionen. Das ist eine Entweder- Oder-Oder- Ihr könnt nur eines von diesen 3 Dingern nehmen. Entweder nehmt ihr der Duschslid des winterlichen Sonnenlichts, dann könnt ihr in eurem Umfeld, es sind 2 verschiedene Stufen, das geht immer 10 Sekunden lang, 35 Meter um ihn herum, das gilt für alle diese Dinger hier, die Fitness eurer Truppen, also die Ausdauer wiederherstellen, dass die wieder besser kämpfen, nachdem sie schon eine Weile sich abgerackert haben. Das kann nützlich sein. Ich entscheide mich in der Regel dafür, den Minibug in seinem Umfeld plus 40 Nahkampfangriff. Warum einen Kampf in die Länge ziehen, wenn man ihn schnell beenden kann? Mit plus 40 Nahkampfangriff in seinem Umfeld ihr Muli next halt einfach quasi alles nieder. Und ihr könnt es ja noch verbessern, dann reduziert sich nochmal die Abkühlzeit, denn es hat 90 Sekunden, aber dann nochmal 25 Prozent weniger weg, ist das Ding also schneller wieder einsatzfähig. Und auch schönen guten Abend nochmal an alle die dazugestoßen sind, dann hat euch einen Candy küsst. Alternativ zu Tors Schlachthymne oder Das Lied können wir auch Saljaks Schlummerlied nehmen. Das ist de facto ein Regenerationsfeld, also er heilt in der Schlacht die Trefferpunkte der Verbündeten wieder hoch, 0,8 Prozent. Das ist schon ordentlich, aber es stellt halt keine Toten wieder auf. Das kann nützlich sein, aber ganz im Ernst, das ist so gut, ich nehme immer das, ich habe sie ausprobiert. Glaub mir, das Ding spürst du, du spürst es wirklich enorm. Was kann er noch? Natürlich hier seine Kampffähigkeiten, Waffenschaden, Verteidigung, Nahkampfangriff, Moral, Aura, seiner Führerschaft um die Moral noch weiter an seine Verbündeten zu treiben. Leider geht das hier nicht auf diese Boni, schade. Gesegnete Scheiben, noch mehr Führerschaft, die Charakter Aura, Lebenspunkte, Ansturm, Bonus, Rüstung, Schaden. Und am Ende noch die andauernde Hingabe, das bringt um ihn herum noch mehr Nahkampfabwehr. Also er bufft noch mehr Nahkampfabwehr und Führerschaft und Immun gegen Psychologie in seinem gesamten Umfeld. Was so ein bisschen das Banner von Prag obsolet macht. Als letztes haben wir dann noch seine besonderen Sachen. Da oben die Sachen seht ihr schon in der Schlacht, was Kriegswehr, Schutz von Ursohn, also Schoss, Resistenz und Unsterblichkeit ab Stufe 20. Dann haben wir, ich glaube, das sind alles entweder oder, also entweder oder, 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 oder. Heiler, ihr könnt dafür sorgen, dass er noch mehr Verlustverstärkungsrate macht. Er hat auch mehr Lebenspunkte und die Abkühlzeit für Saljaks Schlummerlied. Also das sollte man natürlich auch clever kombinieren. Also wenn ich dann sage, ich nehme Saljaks Schlummerlied, dann nehme ich das da, weil es schneller wieder einsatzfähig ist. Nochmal 25% schneller. Das heißt, dann habt ihr keine Abklingzeit mehr von 90, sondern nur von 45 Sekunden, wenn ihr das hier auf Stufe 2 bringt. Ihr könnt aber auch den unermüdlichen Anführer machen. Das gibt ihm die Fähigkeit Perfekte Vitalität. Sorgt dafür, dass er noch mehr Korruption reduziert und er macht dasselbe mit der Abklingzeit für das Lied von Dasch. Also auch schneller einsatzfähig. Der donnernde Redner erhöht nochmal seine Aura, gibt nochmal 5% mehr Schaden, wenn er Gebäude als Agent beschädigt, gibt seiner Aura nochmal 2 Punkte mehr Führerschaft und Tors Schlachthymne schneller einsatzfähig. Nochmal 25% schneller, also auch nach 45 Sekunden, wenn man das hier auf Stufe 2 bringt, weil 2 mal 25% ja bekanntlich 50% Briten, haben wir also eine Halbierung der Abkühlzeit. Was enorm gut ist, denn das heißt, die laufen dann im Grunde eigentlich immer nur 20 Sekunden ohne diesen Waff rum, seine ganzen Verbündeten um ihn herum. Dann gibt es jetzt Bärenvolk, das ist aber auch sehr, sehr reizvoll. Also ihr seht, das ist eigentlich alles gut. Das hier bringt 4% zusätzliche Chance, ein Ziel zu verwunden, wenn wir quasi das versuchen. Reduziert die Abkühlzeit auf Ursuns Gebrüll, das hier, was jetzt aber in meinen Augen jetzt nicht unbedingt der absolute Oberhammer ist, äh, und sorgt noch dafür, dass Ursuns Gebrüll, äh, na genau, es gibt dir noch eine zusätzliche Fähigkeit, dass er selber permanent Raserei unterliegt. Also er selber unterliegt dann Raserei, nicht die Truppen um ihn herum, sondern nur er selbst. Und last but not least kann er noch den hartgesottenen Überlebenden mimen, sorgt dafür, falls ihr die Verstärkung behindern benutzt, was ich in Wormer 2 und 1 selten gemacht habe, weil es sich ja nie wirklich gelohnt hat. Ich habe noch nicht probiert, ob es in Wormer 3 sich mehr lohnt, muss ich noch ausprobieren, aber falls ihr das tut, gibt es hier nochmal eine weitere Verstärkung, dass der Gegner noch weniger regeneriert, dann regeneriert er vielleicht gar nicht mehr, reduziert auch den Verschleiß, den die Armee, in der er sich angeschlossen hat, befindet, und senkt nochmal die Korruption. So geht dazu. Und so sieht der Typ aus. So. Lange genug erklärt, eine weitere Entscheidung steht an. Die erste Entweder-Oder-Entscheidung. Wir haben die Wahl, ihr perfekte Vitalität zu verpassen. Oder wir sagen, wir gehen hier lieber auf Vorhutaufstellung. Fuck, das ist beides gut. Vor allem, wenn sie beritten ist. Oh Gott, das ist beides gut. Jetzt sollte man halt wissen, ob sie danach einen Nahkampfbonus bekommt, weil wenn sie nämlich einen Nahkampfbonus bekommt, was sie auch bekommen kann, dann wäre perfekte Vitalität geil. Ich denke aber, ich nehme hier die Vorhutaufstellung, weil eine Magier mit Vorhutaufstellung, das kann schon echt reinhauen. So einen ganz, ganz frühen, üblen Cast. Du stellst sie irgendwo mit einem Pferd oder so, oder mit einem Bär in einen Wald, und dann castest du plötzlich einfach, und der Gegner weiß einfach nicht, woher es kommt. Das kann richtig reinhauen. Kislev ist jetzt auf die nächste Stufe, und damit beginnt der Spaß. Denn jetzt können wir schon die ersten Gebäude dieser Art erbauen, und ich fange natürlich mit dem Bokka-Palast an. So, dann können wir hier uns überlegen, was wollen wir denn noch machen? Ihr seht, mir geht jetzt hier das Geld, und das Stimme ist halt auch, es kostet halt auch jedes Mal Hingabe, können wir halt hier noch kein zweites Gebäude bauen. Aber, wir könnten uns überlegen, hier in diese Richtung zu gehen, oder das, oder das. Ähm, ich glaube, ich werde jetzt hier mit der Verteidigung anfangen. So, genau, das ist das, was ich jetzt hier tun werde. Und ich werde das Gebäude jetzt hier zerstören, baue das hier noch aus, und das hier noch aus für noch mehr Wachstum. Okay. Denn ich möchte diese normalen Einheiten, also die ganzen Corsars, hier rekrutieren, in diesen Landen, und nicht irgendwo in einer Stadt, wo ich eigentlich hochstufige Gebäude haben kann. Ähm, ich gucke gerade noch mal die. Nö, da geht nichts. Dann ab in die zwölfte Runde. Hallöchen, herzlich willkommen an alle, die zugeschaltet haben. Oh, und ich sehe gerade eben Hallöchen Black Drift. Willkommen. Oh Gott, da habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie viele Provinzen und Siedlungen es gibt. Ähm, ganz im Ernst, ich habe das noch gar nicht durchdacht, ne? Also der östliche Oblast hat ja vier. Dann haben wir halt, das ist auch teilweise schwer, ne? Also ihr seht hier, der Fluss, Skoi hat eine, Prag ist eine, Ehrengrad ist eine, wir sind es auch wieder vier beim, äh, äh, wie heißt, wie heißt diese Oblast? Ist, glaube ich, der nördliche Oblast. Äh, wie dem auch sei, also es ist nicht so einfach. Wasch, also ich könnte wahrscheinlich bei CA fragen und sie würden es mir wahrscheinlich sogar sagen. Aber ich weiß es gerade eben einfach nicht. So, die haben jetzt gerade eben gemerkt, dass ihr Leben plötzlich sehr viel schlechter geworden ist, weil ich sie hier erwische. Und das werde ich jetzt auch tun. Lasst uns einfach mal wieder kämpfen. Auch wenn wir total überlegen sind. Lasst es uns genießen, dass der Feind in Grund und Boden gestampft wird. Außerdem möchte ich gucken, wie stark dieses Banner, oh, 89 an Sturmboden. Damit haben die mehr Ansturmbonus jetzt durch dieses Banner als die Greifenulanen. Die haben nämlich, glaube ich, 80 oder 70. Und Mr. Klatsch, ich grüße dich ebenso. Herzlich willkommen. Und natürlich auch an alle anderen. Willkommen. Oh, dieses Gebiet habe ich noch nicht gesehen. Das ist neu. Ich versuche mal, Magie zu analysieren. Ich habe hier lächerlich wenig Magie. Und? Ha, es bleibt bei vier. So. Okay, Freunde. Wir stellen unsere Truppen auf. Dieses Mal ein bisschen enger. So, einmal, zweimal, dreimal. Dann tue ich euch hier auch mal ein bisschen mehr konzentrieren. Leider haben die hier keine Vorhutaufstellung, aber egal. Obede, die Orthodoxie. Patriarch. Der People's Ruler. Okay. Armored Kossars. Hovig. ich finde diesen spruch sehr altruistisch sie fühlen sie also verantwortlich für das glück eines jeden menschen ich das schriftlich ein politiker sowas sagen muss immer gleich sagen kriegt das schriftlich wenn sie auch kurse bietische derwische so wir machen das jetzt hier folgendermaßen ich werde hier angezaubert wie unhöflich soll jetzt dass er jetzt hier die range mit der ich diesen zauber jetzt hier sprechen kann und dann können die weiter schließen und treffen besser jetzt genau diese pistolen schützen früher schießen ja die da die politischen derwische haben kein leichtes leben hier dort die rennen halt voll in diesen geschoss hagel rein und kurs aus und kann so die kurs aus nutze die weil die halt bei diesen sperrbonus haben die eiswache anzugreifen ist nicht clever auch nicht in den rücken und jetzt beginnt der empire part ihr seht ich geht es aber näher ran aber nicht so dass sie weg rennen und schießt jetzt aber mit den pistolen zusammen wurde wie ein fantasy empire so ein bisschen dadurch 210 siebungen ok die jener einfach wirklich dauernd komplett aber sie haben auch nicht so mega viel munition das merken jetzt gerade und gewonnen und wie gesagt das hier gibt es noch in krasser die sind dann zwar nicht mehr ganz so sehr in der defensive stark aber die spiel sie sind gefühlt das was es gibt auch in age of empires 4 gibt es doch auch solche russischen op schützen das ist das äquivalent zu denen hier so den mampfen wir jetzt noch schnell oder stiegen die strelizen strel sie strelizen ja stimmt macht sinn die wort verwandtschaft ist unverkennbar eigentlich ich habe doch schon zu lange kein h4 mehr gespielt deswegen weiß ich das kann eben nicht mehr wie heißen ja wir spielen auch normal wie gesagt wir spielen auch normal wie gesagt das ist einfach nur zur vorstellung auf normal bis das spiel quasi raus ist und hoffentlich gebalanced ist ja was soll man machen man kann irgendwie natürlich auch nicht abstreiten dass wahrscheinlich auch slawische wurzeln wahrscheinlich in einem irgendwo stecken so ich verliere befürworter übrigens weil ich gegen das ist der große malus übrigens jetzt hier ist er schwarz auf weiß weil wir gegen kiss leviten kämpfen verlieren wir befürworter das finden die nicht gut wir bekommen aber die standarde der städte vor und aufstellung für irgendeine einheit ich nehme die verlust verstärkung das ist auch geil eine unterstützung rekrutierung für infanterie plus zwei stufen jetzt muss ich mich halt nachher beim imperium entschuldigen dass ich einfach so ihr land betreten habe ich hoffe sie sind einfach nicht nachtragend stufe 10 ist erreicht wir gehen jetzt hier auf ausweich einfrierende winde nehme ich jetzt auch wie gesagt den gegner verlangsamen ist so eine geile kombo eigentlich ne deine truppen schießen weiter und genauer und der gegner ist langsamer global so wir gehen jetzt hier auf erste stufe und dann habe ich mir danach noch volksgrad und dann ist die sache hoffentlich geritzt weil der kann jetzt eigentlich kein nicht mehr nicht mehr das wasser reichen um diese schlacht schlagen wir auch selber haben eine kleinere armee insgesamt also wie gesagt das sind die einheiten übrigens mit denen du als kost halten eigentlich eher unterwegs bist als diese hier die bekommen die boni diese einheit hier bekommen die boni von kost halten momentan noch nicht also die gepanzerten kurs aus warum weiß ich nicht habe mich schon beschwert besser ich hoffe sie ändern das noch weil das macht das leben mit ihnen sehr schwer um es mal so zu sagen und diesen mal die speerträger in die flanke gestellt wegen den kavalisten jetzt ist gleich soweit lassen die bogenschützen erstmal sprechen die haben die schilde ich will das bin ob etwas geschossen wird auf sie geschossen wird die schilder im die sehen da ja gar nix non judgmental ich gehe davon aus dass es einen patch geben wird denn wie gesagt wir sammeln gerade eben noch jede menge feedback von also uns partnern und demnächst noch die very falls dazu ich weiß halt nicht wie das da alles schon gepatcht wird aber es wird entweder einen day one patch oder ein baldigen geben das weiß ich aber im detail nicht kann sogar noch sein dass im laufe meiner vielzeiten patch kommt also kommen sogar immer wieder mal patches rein also ist nicht täglich aber so alle paar tage habe ich schon gesehen ja krass wie darf sie stehen bleiben das liegt an dieser fähigkeit hier bei unseren bluten wenn die irgendwie anfangen zu banken dann sind sie vor 30 sekunden lang unerschütterlich deswegen bleibt bleiben die kistleviten so lange stehen und zwar alle kistleviten wir haben einfach eine 30 sekündige schonfrist auf die flucht kämpfen einfach weiter danach ist es halt irgendwann mal und baller den weg wollen miesling okay die haben keine muni mehr egal da lassen wir ihn rennen der war eben marsch modus ist am ende so also für einige fragen es gibt auch schon faq und wie sarcas schreibt es sind schon einige fragen beantwortet klappt auf dem offiziellen discord und auch bei mir meine ich ich weiß auch gerade nicht mehr wie jede einzelne frage die wir schon mal beantwortet haben die erlaubt war zu beantworten geil pelz des großen bären perfekte vitalität für den charakter das ist sehr sehr cool aber ihr seht auch weil ich jetzt hier wieder gegen die gekämpft habe minus zwei befürworter so dann mal gucken ich glaube kann halt mehr einkommen gebrauchen ich kann aber auch mehr ich nehme mir das verließ der orthodoxie weil ich einfach die befürworter brauche wir gucken mal hier rein wie es gerade aussieht ihr seht ne der olle kost halt hin macht dich gerade leider besser als wir der hat schon 22 unterstütze und ich erst acht aber das ist alles noch in den kinder schuhen so dann gehen wir noch auf das da noch mehr wachstum wir haben wieder eine entscheidung zu treffen was soll unsere evelina bepchuk noch bekommen entweder wird sie abenteurer das gibt ja eine chance für ihre für feindliche heldenaktion dass die eher scheitern oder ich mache aus ihren streiter da hätten wir den nahkampf ich glaube ich nehme den da mehr rüstung mehr nahkampf abwehr weil die wird eher irgendwo auf einem bären reiten und ich setze die dann auch tatsächlich in nahkampf ein so sie hat eine gefechtsausbildung mit vorruder aufstellung ist eigentlich eine geile kombo so und ab in den nächsten turn und schönen guten abend alle die zugeschaltet haben willkommen wir werden das hier auch weiterspielen weil wie gesagt um 20 uhr kommt günner und dann fangen wir eine neue runde mehr spieler an aber ich kann das 100 turn spielen das schaffe ich aber nicht alles in einem stream das hat beim letzten mal schon bei kairos dazu geführt dass ich über 24 stunden warten musste dass das video auf youtube gerendert wurde und selbst dann als ich dann released habe weil ich mir gedacht habe jetzt will ich aber bringen war es immer noch auf 360 p inzwischen kann man es angucken aber war ein bisschen schwierig die haute couture slanisch korruption so unsere verteidigung hat sich auf einmal deutlich verbessert in kislev und ich möchte das eigentlich noch weiter verstärken hier wir marschieren jetzt hierhin bis hier gehe ich ja aber dann muss ich nicht marschieren bin ich immer noch in meinem eigenen land und kann noch ein bisschen regenerieren du gehst erstmal da rein und wartest hier regeneriert ebenso jetzt kann ich endlich das hier machen um endlich hier wieder truppen rekrutieren und die letzte entscheidung was soll mit der wächterin des eises werden entweder bessere schwerter oder bessere bögen sie gibt eis wachen oh gott ist es oben plus acht nahkampf angriff für eis waren das ist ja das schreit ja geradezu danach dass das in unsere hauptarmee rein muss und oder bessere bögen eis wachen haben mehr geschossstärke neben die geschossstärke die geschossstärke schon gut genug lasst uns mal auf nahkampf gehen ich gebe ihnen mehr nahkampf es ist so viel es ist auch ein saustarker bonus unglaublich danke an joshi für den aufschluck eins genau schwer erhalten die linie richtig wobei du wirst nachher sehen bürgen halten die linie waldelfen und hochelfen werden sagen älter übertreibt so nächste tour durch die diplomatie offeriert uns leider gar nichts damit gehen wir in den wird das diskuss der fers non judgmental ich kann diese frage wahrscheinlich sogar jetzt schon beantworten ja ja emperor kann man du musst sie nur ausformulieren dass ich sie verstehen aber militärische zugang für geld war doch mal das verhandeln wir mal nach derzeit jetzt 314 und nicht nur 200 nachverhandlungen sich immer so ein korn aus dem gebäude baukosten ok winde der pein endlich mal mehr in den bindeln der magie ja komm dann gehe ich jetzt halt diesen vollen weg dieses bisschen verschleiß bringt mich nicht dann geben wir auf das da springen warum hast du mir gezeigt dass ich dahin soll spiel keine ahnung nächste tor äh dann danke ich dir joshi dass du reingeschaut hast und jetzt sogar bleibst es freut mich natürlich dass es dir gefällt es ist situationsbedingten der rechten vergleich mit den schwestern die schwestern haben magische angriffe die feuerschaden verursachen die ihr machen kälteschaden der kälteschaden macht die gegner langsamer warum ist langsamer sehr stark gegner die langsamer sind haben größere probleme alleine durch ihre geschwindigkeit geschosse zu vermeiden das heißt die bögen treffen sogar besser und das ist ein riesen vorteil das kommt jetzt natürlich darauf an wie zielgenau die eiswache im vergleich zu den schwestern von abolon ist wir kennen die genauigkeitswerte leider nicht immer noch nicht wird immer noch nicht angezeigt aber es ist auf jeden fall schon mal ein faktor dem mit einrechnen muss denn oft treffen bei besonders schnellen einheiten die pfeile nicht weil die einheit zu schnell ist und die eisbögen da reicht hat ein pfeil der trifft die gesamte einheit ist verlangsamt und das macht die sache so stark dann treffen alle anderen besser müsste man ausprobieren situationsbedingt ja ja man kann im achterkorb spielen richtig was werden wir nachher um 20 uhr alles ein bisschen ausbaldobern vielleicht sogar aus rambolen wenn gönner da sind ein paar neue schöne optionen dazu gekommen ich finde dieses diese vorwurtaufstellung interessant was mache ich denn jetzt damit werden wir im gebe ich denn jetzt eine vorwurtaufstellung ich glaube noch niemanden das mache ich das später wir berechnen das ja und dann haben wir es endlich gewonnen ach die schwestern der waldelfen ja die haben die haben glaube ich giften verlangsamt auf so mission erfolgreich nehmt erfolgreich den oblast sein 5000 gold und hingabe jetzt los so wir sollen ab jetzt in den adam an nennen sobald wir zwei vollständige provinzen haben kissleff ist eine und der oblast hier ist eine wenn wir einen adam an nennen das ist eine art neue heldenkommandanten klasse immer noch theoretisch als kommandant reputieren kann aber diesen halt sehr limitiert und zwar immer so soweit ich mich recht erinnere ja wir klicken einfach gleich drauf also wenn ich das mache bekommen wir immer 2000 gold und den spiegel der eiskönigin ihr seht schöner schadenszauber und das geht jetzt hier das war vorher war das immer ausgegraut hier atamane dann entgeht dieses menü hier auf und ihr seht schon mal hier die provinz effekte die momentan hier am start sind und das hier sind es die verschiedenen vier atamane also adligen oder was ist adling also einfach so häuptlinge oder bürgermeister die sich anbieten die unterschiedliche boni mitbringen und die entwickeln sich auch unabhängig von normalen kommandanten fähigkeitsbäumen weiter die bekommen also eigene trades auf eigenem wege diese kollege hier bringt uns zum beispiel mehr einkommen und gleichzeitig mehr wachstum dieser hier reduziert die korruption und gibt uns gleichzeitig noch ein bisschen kontrolle der ist hauptsächlich auf kontrolle und der reduziert komplett die korruption das kann man sich jetzt überlegen wie man die jetzt letzten endes hier macht also ja die stadthalter die stadthalter und rome können nur dass sie halt hier flexibler sind also ich kann es einfach entscheiden dass jetzt zum beispiel eher ich mag das hier zum beispiel mit dem wachstum und mit dem einkommen ich nehme ihn hier während den schicke ich jetzt hier in den östlichen oblast und damit ist er jetzt hier gesetzt nächste runde ist da und ihr seht was jetzt hier verstärkt das hier was ohnehin schon da ist den kann ich dann auch irgendwann mal dann woanders noch hinpacken und er wird es alle paar runden event bekommen wo das spiel mich fragt hey ähnlich wie bei den lieber im eishof möchte so dass diese fähigkeit entwickelt oder diese er bekommt keinen richtigen ausführlichen fähigkeitsbaum aber er bekommt eigene trades die ihn in dieser rolle gut machen und manche dieser trades bringen ihm auch kampfpunkte denn der typ ist in jeder verteidigungsschlacht egal in welcher dieser vier siedlungen vor ort weiß ich wie das macht wahrscheinlich hat eine gute verbindung zu scotty und lässt sich hoch beamen oder sowas in der art aber auf jeden fall ist in jeder schlacht vor ort und kämpft als kommandant mit und hat natürlich dann moral boni und auch ein paar andere fähigkeiten die er vielleicht in seiner entwicklung mitbringt ein vollwertiger guter kämpfer aber es ist ein zusätzlicher kämpfer und das ist immer gut hallöchen electric mail schön dass auch mal hier ist grüßt ich habe den verräter genommen wieso aber warum habe ich den verräter genommen egal ignorieren wir das so nächste forschung wir haben den spiegel der eiskönigin bekommen den könnte ich eigentlich auch jemand mit dem next geben so was wollen wir denn als nächstes machen hier müsste ich halt auf stufe dann muss ich hat drei sachen hier frei forschen mal gucken hinterlader reduziert die die nachladezeit der kursars gepanzerten wie ihr seht und ich kriege mehr munition sergische ambosse flügelulanen mehr rüstung eisrieten physische assistenz für elementarbeeren bringt uns nichts momentan zumindest nicht fraumes bekenntnis chance dass sie eine seuche sich verbreitet wird reduziert und mehr hingabe durch kämpfe gegen das chaos ich will es glaube ich echt mal hier hin ich gehe jetzt auf die verlust verstärkung noch mal zwei prozent global mehr verlust verstärken wir sind auf level 10 jetzt gekommen und können uns jetzt hier mal ich gehe jetzt mal auf die magischen reserven ich will mehr energie haben bei dir gehe ich jetzt hier auf den beißen bei ich gehe auf den hagel schon der hagel sturm der wird hier dadurch noch mal günstiger und die chance ist geringer dass wir einen kontrollverlust erleiden so er bekommt es hier ursons gebrüll dann kann ich mich danach zu haus schlachten hümmel freischalten okay wir bauen das hier sofort aus volksgrad und jetzt lege ich hier diese einheiten zusammen denn ich habe nicht vor diese einheiten ewig zu behalten ich meine doch die da jetzt hier schon raus ich will andere einheiten in dieser armee noch haben ihr seht was jetzt hier schon gehen würde ich kann jetzt hier theoretisch und zaren wache rekrutieren aber die zaren wache ist ja vielleicht nehme ich ein paar mit rein und wenn es einfach bloß ist um eine linie zu halten ich sind halt sehr teuer im direkten vergleich sind die kosten 112 sind günstiger als diese richtig krasse elite eiswache ist günstiger als die da in den 50 prozent rabatt den katarina bekommt wir sind sogar günstiger als diese kurs mit spähen deswegen lohnen sich diese kurs da ist nicht sobald wir diese eiswachen selber rekrutieren können fliegen die alle raus weil die halt auch bogen schießen so kislev kislev bekommt ja da will ich hin denn da kann ich noch mal einen weiteren punkt einen weiteren ab einen weiteren befürworter bekommen wir gehen jetzt hier auf die nächste stufe der kontrolle der verteidigung und ihr seht kislev ist eigentlich jetzt für das early game nahezu uneinnehmbar und das wird noch schlimmer also ich halte für kislev für ähnlich uneinnehmbar wie zum beispiel das schlankentor bei katei ist richtig heftig so hallöchen nochmal an alle die dazugekommen sind willkommen das überspringen wir mal gerade eben jetzt können wir natürlich auch noch was hier setzen kontrolle einkommen rekrutierung korruption ne ich gehe hier auf kontrolle und reduzierte bewegungsreichweite für feindliche einheiten so guck mal in die diplomatik nein ah stirland möchte gerne einen handel mit uns haben und bezahlt dann gucken wir mal militärischer zugang geht nicht und der rest hier geht auch nicht gut aber ich bin zufrieden wir haben einen weiteren fortschritt gemacht auf nach turn 16 tut mir leid hans dass meine streaming zeiten unmöglich gerade sind ich weiß es nicht gerade arbeitnehmerfreundlich so schatzkammer 5000 und talisman der ausdauer wenn wir eine weitere provinz einnehmen wir brauchen eine dritte und jetzt haben wir tatsächlich eine aufgabenschlacht das ist jetzt wirklich eine aufgabenschlacht da müssen wir für den kristallmantel wie ihr seht eine schlacht schlagen und er bringt uns rüstung reduziert die erfolg chance von feindlichen helden reduzierte wundheilzeit falls wir mal sterben sollten was ich hoffe gibt ihr noch mehr nahrkampf abwehr rettungszauber und die fähigkeit kristallmantel wie ihr seht 31 sekunden immer dann aktiviert wenn sie zaubert also wenn sie zaubert hat sie danach für 30 sekunden 20 prozent schadenswassistenz und das müssten wir dann hier gegen so eine horde des zinsch antreten damit warten wir aber noch so ein bisschen denn unsere truppe ist momentan wie ich finde noch nicht auf dem level wo sie sein sollte um das zu tun ich kann es theoretisch da oben hin marschieren und schon mal oh warte mal ich habe noch krieg mit prag und ich bin ja noch gar nicht fertig mit denen wir können es uns noch prag holen dann rekrutiere ich vielleicht noch mal ein paar einheiten hier rein ja noch mal zwei von denen auf nach 14 der will frieden netter versuch und grüß dich wollen willkommen hier haben wir schon stufe 3 ich gehe jetzt hierhin damit ich hier die strel sie mal bekomme so jetzt gibt es hier die tors schlachthymne die ist erst auf stufe 2 die siedlung ist also momentan noch angreifbar für uns überlegen ob ich diese truppe komplett neu aufstelle die zwei hier lasse aber das hier rausschmeiße denn hier hinten ist gerade eben alles safe so und das ist wichtig die basilika der orthodoxie dann verdopple ich nämlich jetzt hier mein einkommen an befürwortern pro runde wie sieht es eigentlich aus für uns wird sind zu 30 also ihr seht kost halten kommt auch nicht so krass voran was für uns gut ist auf nacht von 18 unschönen guten abend noch mal an alle jahren und judge mental dieses spiel ist inzwischen wahrscheinlich das einsteigerfreundlichste was man haben kann beim einfachen grund ich habe es schon erklärt aber da war es wahrscheinlich noch nicht da wir haben ab jetzt den sogenannten prolog das ist ein sehr ausführliches tutorial was aber auch für alte hasen interessant ist weil es auch die geschichte die vorgeschichte zur eigentlichen kampagne erzählt das ganze ist eingebettet ein schritt für schritt mini kampagnen tutorial das ist eine eigene mini kampagne mit tutorial schritt für schritt werde ich auch noch zeigen aber nicht heute weil es hat auch sehr sehr viele sachen beinhaltet ich möchte dass jetzt erstmal kissleff kennen lernt und euch selber entscheiden könnt ob das ding selber spielen wollt weil es cool inszeniert ist und es selber erleben wollt und ihr nicht kissleff dadurch kennenlernen sollt weil man da auch kissleff spielt und gleichzeitig gespoilert werdet ich mag kissleff i like kissleff i really like them they are different and fun to play ich hatte ja ursprünglich mal angst dass sie eventuell zu sehr wie das imperium sein könnten nö sind sie nicht sie sind besser als das wird hart ich bin gespannt ob die einen ausfall machen weil das ist eine richtig harte truppe die da jetzt hier drin steht weiß nicht wo die die siedlungsgarnison plötzlich aufgetrieben haben habe mich vielleicht auch vorhin verguckt aber mal gucken ob wir die belagung machen scheint auch für den einfluss zu ziehen okay dann habe ich mich verguckt als ich das mal selber getestet habe so hier gibt es bauholz aber ich mache als allererstes das da das hier reiße ich dann ab weil ich liebe das bauholz habe und hier ist eine atamanen entscheidung er muss ein urteil fällen einem ataman fällt oft die aufgabe eines richters zu er muss schuld und unschuld in rechtlichen und weniger rechtlichen streitigkeiten unterscheiden eine angemessene strafe verhängen solch ein urteil ist nun fällig sollte eine person zu lasten der gesamten ortschaft entschädigt werden belohnung für den einen bringt ihm selber die heroische zähigkeit also das was wir vorhin gesagt haben wir sind ein guter nahkampf bonus wenn er selber in einer verteidigungsschlacht mit wirkt und unter 50 prozent leben fällt oder wir können sagen eine wohltat für alle also der eine wird nicht entlastet und dafür bekommen wir einfach lokal mehr wachstum wenn er anwesend ist eine verdammt schwierige entscheidung daher wachstum irgendwann nicht mehr so die große rolle spielt nämlich tatsächlich die belohnung für den einen so individuelle rechte und so okay ihr seht er bekommt ihr diesen trade ist aber leider nirgendwo anschauen können weil wir können typen nirgendwo wirklich anklicken kennt ihr eigentlich das hier schon da oben ist die liste aller charaktere die wir besitzen wenn wir durchschalten außer die atamane die sind leider da oben nicht dabei weil die halt einfach keinen fähigkeitsbaum haben das hier lassen wir auch gerade eben noch mal auf nacht für 19 das mit kistler von cool benutze ich häufiger kai der will ist ein schutzbündnis da sage ich natürlich nicht nein das ist total super dann können wir nämlich mit denen da oben eventuell irgendwann mal konfederieren auf friedliche art und weise so mehr verstärkung dran ihr seht die machen keinen ausfall weil sie im ausfall keine chance hätten das hier ist übrigens auch interessant treu ritus wird den zaren wachen bekommen mehr ich gehe jetzt glaube ich hier hier ist übrigens auch noch ein bonus für das imperium da ich werde es hierher gehen und die erst den ersten slot zur ausbildung einer eishexen kommandantin so dann machen wir jetzt hier die holz die försterhütte die verbessert übrigens auch das einkommen aus allen gehöften reaktionsweit am ende plus sechs prozent da merkt ihr quasi das ist das bessere die die bessere bauernwirtschaft im vergleich zu bretonia so bogenschützen reiter nehmen wir auch noch mit rein das ist jetzt hier alles ready dauert auch nicht mehr lange bis stufe 4 hochgehen können den überspringen wir auf nach 22 cool föderieren genau cool für dich ein cool blot oben jetzt kommen die worte so verdorbene infiltration das undenkbar ist geschehen wir haben einen chaos kult im herzen des mutterlands entdeckt nein die frevler wurden umgehend hingerichtet dennoch müssen wir drastische mittel ergreifen um eine erneute infektion dieser art zu vermeiden folgen wir dem dogma bekommen wir mehr führerschaft beim kampf gegen chaos dämonen nur gegen dämonen sind wir rational bekommen wir eine erhöhte diplomatische beziehung mit allen menschen ich habe bis jetzt jedes einzelne mal die rationalität genommen zumindest auf normal ist das die beste entscheidung in meinen augen weil die führerschaft von kislev bis jetzt eigentlich immer ausreichend ist und der bonus halt auch durch ihren besonderen wir bleiben stur und rennen nicht weg wir werden unterschütterlich statt weg zu rennen hat das häufig auskontert deswegen nehme ich die rationalität ob das moos ist oder neugel korruption es ist einfach nur moos wie du siehst hier ist keine korruption am start nicht also gar keine toi 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 so unser verbündeter baut es schon mal einen außenkosten schau mal wir sind jetzt übrigens auch ganz nah jetzt hier einem wie heißen sie noch mal ein skrotz hier übrigens es gibt hier überall hier solche sachen wie solche die frostfälle wer kennt die frostfälle obwohl boris leiche in einem unbekannten übergang des flusses lümsk verloren worden war besagt die legende dass das mutterland seinen körper mit der strömung weggetragen hatte es wurde jahre später gefunden eingeschlossen im eis der frostfälle es gibt noch mehr solche legendären orte vor allem weiter im westen die sehen wir bloß noch nicht genau der züchterclan ist da richtig das muss der namen wieder nicht eingefallen ab jetzt haben wir jetzt schon die möglichkeit für den pyros sieg und ihr seht das schöne ist schon ab turn 1 gibt es hier äh verschleiß und ganz im ernst ich sehe auch gar keinen grund warum ich das jetzt hier nicht tun sollte wobei doch kommt wir werden wir werden nächste runde wir lassen noch einmal und dann werden wir angreifen schön eine schöne belagerung schlag mit ein paar dezimierten feindlichen einheiten das passiert aber auch euch nicht vergessen ihr bekommt immer ab turn 1 verschleiß das heißt ihr habt immer sehr wenig zeit darauf zu reagieren und wenn es einmal passiert ist ist die abwärts spirale im grunde eigentlich schon gesetzt ich denke dass ich jetzt volksgrad er hat ein level ab er bekommt es inspirierende gegenwart das ist mein recht ne das meine ich noch nicht hat alles noch zeit es sind ja es sind noch mehr krasse änderungen eine weitere änderung die euch vielleicht auch nicht bewusst ist ich habe schon kenne dem einen oder anderen ist es schon aufgefallen früher war es so dass neutrale armeen die keine verträge miteinander hatten aber einen gemeinsamen feind hatten also zum beispiel du hast jetzt hier zum beispiel das imperium und du hast irgendeine zwergenfraktion die aber aus irgendeinem grund kein bündnis miteinander haben haben aber beide gemeinsam krieg mit den untoten von sylvania dann greift sylvania an und obwohl sie beide nebeneinander stehen gucken diese neutralen zueinander stehen in sich gegenseitig einfach nur an und sagen ja ja zwar auch mein feind aber mir scheißegal in war immer drei kämpfen die zusammen obwohl sie nicht verbündet sind die kämpfen zusammen der feind meines feindes ist mein freund muss man berücksichtigen die zeit des zorns kornkorruption also dass das das macht im spiel teilweise gibt dem ganz spiel teilweise komplett anderes spielgefühl im vorgänger es fühlt sich so vertraut und doch so anders an durch diese vielen kleinen änderungen halüchen dice schönen guten abend willkommen ich grüße dich so dele jetzt werden wir prag stürmen freund ihr seht die haben schon richtig gelitten vorgut aufstellung ich denke dass ich diese vorgut aufstellung jetzt tatsächlich hier dem luchs geben er dem leopard gebe obwohl er wie ein luchs aussieht einfach aus dem grund weil ich möchte dass er sehr sehr schnell an das tor heran rennt ja da ist es gibt war immer drei vorschau ja in anderen total war titeln ist es standard wobei nicht in allen aber du hast recht silber fuchs es war bloß in den warhammer teilen nicht ich finde das spiel bis jetzt wirklich sehr unterhaltsam also ich habe sehr viel spaß ich darf bloß nicht genauer werden ich habe immer noch ein review embargo und muss mich deswegen zurückhalten was solche sachen angeht so gucken wir uns mal diese stadt an ich kann mal kanalisieren genau kislev ist cool wer was anderes behauptet war noch nie dort so also das ist jetzt hier frag leute die map von frag ich meine schaut euch das mal das ist ja krass ohne witz stellst du dich ja mit deinen fernkämpfern hier hin und mit deinen nahkämpfern da hin machst hier noch zu und hier noch zu und zeigst den gegnern die anstürmen den mittelfinger so würde ich das machen diese high ground position ist ja so stark ich möchte hier verteidigen dürften ist das geil ja genau man zeigt ihnen die kalte schulter richtig das passt besser ins system boah ey ohne witz jetzt möchte ich wenn jetzt hier auch noch irgendwelche barrikaden möglich sind dann wird das noch umso heftiger also ihr seht ne ca hat nicht zu viel versprochen die städte sind einfach nicht in jedem fall aber in vielen fällen einfach geiler als in walmart 2 einfach geiler okay wir werden hier eiskalt haha um mal wieder beim thema zu bleiben die mauer angreifen so dann macht ihr jetzt hier mal die nummer 2 hier seid ihr die nummer 1 du grenzt hier einfach hinterher der kleine fliegende ocelot geht dahin hier geht dahin jetzt habe ich ihn auch wieder vergessen verdammte axt ich hasse es wenn ich mich verklebe okay na dann näher ran näher ran wir sehen es halt noch nicht ja versucht mal diese türme aufzuhalten der ist schon dran und greift an gut boah das ding hat schon richtig schaden gekriegt hier nur 26 prozent zustand ich glaube das geht es da und 19 ich glaube er schafft es vielleicht doch ihr müsst euch auch mal angucken vielleicht so wollen wir zwei die türme haben einen viel größeren kontrollbereich der bei warmer war der spitzer keil und jetzt sind halt so also die türme sind auch viel besser geworden ja du kannst immer noch nichts machen ok nein sie haben es kaputt gemacht das wäre als früher nie passiert weil früher wäre während diese türme einfach jetzt geh doch daran bist du doof warum änderst du denn deinem kurs die sind doch nicht ganz knuschbar aber immerhin haben wir jetzt schon mal die position jetzt hier geklärt wir können jetzt mal da hingehen und runterschießen wissen das schöne an denen ist die sind auch jetzt hier auf der mauer sehr nützlich die ballern jetzt halt einfach runter die pistolen wo kann ich böse rein zaubern nirgends so richtig böse rein zaubern aber ich kann mal diesen gebundenen zauber ich ja mal machen dort kommt da viel wunde wenn man den overkartet und ich habe noch schilder hier mit denen jetzt ja so ich habe das vorhin noch nicht gemacht ich habe das gerade eben zum ersten mal erkannt dass die gepanzerten korsas einfach dadurch dass sie jetzt hier oben stehen so mega stark sind im schießen und aber jetzt hier unten die straße klären können und da ist ballert fünf subs vielen lieben dank mein lieber ich warte es einfach mal gerade eben warum hier jetzt manpower irgendwie im nahkampf verheizen wenn wir schießen können solange die munition haben schießen wir und dann gehen wir in den nahkampf das immer noch nahkampf Ihr könnt auch mal hochkommen. Ihr kommt auch mal da hoch. Ah, guck mal, da ist sogar... Das sind Barrikaden. Ey, das ist ja der Overhammer. Du kannst hier komplett zumachen. Heilige Scheiße. Du kannst hier komplett zumachen. Da kommt nix mehr durch. Dir auch? Wenn die da oben stehen. Okay, das ist krass. Müssen wir nur noch wissen, wie es hier aussehen würde. Aber da ist es brutal. Hier zwei und hier vorgelagert. Da sehen wir das anhand dieser Position und anhand dieser Position. Dann machst du da oben deine Schützen hin. So wie jetzt hier. Ich möchte nicht der Angreifer sein. Ich möchte mir überlegen, ob er sich hier kaste. Da hinten hin. Jetzt schicke ich die alle da hoch. So, dann holen wir mal den Patriarchen da jetzt hier mal sowas zu bewegen. Wir haben diese 40% Nahkampfangriff, aber er hat ja noch kein Reitier, ist deswegen ein bisschen zu langsam. Und noch mal guten Abend an alle, die zugeschaltet haben. So, guck mal, jetzt kriegen wir plus 40% Nahkampfangriff. Also, wir haben noch nicht gewonnen, ne? Das könnte noch benutztreich werden, ja. Aber das macht nix, weil die meisten dieser Einheiten will ich die austauschen. Ich mach mal hier diesen... Warte mal, der Start gegen Charaktere hat's geheißen, ne? Haben die noch irgendwie einen Helden oder einen Kommandanten oder sind die schon down oder so? Ich seh's gerade eben nicht. Ich glaube, da... Ich seh zumindest keinen. Ne, dann machen wir's anders. Wir casten nochmal sowas hier. Müssen wir das ja erstmal niederknüppeln. für den Vorstoß. Die können jetzt hier wieder schießen. Ach doch, da wär ja einer. Aber jetzt ist der Zauber nicht verfügbar, weil er kostet 14. Ich stelle euch jetzt mal hier hin. Das Ding ist jetzt kaputt. Wir können angreifen. Schon mal die Kabalerie hier wieder zurückziehen. Die kriegt mir zu viel auf die Fresse hier. So, jetzt machen wir mal den Zauber auf ihn. Dass der hoffentlich jetzt mal drauf geht. Okay, der rennt schon weg. Da lohnt sich der Zauber. Ah, sie kann auch nicht mehr durch, weil die haben sich was gebaut. Diese Lumpen. Die Lumpen. Die Lumpen. Die Lumpen. Die Lumpen. Die Lumpen. das stinkt am eis ok nette auswuchsweise die dame schießen auf sie unhöflich er braucht übrigens nicht sehr hat doch er macht sich auch selber erst nicht funktioniert ok man jetzt rück mal hier näher ran ich sehe hier gerade eben schon so ein kleines problem mit der reichweite das ist alles genau abgemessen damit noch gerade so nicht auf die hinteren reihen schießen kann das ist offensichtlich jawohl endlich kommt der army los aber stell dir mal vor da wäre noch mal eine komplette armee drin gewesen ist nicht reingekommen ich habe ihnen die küsse lewiten gelesen aber sie haben wir trotzdem eine einheit gekostet also dass das tat schon weh aber man hat gerade mal gesehen wie stark das ist in diesem mauerner oberst mit dem runterschießen und so also ist einfach nur genial und schönen guten abend noch mal dazu gestoßen sind ein rettungs zauber ist einfach nur ein eine art rüstung wenn du so willst also jeglicher quelle egal magisch feuer oder sonst irgendwie wird einfach diese zahl vom schaden den du bekommen würdest abgezogen und den bekommst du dann doch noch mal befürworter verloren aber geld und dafür erfahrung wir besetzen haben damit eine zweite wichtige stadt die wir auch für unsere technologie brauchen und wir durften auch die nächste technologie haben die nächste mission provinz gesichert genau da ist es nochmal 5000 geld wird der provinz gesichert talisman der ausdauer den wir gerade bekommen und die fraktion ist endlich weg die robs man so das hier brauchen wir nicht das wird sofort gelöscht zwei level ups auf einschlag okay ich bleibe wie gesagt bei ihr auf der magie ich gebe jetzt die erdung und den kristallschutz danach welchen die akka also das ja noch machen die akane kanonisierung und dann können wir uns mal um diese linie kümmern es sei denn irgendwann mal kommt das hier noch an das geht jetzt schon dann mache ich das zuerst die eis herrin ja damit ist zuerst ich kann sie jetzt hier zu einer besseren kämpferin machen unbeziehbarer geist wie gesagt eiswachen werden stärker mehr geschwindigkeit für sie mehr diplomatische kistle das nehme ich mehr hingabe und rolle alle provinzen diplomatische beziehung läuft dann kann ich vielleicht noch mehr verträge mit den anderen kistlebiten eingehen ist in der wind ja bei schadens zauber bei ihm verbessern wir jetzt hier das ist mit das truppen auffüllen damit die hier schneller wieder fit werden wir haben zwei einheiten dabei hier verloren auch ein paar von den gepanzerten kursars aber wie gesagt wir werden die sowieso ist was ich schieb die jetzt sogar zusammen weil wir werden sowieso demnächst austauschen gegen die eiswache sobald wir nämlich und das dauert nicht mehr lange auf stufe vier kommen so jetzt gehen wir auf die strel sie verbessern das hier noch hier baue ich jetzt die ersten verteidigungsanlagen rein verbessere noch den heiligen wald und er warte immer noch wir können hier eine einer last setzen ja ich nehme ja auch wieder und rolle und schauen wir auf die diplomatie kracker drack ist kurz davor mit uns nicht angriffspakt zu machen und diese plus 10 auf die diplomatie hat es hier glaube ich auch dazu geführt dass die turus china enklave jetzt mit uns einen zugangspakt macht gibt es vielleicht noch mehr noch nicht aber wir haben jetzt gerade eben schon mal einen sehr sehr zufriedenstellenden stand wie ihr seht na also wir haben kislev wir haben fragt wir haben den östlichen oblast das da ist unser verbündeter wir müssen eigentlich nur noch diese zwei gebiete die gehören auch dazu dann ist das hier der der duclis wald auch eine provinz ihr der nördliche oblast das gehört halt der china enklave die werden wir konfederieren und da drüben ist irgendwo kosthalten der ist uns aber gerade eben noch ziemlich egal helmsklamm 2.0 ich muss euch noch die besonderen gebäude von fragt zeigen kann nämlich auch mehrere wahrzeichen ich habe schon gesagt wir haben alle mehrere wahrzeichen die ertrinken in wahrzeichen kann ich direkt so machen also zunächst einmal gibt es hier einen bonus mit dem stein metz baukosten fraktionsweit reduzieren marmor blöcke und drei weitere wahrzeichen vier in kislev drei sind es hier fangen wir mal links an hier gibt es die karkheit auf stufe 1 das bringt uns greifenulanen wir können greifenulanen schon auf stufe 3 statt auf stufe 4 rekrutieren und bekommen dann auch noch zwei davon hier in die garnison darüber hinaus alle armeen zehn prozent weniger unterhalte greifenulanen weniger verschleiß bei irgendeiner art minus fünf prozent verschleiß fraktionsweit führerschaft fraktionsweit plus fünf beim kampf gegen irgendwas was mit chaos zu tun auf stufe 2 noch weniger unterhalte greifenulanen noch weniger verschleiß noch mehr führerschaft nicht zwei sondern wir greifenulanen in die garnison greifenulanen die beste avalerie mit pferden die diese fraktion hat wie gesagt die verursachen angst die haben einen unfassbaren ansturmboden ja aber das geht hier natürlich auch noch weiter dann gibt es hier die zitadelle von prag die zitadelle von prag bringt uns eine reduziert unsere globale rekrutierung rekrutierungsdauer am ende insgesamt um zwei runden also am anfang eins und am ende zwei runden ihr seht es erhöht uns auch unsere globale rekrutierungskapazität und unsere führerschaft für prag allerdings nur nicht global wenn wir unter belagerung steht das heißt die truppen rennen hier nicht weg und auf dieser stufe können wir dann halt auch schon hier diese ganzen truppen strel sie und kursaren die gepanzert sind rekrutieren als letztes haben wir dann noch hier die magnus gärten gibt es in drei verschiedenen ausführungen die erste stufe bringt uns natürlich auch die möglichkeit einen patriarch zu rekrutieren senkt die korruption in benachbarten provinzen um bis zu drei punkte das ding hier ist so geil zentral hast du mit dem chaos ein bisschen dran zu knabbern wenn du versuchen die korruption hier einzudrücken heldenkapazität für patriarchen wird erhöht und rang bei helden und des kommandanten bei rekrutierungen so das ist prag freunde das ist trag und auch prag wird hier erst einmal auf wachstum setzen momentan ist auf stufe 1 und kann sich nicht wirklich verteidigen das wahrzeichen neben der hingabe welches meinst du welches meinst du sarkas was oben da ist auch nichts also wie sein magnus gärten das soll da sein oben ist auch nichts die wortwitz im chat ja liebe youtube zuschauer ist mein chat kommen in den chat kommen aus aus dem menü ok wo dann meint das da sind die frostfälle habe ich vorhin schon vorgelesen das ist der ort an dem boris zu tode kam das hier überspringen wir auf nach türen 23 bildschirmrand die frostfälle ok jetzt gucken mal 25 40 könnte geiler sein aber auch schlimmer oben in der leiste ach so das ist kein wahrzeichen das da oben das ist einfach nur das mutterland so jetzt kann ich eine eishexe hier ausbilden und es kommt gerade richtig geil ausbildungskosten das staatsstipendium 50 prozent reduzierte ausbildungskosten für irgendwas aber das sollten wir tatsächlich in die tat umsetzen das ist eines dieser events es gibt noch ein zweites event das ist auch geil dann bekommt er eine höhere stufe aber reduzierte ausbildungskosten schon geil so sekunde das gucken wir uns gerade mal an also ihr seht nur 600 zahlen jetzt dafür dann machen wir das also wir werden seine eishexe und eine weitere eisjungfer ausbilden 50 prozent rabatt da muss der schwabe zuschlagen was machen wir jetzt hier alas ich kann den alas verbessern die entlastungskolonnen das ist entlastungskolonnen der heißt aber nicht so der heißt nicht so das ist eine entlastung der garnison da sieht man mal wieder mal dass anscheinend unterschiedliche übersetzer am werk gewesen sind das muss das hier sein also noch mal fünf prozent weniger bezahlen das werde ich auch noch reporten das ist mir gerade eben aufgefallen dann kann ich ja das fest von urza machen dann seht ihr dann könnten wir wenn wir irgendwann mal 200 hingabe haben ich weiß nicht woher wir das nehmen sollen denn wir können sie ja nicht stehlen die tor anbetung verbessern oder ob ich erst das da machen egal so we stand against chaos okie dokie das hier ist es schon so weit das hier nicht hier geht es weiter wir werden hier belagert wie überaus unhöflich das ist wirklich überaus unhöflich gut dann wird diese wort die geroch verbessert wir haben halt hier nicht viel verteidigung naja das könnte jetzt schmerzhaft werden auch nach 24 der kleine rote knopf mit hören und ich schaue mir das gleich mal an das möchte ich gerade eben jetzt diese beschreibung hilft mir vielleicht ein bisschen weiter ein kleiner roter knopf mit hören das ist einfach nur dass meine hingabe immer noch gering ist zwischen eine hohe chance dass das chaos bald in meine lande eindringt stimmt wenn meine hingabe zu gering ist dann habe ich das problem dass chaos invasion von alleine weil wir gottlos sind also dann neigen die leute eher dazu das habe ich tatsächlich gar nicht so auf dem schirm gehabt weil es eher so sehr passiv im hintergrund läuft und nicht so aktiv wahrscheinlich lag es daran dass wir da freuen diese chaos rebellionen hatten die aus dem nichts kam weil unsere hingabe so gering war dadurch entstehen spontan irgendwelche chaos armeen die wir dann bekämpfen müssen das ist das gut dass ihr das gesehen habt gut dass sie das gesehen habt also ich weiß was es ist aber ich habe nicht mehr daran gedacht so ihr seht es ja wir haben jetzt einen rabatt auf kosten für anrufung des mutterland ja die kommen doch lasst uns doch mal hier wir generieren von schlachten hier oder ja wir machen das eine anrufung das tor denn es wird zu schlachten kommen schlachten jetzt ausgemacht ja also es ist jetzt schon mal klar dass ich jetzt hier natürlich den jetzt erstmal davon überzeugen dass sein tun und streben hier nicht angebracht ist lassen sie das ich hasse das okidoki so wir können jetzt schon wieder entscheidungen treffen einmal jetzt hier bei ihr bei der bela schabka also bei der heldin was soll sie für eine zauber schule wählen ich wähle wieder wirbelsturm und bei ihr ist es genau dasselbe ich wähle bei ihr wirbelsturm finde diese schule einfach suchen wir haben eine weitere entscheidung bei unserem ataman ihr seht wir haben immer noch nur einen wir bräuchten einen weiteren eine weitere komplette provinz um einen zweiten zu bekommen weit des das die zeit des das ist gekommen und so muss der ataman den gott des feuer und der sonne ehren indem er an seine heimat denkt doch gleichzeitig muss er auch wanderungen in erwägung ziehen die ihn weit von seiner und seinem herdfeuer fortführen sollte der ataman seine zeremonielle rolle vernachlässigen damit möglicherweise den roll seiner eigenen gemeinschaft auf sich ziehen lieber das beschwichtigen reduziert die bauzeit für alle gebäude immer um 35 prozent stark oder wir geben ihm einen kampfbonus feindesjäger nee in dem fall möchte ich ihn lieber achtsam machen er bleibt lieber zu hause und achtet die riten dann werden die bauzeit reduziert ein passiver bonus der immer da ist und jetzt kann ich hier endlich ein paar strelle aus da sind sie gesagt ich baue die mauern nicht weil ich eigentlich will dass der gegner lieber angreift statt zu ende belagert die atamanen kann ich in die anderen gebiete schicken ja das ist gar kein problem das kann ich ja das heißt es würde sinn machen zum beispiel bevor wir auf stufe vier bei schicksals ruft nach mir in rüber zu schicken erkündet von einem weg ins reich des chaos auf dem sich der mahlstrom umgehen lässt der sterbende gott wird wieder brüllen wir müssen uns bereit machen stellt eine armee auf die den bevorstehenden schrecken trotzen kann volksgrad warum haben die nur drei weil die noch nicht auf stufe stufe drei abgegradet sind der wird erst freigeschaltet sobald die siedlung hier dieses level erreicht das ist genau das gleiche hier bei igoruf noch bei gerslev so mag den typen nicht ja jetzt haben wir hier bei gerslev schon die situation okay ich fange jetzt hier schon mal an und verschiebe den ataman ich kann jetzt auswählen und sagen komm du gehst es da nächste runde ist oder nächste entscheidung sollte eine kämpferin werden mehr nachkampffähigkeiten oder eine kriegsmagerin mehr winde der magie ich meine kämpfe bei ihr kommt jetzt die frage soll sie einen bonus auf die waffenstärke aller infanterieeinheiten oder aller kavallerieeinheiten die ansturmbonus bringen ich nehme natürlich die infanterie waffenstärke für infanterie man hat in der regel immer infanterie als kissleff finde ich einfach besser und jetzt muss ich dem hier nachsetzen das kann aber auch jederzeit dieser olle oh gott ist eine richtige armee oder was kosten diese einheit ne ich will geld sparen wir gucken noch mal die diplomatie in grad eben noch nicht stark genug ja 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 slanisch wird auch noch kommen und ist keine sorge es dauert halt wird alles so nach und nach freigegeben fans hier aber halt noch nicht heute noch nicht diese woche von angesicht zu angesicht wir haben ein event die verängstigten bauern von prague sahen am morgen das gesicht einer brüllenden bestie in jeder ehre korn auf ihren feldern ihr vieh besteht nur noch aus leeren gesichtslosen albträumen wieder einmal wird die verfluchte stadt von abscheulichen mutationen ein wir können also jetzt einfach weiter landwirtschaft betreiben die quelle finden oder alles niederbrennen wenn wir die weite landwirtschaft betreiben bekommen wir mehr winde der magie aber auch mehr chaos korruption ungeteilt wir könnten die quelle finden dann bekommen wir die glitzernde schuppenrüstung okay und wenn wir alles niederbrennen reduzieren wir die korruption ich will die schuppenrüstung die orthodoxie dominiert diese meldung kommt ja ihr seht wir haben es einfach nicht geschafft ne es kommt halt direkt sozusagen schon mal jetzt müssen es halt gewinnen 600 für worte bekommen bevor der anderen es bekommt es haben verloren dann bekommen wir 8500 gold die rüstung des schicksals und die standarde des stahls mission erteilt verbessert seine sieben auf stufe 5 7000 geld ogre klinge glitzernde schuppenrüstung dieselbe noch mal das anderen bauner scherbe also warum kam gerade diese meldung dass die orthodoxie dominiert deswegen wir haben als erstes die 50 erreicht haben damit jetzt hier diesen bonus wir haben ihn nicht aber wir holen auf so lehren wir dich erst mal gerade eben noch mal hoch ausweichen ich komme da halt nicht hinterher gerade eben kislev ist so die einzige fraktion die keinen mobilitätscharakter hat die dämonen haben das alle kartei hat das wir haben das nicht ich bleib da drin so wir bauen das jetzt hier dann können wir nachher die geschwindigkeit reduzieren wie was gebaut wird die weiteren entscheidungen unsere eis hexe und jungfer erst mal die jungfer fähigkeit gletschersprenger das ist ein gebundener zauber das ist glaube ich derselbe oder eis splitter also sind zwei verschiedene wie ihr seht also einmal hier ein radius 15 meter ist glaube ich so ein kreis ich glaube das ist das was wir schon haben mit katharina oder der eis splitter reichweite 200 meter explosions schaden 30 die eis splitter so bei der kommandantin ist das nächste fokus auf oh gott die hat natürlich schon infanterie wie geil die wird so ein richtiges infanterie monster unterhalt für infanterie reduzieren die hat schon den bonus für nahkampf schaden auf infanterie das ist jetzt schon hier eine waffenstärke infanterie und 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 sie sind auch billiger jetzt geht's los danke an abarak für den resub lustig jetzt kann ich gerstlef auf die nächste ich will sparen ich will kislev ausbauen da muss man sich immer aktiv zurückhalten weil kislev ist so viel wichtiger ich bin aber mir überlegen ob ich jetzt ein paar strelzi mit rein nehmen nehmen sie ein paar strelzi mit rein die nahkampf hex genau ich würde netter bist du in volksgrad gibt es einen chaos angriff ihr seht die sind auch gar nicht harmlos das ist wegen der niedrigen hingabe he low der I disliked it. Ich glaube, ich werde das jetzt hier doch mal ausbauen. Wir haben gerade Zeit. Boah, dammit. Aber ich glaube, dass wir damit ganz, ganz gut klarkommen. Ich mache trotzdem mal vorsichtshalber, weil ich ein Feigling-Dingsteuerung esse. Mistress of Ice. Weil die sind halt echt gar nicht so ungefährlich. Und danke an Nord's Eisenfaust für deinen Prime Sub. Genau, der dunkle Prinz bitte zum Tanzen und schickt seine Dacasia Leckflackerer. Erster Name. Leckflackerer. Mach mal kanalisieren. Das weiß ich noch nicht, Kaminari. Was passiert mit den alten Chaos Göttern? Das hat CA noch nicht offeriert zu sagen. Also die haben es einfach noch nicht zu verraten. Auch uns nicht. Wahrscheinlich durfte ich es auch noch nicht mal sagen, aber ich weiß es tatsächlich nicht. So, die Strells, die wir sehen können, haben hier eine richtig schöne Feuerreichweite. Bin bloß am überlegen, ob ich vielleicht mal hier versuchen soll, eher mal die Defensive zu spielen. Ach Gott, die gehören da auch noch rein. Ich verstecke mal die hier. Dich verstecke ich hier. Du gehst da ein. Du da ein. Du da ein. Jetzt bin ich gespannt, ob sie von alleine kommen oder ob ich angreifen muss. Ich glaube, ich muss näher. Oder auch nicht. Ich mach gerade immer die Reichweite, wenn man eine Geschosse erhöht. Ey, so schnell. Guck mal, wie schnell die sind. Ich meine, ich kann sie verlangsamen, aber... Pause. Oh, my God. Aber ich kann sie ... ... Das war's für heute. diese streitwägen ich hasse sie auch den da drüben und wie die kei mich jetzt hier quasi komplett umschwärmt und auch bei der lauwe der war für noch ein zwei einheiten hier gebaut werden gut wird sich mein akkampf angriff Salyak! Ice Guard! Vexor! Taking position! Fight for Özer! Our duty is served! March for Kislev! We need Rancis! The people's ruler! Frostmaiden! Yes! Excellent! March for Kislev! In Kislev's name! To battle! Follow the bear! Repositioning! Sarina Katerin! Die stehen so gut grad für mich! Und gewonnen! Die Katze ist down! Ja! Ich hab am Anfang schon gesagt, die Katze ist nicht so wichtig! Die wollte ich eh austauschen irgendwann! Aber ihr habt gesehen, ne? Was diese ganzen Zauber und dieser Buff vor allem... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Buff hier halt einfach so reinhaut! 40 Nagelangriff! Äh... Das sind ja zum Glück alles Glaskanonen bei Slanisch, ne? Die sind dann stark, wenn sie flankieren! Aber wenn die Einheiten dann halt nicht zusammenbrechen, dann hat Slanisch ein Problem! Ich weiß nicht, ob Katze nur runtergerannt ist oder ob Katze ganz down ist! Obey the orthodoxy! Und ihr habt gesehen, ne? Also äh... Diese Strelzi-Einheit hat diese gesamte Wucht des Flankenangriffs angenommen! Mit Streitwagen! Die sind noch zur Hälfte fast da! Oder okay, zu nem guten Drittel! Das ist ne richtig taffe Truppe! Der nächste Stream ist gleich heute Abend um 20 Uhr! Also wir wechseln halt einfach quasi dann das Thema hin zum Multiplayer zusammen mit Günner! Und dann habe ich vor, am Sonntag wieder live zu sein! Vielleicht am Samstag! Vielleicht! Das kommt aber drauf an, weil ich bin Samstag den ganzen Tag nicht da! Und äh... Katze ist wirklich down! Schade! Ähm... Und äh... Deswegen weiß ich nicht, wie fit ich dann an dem Abend bin! Und vor allem, wann ich heimkomme! So, 6300 Erfahrungen, das war gut! Wir können uns hier noch mehr Hingabe holen! Oder Verlustverstärkung! Ich nehme in dem Fall die Verlustverstärkung! Das haben wir noch nicht entschieden! Ob wir einen Korb oder eine Gans machen! Das werden wir nachher gemeinsam diskutieren! Mh... Hier haben wir jetzt getötet! Perfekt! Also wisst ihr, das Schöne ist halt einfach... Wenig Hingabe zu haben, bedeutet halt, dass du so starke Armeen ständig geschenkst! Bekommst, um dich zu leveln! Beschwere mich gar nicht, dass das passiert! So, jetzt reitet sie auf ihrem Kriegsbären! Äh... Übrigens, ab jetzt, wenn ich das hier machen würde, könnte ich jederzeit Katze beschwören! Mach ich aber momentan noch nicht, denn ich möchte jetzt anfangen, die Hof-Elite... ...verbessern! Ne, das bringt hier auch Bonus-Punkte für die Eiswache! Es ist mein! So, du... ... ... ... ... ... ... ... ... ... immer auf die Ikone der Stärke, weil ich gehe nie auf das Schlachtrost. Ich gehe auf den Kriegsbär ab Rang 11, ne. Also im Vergleich, also er ist genauso schnell, hat mehr Angriffsbonus und ist insgesamt einfach besser. Warum sollte man den Gaul nehmen? Der Bär ist genauso schnell. So, jetzt gucken wir mal. Bis left. Immer noch zwei Turns entfernt. Dann machen wir jetzt hier das hier rein. Das ist mir wichtig. Das hier wäre auch wichtig für noch mehr Unterstützer. Dann plätten wir jetzt hier diese Truppe noch endgültig. Das können wir berechnen. Und wir nochmal 14% Verlustverstaltung. Gebundener Zauber, Feuerball. So, und jetzt habe ich eigentlich etwas gegen sein Leben. Ich möchte, dass es endet. Wir machen weiter mit unseren Eisjungfern. Das ist die letzte Entscheidung. Einmal entweder Geißel der Vorkommenen, weniger Korruption oder Hofaufseher, mehr Kontrolle. Das Schöne ist, wir können immer gucken, was sie schon haben. Ihr seht hier mehr Nahkampfangriff und noch diese Zauber-Eissplitter. Ich denke tatsächlich, dass korrupt... Ich glaube, dass in diesem Spiel Korruptionsbekämpfung sehr viel mächtiger ist, weil Korruption halt auch Kontrolle senkt. Und wenn du die Korruption bekämpfst, hast du auch wiederum die Kontrolle unter Kontrolle. Deswegen nehme ich die Korruption. Ist aber zurzeit nur eine Vermutung von mir. So der erste Eindruck von dem, was ich bis jetzt beobachtet habe. So. Und sie bekommt jetzt hier Nahkampf oder noch mehr... Oh Gott, jetzt wird es immer noch krasser. Was wird es denn du für eine? Noch mehr Nahkampfangriff für die gesamte Armee oder noch mehr Geschossstärke? Ich nehme den Nahkampfangriff, Leute. Ich nehme sowas für den Nahkampfangriff, weil Waffenstärke, Unterstützung, wir sind die... Äh... Was ist mit der Geschossstärke? Das ist vorbei. Ist auch interessant. Ich bin so hin- und hergerissen gerade. Ach komm, ich gehe mal auf Nahkampf. Ich will einfach mal auf Nahkampf gehen. So, also wir haben jetzt hier eine total abgedrehte Eishexe mit Waffenstärke für Infanterie, Unterhalt für Infanterie reduzieren, Rekrutierungskosten für Infanterie reduzieren und für die gesamte Armee mehr Nahkampfangriff 5%. Eieiei. Da kommst du nicht mehr hinterher, ey. Äh, was machen wir hier noch? Ich mache hier auch ein Gehöft rein, weil ich jede Menge Gehöftboni bekomme. Das hier überspringe ich jetzt gerade eben. Wir gucken nochmal in die Diplo. Schnellen Handel. Ah, nope, nope, nope. Okay. Ab nach Turn 28. Die ist Frau Hölle. Genau, nicht Frau Hölle, sondern Frau Hölle. Frau Nahkampf Hölle. Mhm, da ist ein Lauerer. Aber das ist mir egal, der hat sich jetzt zurückgezogen. Der ist jetzt hier und plündert immer noch mein Land. Wir machen das jetzt folgendermaßen mit ein bisschen Unterstützung. Der wird eh wegrennen, der Lulich. Ja. Aber ich habe übergesetzt. Har har. Jetzt kriege ich ihn. Dann wird er jetzt hier noch leidenschaftlich für mehr Nahkampfabwehr, damit er länger im Nahkampf übersteht. Und das hier wird ein entscheidender Sieg. Gucken wir mal, ne? Also ich hätte normalerweise jetzt berechnet, aber weil ihr es seid, spielen wir das Ding, dass wir nochmal die Verstärkungssache uns anschauen können, die wahrscheinlich noch nicht jeder kennengelernt hat. Denn wir können jetzt nämlich den Ort, an dem wir rauskommen, verschieben. Dadurch verändert sich allerdings auch die Zeit. Also momentan würden wir da hinten rauskommen. Nach zwei Minuten. Ich kann jetzt aber auch einfach sagen, ich will aber viel lieber da rauskommen. Da, wo die andere Verstärkung rauskommt. Die braucht nämlich hier nur 1,40. Ja, aber die brauchen dann hier fast fünf Minuten. Ihr seht das Problem. Äh, deswegen, äh, verschiebe ich die mal wieder hier hinten hin zurück, wo sie ihre zwei Minuten hatten. Genau. Immer so Slot-mäßig, wie ihr seht. Also man kann die nicht völlig frei, sondern es sind immer solche kleinen Slots. Äh, 1,40. Okay. Das wird interessant. Oh Gott, wie wenig magig. Und noch weniger. Minus 27 oder so. Okay. Naja, dann gucken wir mal. Oder warten wir mal. Ich könnte es auch ganz kackend reißen machen. Nämlich erst mal verstecken. Asch mich, ich bin nicht der Frühling, der Winter. Die sollen jetzt einfach erst mal warten, so die ersten, ähm, eine Minute 40. Und dann sehen wir weiter. eigentlich kann man das sogar jetzt hier beschleunigen. Sie suchen uns, ja, aber sie werden uns jetzt hier nicht konzentriert finden. Noch 20 Sekunden. Jetzt kommen die in die Nähe. Das wird uns leider aufdecken. Jenex, wir werden wahrscheinlich beide Kislev spielen. Ich werde Boris spielen. Ich weiß nicht, was Günner spielt. Ob Günner dann, äh, sich entkostet hinmacht, oder... So, die sind jetzt da. Oh Gott, jetzt habe ich überhaupt gar keine Übersicht mehr. Sekunde, ich muss kurz mal ordnen. So, ihr stellt euch jetzt mal so auf. Und ihr dann so. Jetzt kommt ein bisschen viel auf einmal gerade rein. Okay. Wir haben so viel Kavalerie hier. Da sind wir jetzt hier Katharina mit ihrem Bärchen. Komeraden der Bärchen! Begebe Position! Arsch von Gislev! Patriarch! Begebe! 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 Schöne zu können! Warum gehen sie dahin? Begebe Position! Begebe Position! Borderlands Beinung! Begebe Position! Begebe Position! Begebe Position! Begebe Position! Okay, jetzt können wir vorrücken. Die Flanke ist in Gefahr. Ja, ihr seht, es wäre schon gut, wenn er beritten wäre. Ich habe Mühe, da durchzukommen, um die Jungs zu zerbauten, aber jetzt kann er es ja nicht machen. Seht ihr diese Feuerkraft? So, hören wir sie noch mal ganz kurz ein bisschen hier im Zentrum. Das ist jetzt der beißende Wind. Der würde halt jetzt hier wie so, ja, ich würde mal sagen, wie so Flammen des Phönix hier komplett rüberheizen. Das ist eine sehr viel größere Zone, als man das meinen sollte. Jetzt verlangsamen wir die hier noch mal schön. Oh, die Flanke, die Flanke. Aber zum Glück wird das hier von der Eiswache verteidigt. Die ist halt auch im Nahkampf unfassbar tough, sogar stärker eigentlich als hier da vorne. Die können zugucken. Jetzt schicken wir denen die Kaffee hinterher. Und die Sarina ebenso. Und die Sarina ebenso. Mehr Nahkampfangriff. 99 Nahkampfangriff bei der Sarina. Was wollt ihr denn hier? Guckt euch das mal an, wie die aussehen. Das sind schwer gepanzerte Typen mit solchen Axtgewehren. Die sind so heftig. Ich liebe diese Einheit. Das ist das, was für mich Warhammer ausmacht. Einfach so nach dem Motto, einfach irgendwas zu Ende denken. Man kann da auch eine Axt dran machen. Und warum sollten die nicht gepanzert sein? Oh, das ist so cool. Die sind selbst im Nahkampf eine wahre Albtraum. Weil sie sind nicht überragend. Ihr seht es, ne? 29, 28 ist es nicht gerade geil. Aber es ist halt eine Fernkampfeinheit. Und als Fernkampfeinheit dieses Profil zu haben, ist schon... Vor allem halt auch noch mit der Rüstung 70. Welche Fernkampfeinheit hat normalerweise Rüstung 70? Da gibt es nicht viele. Sie sterben! Annihilation! Annihilation! Ein X-Rifle, genau. Wisst ihr, das Bescheuerte ist? Ich habe mir mal für eine Fantasy-Welt, die ich mir mal selber ausgedacht habe, vor 20 Jahren, als ich noch Student war, habe ich mal so ein One-Night-Evening für meine Kumpels damals gemacht. Und da habe ich eine Zwergenrasse entwickelt. Das war so ein Psy-Fantasy. Fantasy, also so Weltraum mit Fantasy-Sachen. Und da hat er halt dieser Zwerg, den ich als Charakter für diese Mitspieler gemacht habe. Also einer hat diesen Zwerg gespielt. Der hatte halt ne Knarre, die, wenn er sie umgedreht hat, ne Axt war. Auf die Idee bin ich vor 20 Jahren auch schon gekommen. Weil ich die Idee sogar... Und jetzt ist das hier. Die sind also auch auf die Idee gekommen. Finde ich mega. Finde ich einfach mega. Zwerge haben das auch? Echt? Eisendrachen? Echt, die Eisendrachen haben das auch? Okay, aber wie gesagt, unabhängig davon, die Idee ist halt einfach naheliegend. Und wenn man sich überlegt, was es für verrückte Waffen alles wirklich gegeben hat, da gibt es ja... Also ich bin kein Historiker, aber der Günner kann vielleicht dazu irgendwas sagen. Es gibt ja so verrückte Waffen mit Nahkampfkombinationen, Schusswaffen und was weiß ich was. Ich wette, sowas hat es in Wahrheit auch gegeben. Genau, warum sollen Echsen nicht auf Echsen reiten? Können sie doch! Nennen sich dann, äh, äh, wie heißen sie? Äh, 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 Gehörnte. Die, äh, die, äh, Gehörnten-Kavallerie. So, das Greifen-Banner. Guckt euch das mal an. Feindliche Führerschaft, minus vier. Im Umfeld. Ich wähle hier jetzt, äh, die Hingabe. Jo, da steppt der Bär, ich sag's euch. Er hat das Greifen-Banner bekommen. Glaube aber tatsächlich, dass ich das ihr, ihr gebe. Oh ja! Wieder ein Erfahrungspunkt. Jetzt gebe ich ihr diese Führerschaft und Nahkampfabwehr für die Eiswachen. Oder, ne, warte mal, ich will eigentlich mit ihr zurück nach Kislev, weil ich da in absehbarer Zeit diese coolen Einheiten rekrutieren kann. Äh, 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 noch mehr Leidenschaftlichkeit. Und auch er. Ja, und wisst ihr, bei ihm bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich einfach sage, also, ich mache gerne meine Zweitarmee und bei Kislev geht das halt einfach, weil Kislev halt mega gut ist, was die Infanterie angeht. Schießübungen. Einfach, dass die normalen Korsars und strellt sie hier Nahkampfabwehr und Reduktion der Feuerrate, äh, Entschuldigung, Erhöhung der Feuerrate und am Ende, glaube ich, ja, es bleibt bei der Feuerrate, okay. Also, das sieht das halt alles einfach ab. Das ist mein, oh, hat sogar noch ein Level ab. Oh, ich kann es hier vollenden. So, wie strellt sie haben jetzt Nahkampfabwehr 34 und eine Geschossstärke von 21, weil sie so schnell nachladen. Lord of War. das mit dem Geld gefällt mir gerade eben ganz gut. Schönen guten Abend an alle, die dazu gestoßen sind, gekommen. Bei mir steht gerade eine diabolische Zahl, wir sind 666. Zur Zeit, da ist irgendwie was im Chaos passiert. So, Schutzbündnis wird uns von Stilland angeboten, das verhandeln wir nach, denn er gibt uns in Wahrheit 344 oder sehen wir jetzt hier gerade eben sogar Manfred von Karstein. Manni ist mal wieder da auf der Suche nach Harburgsmittel. Okay, Erlass, Entlastungskolonnen, zusätzlich minus 5 haben wir jetzt hier erforscht. Ausbildung von Bela Schabka ist abgeschlossen und von Evelina Sveschenko, aber ich werde sie noch nicht aufs Feld rufen, denn dafür haben wir noch nicht die Kohle. Genau, Chaos, Korruption im Chat. Oh mein Gott, ich dachte, wir spielen Kislev. Schnell, holt den Patriarchen. So, ich schmeiße jetzt diese Einheit hier raus, um Geld zu sparen. Ich werde auch diese Einheit jetzt hier rausschmeißen, um Geld zu sparen. Es tut saumäßig weh, das tatsächlich in Betracht zu ziehen. Aber ich hole diese anderen Einheiten von hier noch. So, und jetzt geht's hier los. Also, wir müssen ganz dringend das hier bauen, weil dann kann ich nämlich jetzt hier diese beiden, also wie gesagt, selbst die mit Lefe, eine Stufe früher. Normalerweise Stufe 5 durch dieses Gebäude, durch den Bokka-Palast, allerdings schon Stufe 4. Das hat jetzt auch schon fast unser gesamtes Geld aufgefressen. Ich gehe jetzt hier noch in den Handel, damit ich hier noch mehr Geld generiere. Die anderen Sachen hier wären natürlich auch cool. Unterhalt für Elementarbären und Kriegsbären. Das wird alles später noch spannend. Ne, ich muss ein bisschen sparen. So, nun holen wir uns hier den Zarenwachen-Bonus, denn wir haben in unseren Siedlungen häufig Zarenwachen. Die profitiert davon auch. Auf nach Türen 30. Das Problem ist, jetzt wird wahrscheinlich gleich irgendwo diese Risse ins Chaos aufgehen und ganz im Ernst, ich werde sie, glaube ich, dieses Mal einfach sein lassen. Ich werde dieses Mal die Entscheidung treffen. Wir gehen dieses Mal nicht von Anfang an ins Chaos, auch alleine deswegen, weil wir in einer Stunde schon quasi hier diesen ersten Teil des Streams beenden müssen. danach geht es auch weiter und ich werde es auch weiter fortführen am Samstag oder am Sonntag. Aber, ja, fürs Erste sage ich jetzt mal, ist das jetzt hier meine Entscheidung. Wir gehen nur ins Chaos, wenn wir es uns leisten. Der will, dass ich im Krieg beitrete gegen Clan Giritus. Nein, das möchte ich immer. Ja, ja, die Oger plündern mich, ich weiß, die haben da ein Lager, dagegen kannst du nichts machen. Die machen das am laufenden Band. Das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt, ihm zu sagen, hier die Leine. Aber das gilt nur für die Armee. Das Lager kann man nicht sagen, ziehleine. Ich müsste ihnen den Krieg erklären und dazu bin ich gerade eben einfach nicht bereit. So, ich gebe jetzt ihm nämlich diese Einheiten. Diese zwei behalte ich, die hätte ich gerne hier trotzdem. oh, 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 und jetzt hat er nämlich dadurch jetzt hier schon eine sehr brauchbare Truppe. Die geht hierhin. Wir sparen eine weitere Runde. Das Einzige, was ich mache, ist das hier, um noch mehr Geld zu verdienen. Zum Glück ist hier noch nichts offen. Macht immer noch nichts, um Geld zu sparen. Die sind kurz davor, sich konföderieren zu lassen. Hoffentlich nicht, weil sie gleich sterben. Nee. Oder doch. Oh Gott. Die Kompetenz, sie fehlt. Dämonen, die können sogar Dämonen fressen. Ja, wahrscheinlich gibt es in einem Ogermagen einfach eine Fähigkeit, dass Dämonen sich dort nicht ins Chaos zurückziehen können. Diese Magensäure ist so aggressiv, sie schützt sogar vor Chaos-Korruption. So, Schöpfer, Einkommen aus allen Gebäuden und Baukosten reduziert. Warnung wegen unerlaubt betreten, ignorieren. Das machen die Ogern gerne. Brutales Geschäft, mehr Waffengrundschaden. Eine Runde noch, das halten wir durch. Und dann werden ein paar Truppen rekrutiert. Was kostet das? 1400. Ach komm, was soll's. Dauert nur ein Turn jedes Mal. Das geht verflucht schnell. Auch hier werde ich noch sparen. Wie gesagt, mir geht es darum, die Armee von Katharina zu verbessern. Ogre fressen alles, was sie nicht frisst. Ja, Ogre fressen ja auch Ogre. Ogre fressen alles. So, das Land spricht. Ein alter Bauer bittet um Gehör. Er behauptet, einen großen Riss im gefrorenen Boden entdeckt zu haben, aus dem angeblich die selige Stimme des Mutterlandes strömt. Einen Wunsch wird sie gewähren, dann wird der Riss sich wieder schließen, sagt er. Er könne sich alles nur einbilden, aber wir sollten ihn nicht ignorieren. Wenn ich zum Land bete, verbessert sich meine Rekrutierungsstufe. Schneeleoparden, Kriegsbärenreiter und Elementarbären. Schade. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Oder wenn ich zum Himmel bete, habe ich weniger Abklingzeit. Na, dann tue ich zum Himmel beten. Weil diese Einheiten werde ich definitiv gerade eben nicht rekrutieren. Definitiv nicht. So, und jetzt fängt der Spaß erst so richtig an. Jetzt kann ich nämlich diese völlig overpowerten Einheiten hier rekrutieren. Fangen wir doch mal ganz gediegen mit hier von der Klebe an. Der Besten, die es gibt, für die wir nur 97 zahlen. Dauert halt zweiter, dass wir sie bekommen. Aber wir nehmen sie trotzdem mal. So. Was mache ich mit dir? In diese Richtung. Ich sehe die Macht. March. Die Schmerzen ist irreleventuell. So, und jetzt kann ich auch mal anfangen, hier noch mehr zu bauen. Mal überlegen. Mehr Hingabe, mehr Kontrolle. Einkommen aus allen Gebäuden. Kontrolle fraktionsweit, insgesamt mehr Hingabe. Oder unterhalb für Kriegsbären, mehr Wachstum. Beziehung mit dem Imperium. Ne, ich glaube, ich nehme den Tempel von Osun. Nehmen den Tempel von Osun. Wir gehen auf die nächste Stufe, haben wir schon 800 Gold pro. Übrigens, ich habe festgestellt, es lohnt sich fast gar nicht, die Basilika von Stufe 3 auf Stufe 4 auszubauen. Warum ist das so? Weil die besten Boni, wie generierte Befürworter, schon auf der dritten Stufe auf 2 und auch Hingabe auf 2 steigt. Hier bekommen wir nur ein bisschen mehr Kontrolle und ein bisschen mehr Korruptionsreduktion. Das ist alles. Und dafür 21 Hingabe und 1460 Gold ausgeben, finde ich zumindest früh im Spiel für völlig überteuert. Also es lohnt sich eigentlich nur das Ding auf die Stufe 3 erstmal aufzubauen und dann erstmal sein zu. Hier könnte man alle Baukosten für die Provinz, 1800. Ja, das machen wir, dann kann man noch mehr wachsen. So. Dann können wir jetzt zum ersten Mal hier auch das da rein machen. und Prag ist auch soweit sich verheitet. Okay, Turn beenden. Danke an Darkon für den Twitch Prime Sub. Danke dir. Ah, das ist mir zu teuer, Can. Du hast im Grunde recht, aber es ist mir einfach zu teuer. Du hast ja gerade gesehen, was ich mir in meinem Geld gemacht habe. Jetzt kommt der Schwein. Und Kraftkammer Sub auch. Wir wehren Gott brüllt auf. Ein Todesröcheln, das durch alle Dimensionen halt. Arcane Energien toben durch das Reich der Sterblichen und erschaffen Risse in der Realität, die in die Reiche des Chaos führen. Also wir gehen tatsächlich nur dann ins Reich des Chaos, wenn wir es schaffen, bis dahin noch uns haben wir aufzubauen. Der Fuliant des Schicksals weiß alles. Die Risse sind unsere Chance, in die Reiche des Chaos zu gelangen. So werde ich mir meine Bezahlung verdienen. Doch eine solche Pforte geht stets in zwei Richtungen. Wir mögen die Risse als Weg ins Reich des Chaos oder in ferne Winkel der Welt nutzen können. Danke, René. Doch wir müssen jene schließen, die wir nicht zwingend benötigen, damit die hervorströmende Dämonenflut unserer Lande nicht in Verderbnis taucht. Wie meinst du das an die Imperium, die Fraktionen hinter dem Tor? Meinst du damit die Chaosgötter selbst, die nicht? Mindest im jetzigen Zustand nicht. Ich glaube auch nicht. Das sind ja, die haben ja da nicht mal wirklich eine, die sind ja nicht mal wirklich körperlich anwesend in dem Sinne. Das sind einfach nur quasi ihre Heimatländer und man sieht sie ja selber nicht. So, ein Turn später. Hier gibt es eine Menge von diesen Teilen. Da ist einer, das ist unser Privater, den heben wir uns mal auf. Der sollte aber geschlossen werden. Wenn wir sie nicht schließen, kommen halt irgendwann mal auf jeden Fall Dämonen raus und steigen uns aufs Dach. Wer in die Reiche des Chaos eindringt, der betritt einen Albtraum aus vier Domänen, die je einem grausamen Herrn gehören. Nörgel, dem solchen Herrscher, Slanisch, dem Herrn der Exzesse, Zensch, dem Wandler der Wege und Korn, dem Blutgott. Wir müssen in jedes Reich reisen und die Seele eines Dämonenprinzen stehlen, denn es ist die Verschmelzung dieser Seelen einer von jeder der großen Mächte, die den verborgenen Pfad zur Schmiede erhellen wird. Übrigens, mein Sohn hat heute einen geilen Witz gebracht im Thema Korn. Als ich ihm diesen Cornflakes-Witz erzählt habe, hat er gemeint quasi, ja, und Dämonen essen bestimmt auch gerne Popcorn. Ich fand den super. Entschuldigung. So. Wir schließen den Riss hier. Also dafür, dass der erst acht ist. Oh, warte, warte, warte. So, Führerschaft reduzieren. Ich gebe das jetzt hier mal rein. Das berechnen wir einfach ganz schnell. Wollt ihr eine Abstimmung machen, ob wir hier hingehen? Nee, nee, nee. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich weiß inzwischen schon, dass man Korn ganz schnell machen kann. Korn ist die einzige Sphäre, bei der du es auch mit engem Zeitfenster, also wenn du nur noch wenige Turns hast, die Sphäre schaffen kannst. Alle anderen drei dauern lange. Am längsten dauert es Lanisch am zweitlängsten dauert Zinsch. Da brauchst du die vollen 15 Turns. Nörgel braucht auch länger, aber ist auch mit weniger Zeit schaffbar. Das einzige, was du allerdings wirklich in fünf oder sechs Turns schaffen kannst, ist Korn. Und Candy Baller, zehn Abos. Ich danke dir, der Wahnsinn. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Sehr großzügig von dir. Aus immer so viel raus. Vielen lieben Dank. Genau, Candy Ballert wieder. So, ich hole mir, ich hole mir hier nochmal ein bisschen Hingabe. Jedes bisschen Hingabe hilft jetzt. Oh, der Hypetrain ist wieder zum Leben erwacht. Er ist wieder da. So. Äh, bbb. Haben wir eigentlich hier noch mehr? Risse. Hier ist noch ein Riss, aber der ist zu weit weg. Weiß aber nicht, ob die was machen. Ich gucke mal, ob ich diesen Riss schließen kann. So. Wir brauchen hier noch einen Turn. Kislev. Wir haben Geld. Und, äh, Mornamluk haut auch nochmal einen Sub raus. Danke dir. Vielen Dank. Ähm, ich will hier noch ein bisschen mehr Geld verdienen. So. Das hier bringt auch noch mehr Einkommen aus Höfen. Oh, und ich vergesse, er hat ein Level Up. Und Arkadol ballert auch fünf und macht damit den zweiten Stufe fünf Hypetrain heute voll. Das ist eine Premiere. Wir hatten noch nie zwei Stufe fünf Hypetrains in einem Abend. Und Radegunde legt nochmal nach mit 100 Bittis. Dankeschön, Jungs. Vielen lieben Dank. Sehr großzügig von euch. Der Wahnsinn. Das ist echt krass. So, wir haben einen weiteren Level Up auf unserem Boyard auf dem Sergej Kapuska. Ähm, ich bleibe jetzt erstmal hier bei den Schießübungen, weil er hat ja noch keine anderen großartigen Einheiten, wo sich da was lohnt. Und Zauberer hat auch nochmal 100 Bittis Raum. Mehr Hype für mehr Eisbeeren. Ja, wir brauchen mehr Eisbeeren. Ich gebe ihm jetzt hier ähm, die heroische Zähigkeit. Stark legt auch nochmal nach. Der Hypetrain kriegt sich nicht mehr ein. Stark haut fünf Subs raus. Danke dir. Sehr großzügig. So, oh, wir haben übrigens wieder eine Ataman-Entscheidung. Und zwar möchte unser Ataman wissen, ähm, Innovation oder Tod? Dem Ataman wird eine folgenreiche Entscheidung abverlangt. Sollten wertvolle Ressourcen genutzt werden, um die Verteidigungsanlagen der Provinz zu verstärken oder um Innovationen und Forschung zu fördern? Hm, Provinz verstärken bringt mehr Kontrolle. Lokale Provinz, wenn Ataman. Oder Vorreiter, Forschungsrate pauschal plus zehn Prozent. Ey, ohne Witz, da gehe ich auf die Forschungsrate, weil die Kontrolle plus eins oder zehn Prozent Forschung. Ich nehme die Forschung. Vor allem Early im Game ist das so stark. Übrigens, man kann ja auch das auch mal aus dieser Perspektive sehen. Ihr seht dann einfach quasi, was die aktuelle finanzielle Lage, Wachstumssituation ist. Das mit den Ataman ist total toll, weil du hast das alles auf einem Blick. Einfach nur, wenn du diesen Button hier drückst. Und Hülsen haut auch fünf Subs raus. Das ist der Oberhammer. Danke. Ich habe garantiert, dass eine Million leere, leere Emoticon-Slots. Ich habe eine Künstlerin, die ist schon dran. Die ist bloß Studentin und die braucht noch eine Weile, dass die quasi mir diese ganzen Emoticons macht. Aber sie ist schon dran. Schon seit Dezember. Dankeschön, Dankeschön, lieber Hülsen. Ich werde diese Subs füllen. Die macht sogar animierte. Dauert halt, wenn man das so nebenbei macht. Ich finde es halt einfach toll, wenn man das hier einfach in der Übersicht zieht. Arkadol verschenkt. Noch mal eins an Arathorn. So, und wieder zumachen. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich ihn da drin lasse. Wobei, solange die Dinger gebaut werden, lasse ich ihn drin. Okay, Turn 34. Schädel für Korn, Abos für den Chat. Genau. Vielen lieben Dank. Hey, Pinsi, grüß dich. Schönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht es besser. Oh, ich soll dem Krieg gegen die Vampire beitreten. Ach, komm. Ich will aber dafür mehr Geld. 965. Ihr seht, nachverhandeln lohnt sich immer. Da geht immer was. Guten Abend, Lady Athene. Willkommen und danke dir, Ahrens. So, Reich des dunklen Prinzen betreten. Verleiter des Slanisch. Da möchte jemand anscheinend seinen Gehalt nachverhandeln. Bei seinem Gott. Goldzahn ist zum Hexer gegangen, die nördlichen Provinzen zum Seuchenherrscher. Und wir sind ein Meistersteinmetz. Einkommen aus allen Gebäuden und Baukosten reduziert für lokale Provinzen. So, das war der erste Streich hier. Wir sind aber noch nicht fertig. Ich hole mir noch mal zwei davon und jetzt geht's los, Leute. Ich hätte nämlich hier gerne eine starke Frontverteidigungslinie. Die kosten uns mehr und eigentlich brauchen wir sie nicht, weil man kann alles mit denen hier lösen. Ich möchte es aber so haben. Ich möchte auch die Zarenwache haben, weil wir sind ja schließlich die Zarina. Hier kann ich das Wachstum noch weiter erhöhen. Für 2500 mache ich. Hier oben kann ich noch mehr Wachstum generieren, please. Wachstum ist mein Freund. Ich weiß jetzt nicht, warum es gerade klingen gemacht hat, aber es hat geplinkt. Was auch immer das war, danke. Muss ich nachher mal gucken. Es blinkt noch mehr. So. Ganz im Ernst, ich habe vor, da jetzt hin zu marschieren. Allerdings eine Runde hier noch zu warten, dann mache ich ihm das zu. So, der Hype Train ist durch. Kommt wieder nur ein Level 4 Hype Mode. Ich mache den Lord. Der wird dich schon alle 5er? Es muss fast so sein. Oder Twitch hat tatsächlich einen Schluck auf, kann natürlich auch sein. Und damit sind wir wieder dran. Nur noch 85 Fraktionen. Die Legion des Chaos geht zum Blutgott. Der Pockenmacher bekommt Besuch von seinem solchen Herrscher. Zarenwache, mehr Führerschaft. Und wir sollen einen Chaosriss schließen. Okay. Nächste Runde halt. Noch ein weiterer Turn. Hm. Wir haben jetzt gleich 16 Units. Das reicht halt noch nirgendwo hin. Wenn ich zum ersten Mal doch überlegt. Nein, ich werde es nicht tun. Ich mache hier die Verteidigung einfach nochmal stärker. Wobei, ne, nächste Runde fehlt mir die Kohle, dann spare ich nochmal eine Runde. So. Jetzt fehlt uns noch eine Technologie, dann kommen wir auch bei Kislev auf die zweite Stufe. Rang für Kommandanten plus zwei. Ey, ganz im Ernst, das mache ich, wenn ich nämlich die andere Eishäxe dann irgendwann mal rekrutiere, hat die, glaube ich, plus zwei Rang bei der Rekrutierung, weil die gilt noch nicht als rekrutiert. Die ist momentan hier, wie ihr seht, ne, momentan mit Rang eins. Ich will testen, ob sie dann auf Stufe drei wäre. Übrigens, ihr seht jetzt hier, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, der Ataman kann jederzeit auch als Kommandant rekrutiert werden. Aber dann ist er halt nicht mehr als Ataman unterwegs. Das ist sozusagen dieser Notfall-Ataman. Wir haben dann halt keine Rekrutierungskosten, sondern wir zahlen dann halt einfach Unterhalt. Und ich glaube, er hat trotzdem keinen eigenen Tree. Aber das weiß ich nicht. Das machen wir irgendwann mal, den auszuheben. Und Black Dragon hat gerade eben auch nochmal einen Prancer. Rauszoomen? Wie weit rauszoomen? So weit rauszoomen? Also hier unten ist das Räckland, nur wenn du bescheid bist. Und ganz da oben. Hi. Aber es gibt inzwischen, glaube ich, auch im Internet schon eine Karte davon, dann sieht man das ein bisschen besser. Weil im Spiel mit diesem ganzen Nebel des Krieges sieht man das nicht wirklich gut. So. Das hier überspringen wir gerade eben alles. In welcher Frequenz kann man den Eishob ausbilden? Eigentlich sehr, sehr schnell. Also immer nacheinander. Du brauchst halt einfach nur den Slot und dann kannst du ihn theoretisch, solange du das Geld hast, ihn dauerhaft bedienen. Kostet jedes Mal Geld. Und Razzputino lässt auch mal einen Prime-Sundern. Mit dir. Will ich jetzt mit Clan Grytus einen Krieg? Nein, ich will immer noch nicht mit Clan Grytus. Bist du, zu viele Kriege, vor allem wenn wir ins Chaos wollen, ist gefährlich. Und wir sind auch gerade eben nicht flexibel, was unsere Armee angeht. Die Befürworter können wir uns gleich mal wieder anschauen, ja? Wir haben fast aufgeholt. Wir sind nur noch ein Punkt hinter ihm, wie man sieht. wir können uns nicht beklagen. Hm, wir setzen... Äh, ich nehme wieder Tor, weil wir gleich Schlachten schlagen werden. Außerdem bekommen wir noch mal mehr Nahkampfangriff für unsere Armeen. Übrigens, na guck mal, hier ist jetzt wieder eine von den nördlichen Provinzen. Wenn wir jetzt mit denen Stress wollten, könnten wir jetzt diese Karawane angreifen. Machen wir ein andermal, wie eine Fraktion, bei der das vielleicht auch mehr Sinn. Jetzt hole ich mir noch mal zwei von denen. Und dann wären das hier volle 20. Nee, das brauchen wir nicht. Äh, ich will nur diese zwei und dann hole ich mir noch Cavalry. Die zwei, die sind günstig und die tausche ich später gegen Bären-Cavalerie aus. Und jetzt habe ich das Geld, endlich das hier alles zu vollenden, was ich hier angefangen habe. Wobei, Sekunde, ich gehe erstmal nach Prag. Prag muss erstmal auf Stufe. Drei hoch. Dann, mehr Wachstum brauche ich hier nicht mehr. Ich will hier das hier ausbauen für mehr Kohle. Und das, ich hätte eigentlich ganz, ganz gerne noch mal Flügel-Ulan gehabt, aber, ja, geht jetzt nicht mehr. So, wir schließen den Kollegen hier. Ratschen die weg. So, auf 25 Hingabe bekommen. Ich habe noch eine Hingabe. Und die Mission ist damit erfüllt. So, dann kehren wir mal zurück. und ich gehe direkt auf mein Heimatland. So. Pferdelunge. Vergrößte Aura. Oh, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, ich nehme es schwer zu treffen. das hier noch. Und noch mal in die Diplomatie geschaut. Anad. Oh, Fufbar möchte dringend mit uns einen, äh, Nicht-Angriffs-Pakt. Und auch einen militärischen Zugang. 1200 bekomme ich dafür. Jetzt halten sie uns auf einmal für würdig. Auch Tullerbeck-Land. Ich mache jetzt auch dann mit Ostland hier einen Nicht-Angriffs-Pakt. Wie gesagt, und jetzt fängt an, die neue Order-Tide sich hier zu entwickeln. Und ich glaube, sie ist unangenehmer als die alte für die Nicht-Order-Raktionen. Und die Bruderschaft lässt sich hier mit, äh, ja, mit Begeisterung konföderieren, die man hier sieht. So, die erste Konföderation hat stattgefunden. Sister of Ice. Gibt sie nur die Trujina. So, wir bekommen nochmal 2000 Gold für diese Konföderation. Es gibt auch keine negativen Aspekte mehr, glaube ich, für Konföderation, soweit ich das jetzt feststellen konnte. Wir gucken nochmal alles durch. Ne, seht ihr, das ist nirgendwo ein Malus. Nirgendwo ein Malus für Konföderation. Nicht mehr so wie ein Warmer 2, so, hm, konföderiere, aber dann kriegst du auf die Finger. Ne, ist nicht mehr so. Ja, this is my province and it's full of shit. Entschuldige, woher ich das so hart sage. Aber das Ding ist ja nicht verteidigbar. Gott. Oh Gott. Hab ich schon, oh Gott, gesagt. Was hab ich denn da zusammenkonföderiert? Einen Albtraum. Okay. Immerhin hat er hier noch eine Magierin, die ich jetzt hier noch anschließe. Er hat hier noch eine. Geh auf nach Turn 37. Weil, ja, die sind deswegen, ja logisch, die sind so leicht zu konföderieren, weil sie halt oft die Goshen bekommen haben. Das siehst du komplett richtig. Aber manchmal baust du auch selber so viel Macht auf, dass sie es dann irgendwann mal einsehen. Also, dass die Machtverhältnisse einfach so gewaltig unterschiedlich sind. Und, äh, in dem Fall war es aber so, wie du es gesagt hast. Wir spielen hier immer noch in der Preview auf normal. Einfach, weil es, hey, lasst uns das spielen. Endlich mal eine Verteidigung. Äh, weil es eine Preview ist. Ihr wisst, ich werde nach dem Release garantiert wieder auf sehr schwer oder sogar legendär spielen. Je nach Situation. Aber, wie gesagt, am Anfang normal, weil noch nicht so wirklich gebalanced. Ich muss ja quasi, äh, CA schreiben können, hey, das ist zu stark, das ist zu schwach, das funktioniert nicht richtig. Und wenn irgendetwas dann nicht auf normal ist, was ja für die meisten Leute der normale Schwierigkeitsgrad ist, dieses Spiel spielen, ist einfach so. Ähm, dann ist mein Feedback nicht wirklich wertvoll. Deswegen, äh, grayde ich mich da selber runter. So, sie greifen aus zwei Richtungen an. Wir haben, guckt euch das mal an, das hier ist der Platz, den wir verteidigen wollen. Sie müssen, um uns zu, um uns zu kommen, entweder hier hochkommen, hier hochkommen, oder hier. Also diese hier müssen hier durch und diese hier müssen hier durch. Jetzt gucken wir uns mal die Situation an, wie wir das haben wollen. Dieser Turm hier gehört zu diesem Platz. Das heißt, dieser Platz hier muss verteidigt werden. Dann werden wir das auch tun. Ähm, ich baue deswegen so ein Teil dahin. Und stelle wegen dem Reichweitenbonus diese Fernkämpfer dahin. Dann will ich aber auch nicht, dass die, na der ist ja ziemlich fehl am Platz. Keine Ahnung, wer den dahin gemacht hat. Ähm, die da drüben interessieren mich leider auch, weil ich verhindern muss, dass sie diesen Platz hier ein. Hä? Okay. Geschwindigkeit, Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr. Ich stelle hier eine Zarenwache hin. Und die zweite Zarenwache hier hin. Die werden da nicht durchkommen. Die werden an denen nicht durchkommen. Vor allem, weil das Ding hier, ja, warte mal, kann ich dich so hinstellen, dass du diesen Platz noch irgendwie bekommst noch irgendwie bekommst. Ist das? Ich hoffe sehr, dass es reicht. Ähm. Ich stelle euch noch hier hin. Okay. Dann haben wir hier noch die Option, falls sie hier auf dumme Ideen kommen, sie hier so ein bisschen abzufangen. Aber die müssen sowieso komplett hier unten rum, um dann hier hin zu kommen. Also eigentlich kann das mir egal sein. Ähm. Ich kann natürlich jetzt auch die restlichen 300 Kurten mal sparen. Ich stelle jetzt erst mal die da hin. Und die da hin. Dann haben wir nämlich hier so eine schöne Feuerleitlinie. Die beiden Einheiten. Euch stellen wir da hin. Wer auch immer da freiwillig hingeht, ist so tot. Ist da noch hin? Dann kann ich nämlich im Zeiss halt da noch hochgehen. Die Reiter packe ich vorsichtig da oben hin. Also wie gesagt, wir gewinnen das eh. Ich würde euch nur zeigen quasi, wie ich so eine Situation plane. Ähm. Die stehen da. Die stehen da. Den habe ich noch nicht eingeteilt. Dann stehe ich noch da hin. Den habe ich auch noch nicht eingeteilt. Das ist natürlich jetzt hier problematisch, ne? Ich habe halt einfach nicht genügend nahe. Wobei ich doch, ich habe genügend. Ich kann ihn da hinstellen. Und die Magierin stelle ich da hin. Habe ich jetzt alle. sieht eigentlich sehr gut aus. Ja, wir können beginnen. Und jetzt haben wir diese Stadt in eine Todeszone verwandelt. Wenn sie hier außen rumlaufen, ist der einzige sichere Ort, brauchen sie ewig. Bis dahin habe ich dann irgendwann mal hier zugemacht und haben meine Truppen umorientiert. Hier bauen wir jetzt gleich ein Türmchen. Und zwar jetzt. Na, ihr kleinen Wautzis. Bekommt ihr den Waff? Die bekommen ihn nicht schade. Ah, sie stehen ein bisschen zu weit weg. Müssen halt wahrscheinlich ein paar mehr Männer in Reichweite stehen für sowas. Greif an wegen dem Ansturm-Bonus. Machen wir hier zu, damit sie den hier nicht in den Rücken gehen können. Diesen Umweg. Was aber wahrscheinlich sowieso nicht gelingt. So. Wie gesagt, Zarenwache. Wird schwer durchzukommen. Und das ist noch nicht mal die Infanterie-Killer-Variante. Die Infanterie-Killer-Variante ist die mit Zweihandwaffen. Dann auch noch Rüstungsdurchdringenden Waffenschaden und Anti-Infanterie-Boni. Die versuchen es ja gar nicht. Ich baue jetzt hier gleich noch mal ein Türmchen. Wird ewig dauern. Aber dann haben wir es. Ach, den habe ich ja hier nie aufgestellt. Dann habe ich völlig vergessen, den Typen. Also ich mag die kislevidischen Städte zum Verteidigen. Das ist so geil. Die sind einfach richtig gut durchdacht. Gut, hier könnte man auch hoch, ne? Darf ich nicht vergessen, aber es hat trotzdem einen elendig langen Weg. Komplett durch. Die Truppen draufstellen hier auch da oben. Falls einer durch will. Wird das interessant, wenn man das gegen andere mächtige Spieler spielt. Guck mal, die stehen hier immer noch. Sind immer noch 77. Die haben erst drei Mann verloren, die Zahnbarre. Das ist so krass. Wir haben gewonnen. Brauchen wir gar nicht weiter machen. Wir haben es geschafft. Schönen guten Abend noch mal an alle, die dazugestohlen sind. Und nochmal danke an Ictus Saurelius für den Primeside. Und Ratsputin, glaube ich, auch. Sag ich noch auch immer danke. Oh, und von einem Nordwicht. Willkommen. Das kann man durchscrollen, dass ich ein paar Hüte vergessen habe. Scheinbar nicht. Ja, ihr seht, also wie gesagt, die hatten von Anfang an keine Chance, aber wir haben es einfach mal wieder gesehen, wie schön diese Verteidigung schlachten sind. Wenn sie stattfinden. Und wie gesagt, mein Eindruck ist, wenn du die Mauern baust, traut sich die KI ganz oft nicht mehr anzugreifen und belagert lieber zu Ende und greift nicht an. Und ihr könnt sie damit momentan zumindest, es sei denn, sie patcht das, wunderbar in diese offenen Schlachten führen. Wobei ich gar nicht will, dass die Aiders patchte. Ich will eigentlich mehr, dass die KI angreift. Macht mir Spaß. Zorn der Wildnis wurde vernichtet. Energiereserven für Svetlana des Eises. Babushka, Babushka, Ausbildungsdauer am Eishof. Nochmal zweite Runden reduziert. Das heißt, wir haben dann sofort nach jeder Runde, nach jeder Runde haben wir ein Event. Das Entscheidungen abgeräumt. Inspirierende Gegenwart. Schießübung. Hat jetzt schon Einkommensstärken bekommen. Wo ist der Eisjungfer? Is shit. Heiligungsanlage. Gehöft. So, Kislev. Direkt, wo ich hier noch einen Term und dann gehen wir da rein. Kislev wird jetzt hier noch von der Verteidigung her von uns Arbeiter ausgebaut. Er begibt sich hier hin. Das ist ja was, was ich mir gerade eben ernsthaft überlege. Ich tausche diesen einen Kommandanten aus. Was mache ich? Brauche ich dich hier eigentlich noch? dich brauche ich nicht mehr. Ich kann nicht abreißen. Ich habe genug Kontrolle. Ich werde dich jetzt hier gegen unsere Eishexe mit diesen ganzen Infanterieboni austauschen. So, gab es mal 2000 Gold und den Talisman der Ausdauer. Was kann eine solche Eishexe? Sie ist im Grunde eine ja, downgegradete Katharina, wie ihr seht. Alles das Gleiche. Nur halt ohne diese Ebene hier mit den speziellen Katharina-Boni und dass sie halt auch noch unsterblich werden kann. Und das da oben auch. Also ihr seht, sie kann nur die Schneeleoparden holen ohne diese Zusatzfähigkeit. Äh, Hagelsturm. Mal überlegen. Wo haben wir jetzt äh, ich habe mehrere Talismane der Ausdauer. Das ist doch praktisch. Spielkönigengedöns, glitzernde Schuppenrüstung. Glückstein. Ah ne, Glückstein will ich nicht. Alles meine Ausdauer. Jawohl. Unterstützungen. Ähm, erfahrene Krieger, Rekrutierungsstufe für Infanterie. Wanner von Prag gebe ich jetzt auch mal. So, bei ihr sitzt die Infanterie halt einfach noch ein bisschen besser. Aber das wird natürlich nicht so bleiben mit dieser Truppe, ne? Das ist keine gute Armee. Ich will gerade eben bloß nicht noch mehr Geld ausgeben. Ich sage immer Ice Witch. Okay. Verbessern das dahin. Gucken nochmal auf die Diplomatie. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben glaube ich noch 10, 15 Minuten. Bevor wir das Spiel, äh, bevor wir, bevor Günder kommen müsste. Ähm, Diplomatie, Handel, militärischer Zugang mit den Zwergen, Geld dafür verlangen. Tausend bekomme ich dafür. So. Jetzt fangen sie an, uns alle zu mögen. Allerbeck-Land möchte gerne militärischen Zugang. 500. Bekommen sie ihn. Dasselbe gilt auch fürs Ostland. Die wollen, das wird 339. Und die Drugina-Enklave macht mit uns einen Schutzbündnis. Und bezahlt dafür sogar. Es ist nicht mehr weit, dann konfederieren die mit uns. Boah, was war denn das gerade für ein Geräusch? So. Ich kann jetzt hier einen Außenposten bei denen bauen, aber der Herr, die bald mit uns konfederieren, wenn es 3000 Gold, die wir einfach aus dem Fenster schmeißen würden. Deswegen mache ich das. Okay. in den nächsten Term. Wie mit dem Imperium in den Rücken fällt. Ich glaube, dafür ist das Imperium in diesem Spiel zu schwach. Glaube ich. Also zumindest im jetzigen Zustand. Das kann sie natürlich ändern, wenn sie offiziell reinkommen. Aber es wäre natürlich ein interessantes Konzept für eine Kampagne. Militärischer Zugang. Das verhandeln wir nach. Warte mal. Handelsabkommen mir fast lieber. Okay. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir das schaffen. Das könnte die letzte Schlacht sein, bevor Günner kommt. Ich weiß jetzt gerade eben gar nicht, ob er schon da ist. Ich gucke mal gerade eben. Was sagt Handy? Handy sagt, dass er mir nichts geschrieben hat. Okay. nur dann AT, wenn die eine eine Hauptstadt haben, also eine große Siedlung. Nur dann kann ich bei denen sowas bauen. Du brauchst also immer quasi eine Haupt, eine Provinzhauptstadt. Sonst geht das nicht. Und manche Provinzen haben ja gar keine Provinzhauptstadt. Ja, also das wird jetzt hier natürlich ein bisschen härter, aber ihr seht, das ist auch nicht dieselbe Siedlung. Wir haben eine andere Siedlung hier. Und hier gibt es eigentlich nur zwei Zugänge. Diesen Zugang und hier kann man nicht mal durch und diesen Zugang. Und ich bin ein Fan davon, diesen Zugang hier mit der Infanterie hier so zuzumachen. Dann stelle ich die da noch dahin. Euch dahin. Ich baue das Teil dahin. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das jetzt hier funktioniert, ne? Das ist eine verdammt harte Schlacht. Dann baue ich hier noch ein Türmchen hin, weil die restlichen Gebiete können wir wahrscheinlich nicht halten. Nach meiner Einschätzung. Das sind die einzigen beiden Joke Points, die Sinn machen. Schönen guten Abend nochmal an alle, die dazugestoßen sind gekommen. Genau, 300. Einfach die Engstelle jetzt hier nutzen. Das Gute ist, wir generieren jetzt ja auch gerade eben ein paar Versorgungspunkte. Mein Plan ist es eigentlich, diesen Turm hier und diesen Turm hier abzubraden. Dahinten können wir uns auch nochmal ein bisschen zurückfallen lassen. Also wir könnten auch theoretisch ganz da oben kämpfen. Dann gäbe es nur noch diesen einen Punkt hier. Das habe ich tatsächlich nie ausprobiert, ob das nicht vielleicht sogar der bessere Weg wäre. aber... Ich habe es halt noch nicht probiert. Und jetzt sind wir halt schon hier. Ne, ihr seht, die brauchen auch noch eine Weile. Jetzt haben wir schon wieder 500 Punkte. Die Frage, ob ich jetzt diesen Turm hier baue oder den hier erstmal verbessere. Ich glaube, ich verbessere erstmal den da. Kann es mir sogar immer noch leisten, noch zu warten. Gehe auf die 1150. Nämlich einen Turm abzugraden, geht schneller. Daut nur 30 statt 90 Sekunden. Und so beginnt es also. 10 Sekunden ist der Turm auch ready. Er wird absichtlich gestürmt, weil ich hier nochmal 36% Ansturmbonus bekommen, wie ihr seht. Der Turm ist jetzt auch ready und schießt. Das sind ja leider keine Zarenwachen, ne. Die sind gut, aber halt nicht so gut. So, nächster Turm. Oh, das sind die Wurfechse. Ihr seht übrigens, was dieser Turm macht. Der schießt Blitze. Eisblitze. Die wollte ich auch immer den Ansturmbonus mitnehmen. Macht halt mehr Schaden und die treffen dadurch besser. Ich hole jetzt mal die Cavalerie. Hey, Streiker. Schönen guten Abend. Wir kommen. Ne, ihr seht's. Gepanzerte Corsars nicht so gut wie Zarenwache. Bei weitem nicht. Ich mach das jetzt mal um die Moral nochmal zu erhöhen, dass sie nicht gleich wegrennen, aber der Patriarch wird gleich hier rausgehen. Oh, das hasse ich übrigens. Manche dieser Einheiten haben aus irgendeinem Grund von Hause aus den Plänken-Modus habt. Na, ihr seht, das sind einfach zu viele. Das schaffen wir nicht. Ja, die haben aber auch einfach zu viel. Ja, die können wir jetzt auf die Speerwerfer hier schießen, aber dann fehlt halt der Schaden. Auf denen, es fehlt immer irgendwie Schaden. Wir haben einfach nicht genügend, um jetzt denen hier entgegenzuhalten. Wir haben eigentlich schon ein Army-Loss. Das heißt, wir laufen jetzt hier gerade ihn schon auf bei unserem Blut. Nur deswegen kämpfen wir überhaupt noch Leute. Wir haben eine 30-sekündige Schonfrist bekommen. Bitte formulier mal deine Frage so, dass ich es verstehe. Aber es war eine mannhafte Niederlage. Ich habe das aber auch schon beim Playtest gemerkt, dass diese Position dort oben schwer zu halten ist. Also guck mal, wie viele die verloren haben. Die haben halt 762 Mann verloren. Mehr als wir aufgestellt haben. Das tut denen weh. So, von der Uhrzeit her muss ich jetzt ganz, ganz kurz mal gucken. Also wir haben noch ein paar Minuten. Ich gehe aber gleich trotzdem jetzt schon mal in meinen Discord. Nein, damit Günner da dazustoßen kann. Also das werde ich jetzt berechnen. Remember, du trägst. Wir wissen nicht viel. So. Wow. Eine ganze Menge Zeug. So, Sekunde. Ich muss das mal raus haben. Dann gehe ich jetzt hier in meinen Chanal. Da kann dann der Günner reinjoinen, falls er da ist. Und wir machen weiter. So, denn unsere Armee hier ist vollständig. Wie gesagt, diese beiden Einheiten würde ich später auf jeden Fall zu diesen Bärenreitern austauschen, weil die so viel besser sind. Aber die haben wir halt noch nicht. Oh, da ist nochmal eine Chaos. Armee einfach mal so entstanden. Vorhut Aufstellung. Wer sollte denn hier eine Vorhut? Schwindigkeit. Mehr Geschwindigkeit. Für. Meine Ahnung, wie die da. Ähm, das berechnen wir kurz mal. Und dann machen wir Verlustverstärkung. Okay. Jetzt verbessere ich noch die Hofgliete, denn diese Zarenwache und so weiter und so fort, die sind ja noch gar nicht ausgemacht. Aber guck mal, überall grün, außer bei der Rüstung. Es ist der Hammer. Überall eine Verbesserung drin. Ich hole mir jetzt hier die Anrufung des Hüters, das heißt, ich kann jetzt Schneeleoparden mit ihrer Herr beschwören. Und das flinke Krümelchen haut auch nochmal fünf Subs raus. Ich danke dir. Wahnsinn. Als sind die alle doppelt versorgt. Dankeschön. So, wir können jetzt hier die Truppen verstärken, aufs Maximum bringen. Ich mach das eigentlich immer ganz, ganz gerne. Ich mag abgeschlossene Sachen. Und dann gehen wir jetzt hier, wenn ich's treffe, wenn ich's treffe, ins Reich des Chaos und zwar zum Blutgott. Das lass ich nochmal laufen für euch. Das Reich des Chaos. Ein Ort ohne Bande. Die Grenzen der sterblichen Dimensionen haben keinerlei Bedeutung hier. Es zählen nur die Launen der dunklen Götter. Doch es gibt einige Regionen, in denen keine der Mächte der Verderbnis vorherrscht. Dazu gehört auch die Schmiede der Fremde, der Mubella-Kollower und Orson verendet. Bis wir jedoch die Seelen von vier Dämonenprinzen haben, bleibt dieser Ort unerreichbar. Die Domäne des Blutgottes. Auf diesem blutüberströmten Boden treffen dämonische Armeen in einem Gladiatorenkampf unendlichen Gemetzels aufeinander. Kämpft euch durch diesen brodelnden Kessel des Krieges bis zur Messing-Zitadelle. Dort werdet ihr auf den Hüter treffen, den bevorzugten Dämonenprinzen des Korn. Tötet ihn und holt euch seine Seele. Das werden wir allerdings nicht mehr heute machen, denn der Günner ist jetzt da, meine lieben Freunde. Ich bin schuld, dass es nicht weitergeht. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, also für alle, die ihn, also wahrscheinlich kennen ihn die meisten schon, aber ich stelle jetzt trotzdem einfach mal vor, das ist der Günter Scherner, auch bekannt als Tante Günner, ein geschätzter Freund und, ja, Kollege von mir, also auch Content-Partner bei CA. Und wir haben als Deutsche beide den frühen Zugriff, also einen enorm frühen Zugriff. Und ab heute dürfen wir auch ein Multiplayer spielen, ne? Und das werden wir jetzt gleich machen.